Wir rennen zu unserem guten Freund mit dem Namen Neil und hoffen, dass der ganz zufrieden ist mit den Schnetzeleien der letzten Zeiten. Moin! Diese Augenblicke sind so erfrischend, nicht wahr? Das war deine bisher am wenigsten gruselige Bemerkung. Dein Spiegelbild in ihren Augen, kurz bevor der Schleier des Todes sich über sie lebt. Alles klar, es geht wieder los. Here we go again. Weißt du, Neil, falls du die Banditen leid bist, es gibt eine Gruppe namens Eclipse. Das ist eine politische Situation. Die sind Mörder und stellen eine Armee aus Maschinen auf. Das ist etwas mehr als Politik. Ich habe nun mal meine eigene Sicht. Außerdem halten die Schattenkartier garantiert nicht mehr lange durch, wenn du zum letzten Schlag ausholst. Okay, wo warst du? Es war ein weiter Weg aus dem Nora-Land. Wo bist du gewesen, Neil? Ich hatte gehört, die Straßen im Sonnenreich wären nicht mehr sicher. Und zum Glück war es auch so. Hinterhalte, Überfallkommandos, sogar korrupte Maschinen, tödliche Wunden öffneten sich wie von selbst für meine Pfeile. Aber das wusstest du bereits. Du bist den Grat zwischen Leben und Tod gewandert. Das sehe ich. Junge, er ist so komplett durch, einfach nur. Leb wohl, Neil. Ich will dich nicht beunruhigen, aber die Banditen werden weniger. Da wünscht man sich, man könnte sie mehrmals töten, nicht wahr? Nein, einmal reicht. Du hast natürlich recht. Einmal reicht. Wenn man es wirklich gut anstellt. Okay, leb wohl, Neil. Okay, tschüss, muss los, mein Aquarium klingelt. Ciao. Leider keine Zeit mehr, das Gespräch zu vertiefen, so sad. Ich habe heute entdeckt, dass es bei Herr der Ringe, RDK, eine komplette Storyline gibt, die komplett gelöscht wurde. Nämlich Sauron hat sich bei der Schlacht bei dem Tor zu Mordor materialisiert. Zuerst als Lichtgestalt und dann in seiner Rüstung. Und dann kämpfte er. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur WTF. Ja, es ist immer interessant, wenn es so hinter den Kulissen-Szenen gibt oder wenn irgendwer eine ganz alte DVD-Box rauskramt mit irgendwelchen Zusatzinhalten. Das war immer ganz, ganz krass. Gab es da auch dieses großartige Interview, wo sich die Hobbits gegenseitig fake interviewen und deutsche und holländische Dialekte rauskramen und sich dann gegenseitig verarschen und sowas. Was auch so verstecktes Bonus-Material war, was wohl damals auch nur die wenigsten gefunden haben, weil man im Menü irgendwie auf so eine Ringrune drücken musste oder sowas. Und dann saß da Elijah Wood und dachte, er ist jetzt im komplett ernsten Interview mit irgendeinem deutschen Reporter und wurde komplett hops genommen. Habe ich auch manchmal in den YouTube-Empfehlungen. Ist immer wieder eine Wonne, sich sowas anzuschauen. Ja, wir haben da oben noch ein Lager, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, da reise ich auch mal hin, glaube ich. Könnte da noch das Lagerfeuer holen? Ja, aber warum eigentlich, ne? Ne, da kann ich auch schon hinreisen direkt. Hm, habe ich noch irgendwo Banditenlager. Da ist noch was? Ne. Finde Jagdgebiet Hüter. Hier unten ist auch Nora-Jagdgebiet. Hm, musste ich für die maybe auch Karten holen? Banditenlager Stufe 9. Aber die scheine ich doch... Ah, okay, doch nicht. Ich dachte, weil ich Schnellreisen habe, sind die schon erobert. Aber irgendwie ist Reisen zwar aufgeführt, aber ich kann noch nicht hin. Dann sollte ich maybe doch nochmal vorbeischauen, oder? Okay, habe ich schon gewundert. Waren wir da bei einem Lager? Ja, nein, vielleicht. Tja, anscheinend nicht, ne? Dann schauen wir doch gleich mal rüber. Übrigens fand ich das Video mit deiner Mutti total super. Das freut mich. Ich bin tatsächlich nur mit Konsolen aufgewachsen und ab letztes Jahr beim WoW-Start auch so meine Probleme im Tutorial gehabt. Das ging uns allen sicherlich ähnlich, ne? Sicherlich unterschiedlich stark, was die Probleme angeht. Aber ja, kann man sich immer so ein Stück weit wiedererkennen, ne? Absolut. Einmal töten reicht. Nekromant, hold my Runentafel. Und abwarten, ob sich wieder ein Sturm zusammenbraut. So ist es nämlich. A storm is coming. Gut, ich wollte zum nächsten Lager. Oder nehme ich das Panorama gleich mit? Ne, komm, ich hab gesagt, wir gucken erstmal wegen den Lagern und checken mal die Lage. Und dann haben wir immer noch Zeit für die Blicke in die Vergangenheit. So sieht's aus. Kennt ihr von früher noch Lord of the Weed? Auf jeden Fall. Lord of the Weed, die Coldmirror Harry Potter Synchros, Charlie the Unicorn und Lamas mit Tüten. Das sind ganz essentielle Grundpfeiler für die deutsche Internetentwicklung und auch für die Entwicklung meines Humors. Da könnte ich bei den meisten Szenen vermutlich heute noch mitsprechen. So haben wir das hoch und runter gesuchtet. Das war sogar eine der ersten CDs bzw. DVDs, die mein Cousin damals gebrannt hat. Beziehungsweise einer meiner besten Freunde. Lord of the Weed und Pootie Tang. Sehr wilde Zeiten gewesen. Ja. Absolut. Okay, hier sieht es fast zu hübsch aus, Leute. Hier sind doch keine Banditen, oder? Hier sind doch nur irgendwelche süßen Waldtierchen und Feldhamster und vielleicht noch ein paar Ponys. Okay, hier sieht es schon schlimmer aus. Ich nehme alles zurück, das sieht böse aus. Die Frage ist jetzt nur, muss ich das Lager komplett erobern oder habe ich immer nur vergessen, das Feuer anzumachen? Ah, okay. Ich habe nicht nur das Feuer vergessen anscheinend. Na dann, würde ich sagen, wir stürzen uns mal rein. Und gucken, wie wir es am besten anstellen. Da oben steht doch schon mal jemand. Den könnte ich doch mal gleich freundlich begrüßen. Er hat halt einen Helm auf, darum nehmen wir mal den voll aufgeladenen Schuss. Okay, und er sackt zusammen. Sehr, sehr gut. Mit dem Helm sah er auch aus wie so ein kleiner Sauron. Gut, dass das nicht das schwarze Tor ist. Hätte ich mit Mepo jetzt schreiend dagegen stürmen müssen. Sehr gefährlich. Ist aber gut gegangen. Habe ich noch irgendwo eine Option, sneaky reinzugehen? Ich will jetzt nicht unbedingt durch die Haupttür marschieren. Zumal die ja da auch schon wieder rumrennen mit irgendwelchen elitären Waffen. Aber den smäcke ich gleich mal weg. Boah, und was hat der da auch noch für ein Geweih irgendwie? Seht ihr die Hörner? Das ist ja der Wahnsinn. Der Oberhörsch, der hörscht hier rum. Durchs halbe Lager. Hier oben stand noch wer, dass wir erstmal die Türme so ein bisschen freiräumen. Dü, 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 dü. Da steht er. Junge, aber die Rüstung, guckt mal. Der ist hervorragend getarnt, oder? Mit dem Regen dazu. Also ich bräuchte jetzt, wenn er sich nicht bewegen würde. Ist ja wie die Chamäleonviecher bei Zelda gestern. Ah ja, und ohne den aufgeladenen Schuss überlebt er sogar einen Hedder. Das ist absolut unsympathisch. Leider haben seine Freunde das jetzt auch mitbekommen. Aber so viele sind das gar nicht, oder? Die Totenköpfe machen mir etwas Sorge. Aber davon abgesehen kann man da glaube ich mal reingehen. Gehen, gehen. Mal anklopfen, freundlich Hallo sagen. Guten Tag. Ihr wisst gar nicht, dass ich hier bin. Leute, ihr seht mich gar nicht. Oh, das ist doch der Geweihkollege. Butz. Ja, da war der aufgeladene Hedder. Vielleicht den auch noch da hinten. Zack. Jo, lecker Schmecker. Schon mal zwei mehr. Nummer drei. Ausgezeichnet. Das läuft doch hier gerade wie das Brezelbacken. Sehr schön. Ein paar Amulette. Wunderbar. Ich würde schlafen, statt mich zu kloppen. Ja, wenn du richtig tief schläfst, dann können wir dich ja auch zu zweit hochhalten und wie so ein Rambock dann benutzen. Dann leistet jeder seinen Beitrag. Schön Eisenschädel. Let's go. So. Sie kommt gerade angerannt hier in ihr Verderben. Zack. Sehr schön. Da hinten ist ein Bogenschütze. Hier kommt auch noch einer. Junge, jetzt wollen sie es aber wissen. Zack. Boah, sagt er. Zack. In die Schulter. Ja. Oh, im Lauf ist wieder. Oh, gefährlich. Nein. Nein. Die kam angesprintet. Schrei doch nicht so. Mensch. Mädel. Entspann dich. Scheiße. Ach, hätte ich nie mal getroffen. Das verbessert meine Chancen. Im Lauf. Dann gibt es jetzt halt den Feuerspucker. War das ja ganz laut? Ja. Leise ist auf jeden Fall anders. Wutz. Ja. Ich wollte euch ganz sanft ins Bett drin bringen. Aber ihr wolltet ja nicht. Ihr wolltet Krieg und Tod. Und Zorn. Wutz. Mehr Raketen. Feuerwerk. So. Böllerverbot war gestern. Hier stehen auch noch welche. Junge. So viele Eingänge. Rums. Ja. Obacht, Freunde. Obacht mit den Böllonen. Der da drüben. Oh. Der hatte aber auch einen ordentlichen Zug auf der Sehne. Da hat er meine Rüstung sogar gesagt. Halt, stopp. Der macht eine schöne Rolle. Dann warten wir gerade noch. Zack. Sehr schön. Jetzt dürften es doch gar nicht mehr allzu viele sein. Oh. Okay. Da ist eine ganze Gang noch. Wo kommt die jetzt her? Die waren noch hinterm Rewe saufen. Oder. Wieso habe ich die eben nicht gesehen? The fuck? Papa Main. Big Bull. Hallöchen. Grüße. So. Du bist auch ein Elite-Dude? Oder war es einer? Zack. Die haben zum Glück nicht so viel zu melden, wenn die Pfeile sitzen. Aber genau da liegt ja dann häufig das Problem. Ne? Rums. Oh. Der hat sogar ein Level abgebracht. Oh. Was habt ihr denn für Waffen? Eww. Da muss ich jetzt gut treffen. Ach du Scheiße. Wie viele denn noch? Oh mein Gott. Geht doch nach Hause, Junge. Habt ihr sonst nichts zu tun? Soll ich da mal ran im Nahkampf? Putz. Jo. Geht. Okay. Zack. Ja. Schön wegschlachten hier. Ja. Ich bin schneller als er. Zumindest noch. Jo. Hat hingehauen. Sehr gut. Und ich schätze, ich hätte jetzt auch vorher wieder mit Neil eigentlich reden können. Dann wäre er mehr wie mitgekommen. Aber tja, so haben wir einen Geisteskranken weniger in der Festung. Ist doch ein Anfang. Nice. Festung befreit und Level up. Und noch ein netter Händler, der hat seine eigene Fahne dabei. Leise. Leise jetzt. Bezüglich WoW. Gestern festgestellt, dass ich mit meinem Ali-Bader 60 noch die komplette Legionsrichterkampagne und die Sattel, und die Sattel, warte, und Stratholm-Quest für die Klassenmounts Legion benötige. Habe aber noch Hortenparler 50 und habe nur noch die Stratholm-Quest benötigt. Somit auf Hortenseite gestern Abend schnell erledigt und für den Ali-Parler damit auch erledigt. Jo. Da kann die Twinksucht wieder nützlich sein. Absolut. So. Ich möchte ein paar Gratisproben. Jawohl. Soll ich hier noch irgendwas kaufen? Könnte man jetzt mitnehmen, die Karten. Aber ja, wir machen ja nicht die 100% voll. Sonst sollte man sich daran natürlich jetzt auch orientieren. Wäre zumindest nicht schlecht. Jetzt ist nur meine Frage. Muss ich wieder zu Neil? Ne, das ist einfach so fertig. Was? Das glaube ich ja gar nicht. Hatten wir schon mal ein Lager, wo er nicht mit von der Partie war? Das ist ja seltsam. Der Wind. Er dreht sich. Die Richtung. Leute. Seltsame Entwicklung. Mehr kann ich nicht tragen. Dodge mit dem fünften Monat. Vielen Dank. Danke für die tägliche Unterhaltung. Freut mich, dass du am Start bist. Oh, die ganzen Scherben. Ja, die lassen wir hier den, weiß ich nicht, wer sich hier ansiedelt. Den Verbannten. Den Flüchtigen. Den Heimatlosen. Die können die alle mitnehmen. Hast bestimmt den Alarm nicht deaktiviert. Ach, und das war die Verstärkung. Verstärkung, ja. Das war die Verstärkung. Da könntest du recht haben, das stimmt. Auf den Alarm habe ich in der Tat einen gepflegten Fick gegeben. Und das waren dann einfach die Banditen, die eigentlich erst zur Nachtschicht hätten kommen sollen. Ah, ja. Absolut true. Die hätten mir, glaube ich, vor ein paar Leveln ordentlich das Genick gebrochen. Aber so konnten wir sagen, oh, schön, dass ihr reinschaut, ne. Und weg sind sie. Kampfüberbrückung. Verlängerte Überbrückung auf unbegrenzte Zeit. Ja, wild. Das wird sowas schon mitgenommen. Sehr nice. Dann haben wir hier noch ein paar Heilkräuter. So. Und dann gucken wir mal, wo wir noch was finden. Das haben wir jetzt auch erobert. Und hier unten hatte ich doch irgendwo noch eins. Wo ist es? Da. Jawohl. Zwei Zahn. Das klingt jetzt aber auch nicht sympathisch, oder? Zwei Zähne? Äh, ich meine, Alf hatte vier. Und hat er gefressen, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber nur zwei? Dann wenigstens nur einen, oder? Dass man sagen kann, ey, ich habe so einen Kuchenzahn, weißt du, mit dem man dann so Dosen öffnen kann. Aber zwei ist ja auch wieder. Einen ganz vorne, einen ganz hinten. Kannst du doch nichts mit anfangen. Dann kann man es auch lassen. So sieht es aus. Das ist das Lager schon. Das sieht jetzt aber recht unheilvoll aus. Hör mal. Was ist da denn los? Spongebob hat nur zwei. Das stimmt. Ja gut, aber die sind auch dicht beieinander. Dann geht das wieder. Crispy, hi. Ist ja dann wie so ein Häschen im Grunde. Hasenbob. Man kennt ihn. Joa. Dann würde ich jetzt einfach mal lunzen. Wo hier die Wachen anfangen. Und ob hier was übrig ist. Oder Vanille in der Zwischenzeit vielleicht hier. Weil das ist doch schon kein Lagerfeuer mehr, oder? Ist doch halbes Lager niedergebrannt. The fuck. Maybe habe ich auch einfach nur einen vergessen beim letzten Mal. Ich weiß es nicht mehr. Zwei Zahn. Ja. Questmenü öffnen. Befreie die Siedlung. Okay. Ah. Die haben erst die Siedlung erobert und die niedergebrannt. Und dann ihr Lager drumherum errichtet. Das ist ja wohl auch komplett asozial. Hör mal. Weil das ist euer Problem. Malen sich an wie Kratos. Und dann machen sie hier so eine Scheiße. Also ohne mich an dieser Stelle. Ey. Manchmal hasse ich Amazon. Geschätzte Lieferzeit heute zwischen 11 und 21 Uhr. Was ist das denn für eine Zeitangabe? Ja, was hast du bestellt da? Ein Telekom-Techniker? Oder? Kein Platz. Was überschneidet sich da? Kein Platz haben die gedacht, als wir den Termin in Empfang genommen haben. Christa, Hallöchen. Wir haben begrenzte Sicht, weil der Schnee hier ordentlich rumwirbelt. Wir haben da wieder ein paar Gefangene. Ein Alarm. Damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Ach ne, ein Alarm. Das muss doch nicht sein, oder? Was haben sie mit den Gefangenen vor? Das will ich auch nicht wissen. Stimmt nichts Gutes. So sieht's aus. Da drüben ist der Alarm. Den markiere ich mir mal. Und dann könnte ich doch jetzt ein mega geiles Tag-Teamplay machen. Zack. Den wegzwirbeln und den hier auch. So. Messer rein. Gedärme raus. Fahrradteile. Okay. Das ist jetzt eigentlich nichts mega Spezielles. Aber so oder so dürfte das ja auch nichts mit der Lieferung dann zu tun haben. Zumindest nicht mit der Lieferung zu dir, ne? Tja. Seltsam. Rums. Hoffen wir, dass es dich dann in einem günstigen Moment erwischt. Ich würde dann warten, ja? Wenn es heißt, so hast du ein 8 Stunden Zeitfenster, in dem das geliefert wird oder in dem der Techniker kommt. Wie er da einfach zusammengesackt ist, auch geil. Schön entspannt machen auf der Bank. Und dann gehe ich duschen, nachdem ich 5 Stunden gewartet habe oder so. Und in dem Moment, wo ich naggisch die Dusche betrete, Ding Dong. Tausendprozentig. So. Sie hauen wir auch weg. Ja, oder du wartest den ganzen Tag und dann kommt, ja, es gab Probleme, kommt erst morgen, selbes Zeitfenster, ne? Ja, hat man auch immer wieder gerne. Hatte die gute Spoonie neulich mit einem Schrank, bilde ich mir ein. Das ist auch alles andere als schön. Ich meine, steckt man auch manchmal nicht drin. Ne, sind auch nur Menschen, die Lieferanten. Aber man fragt sich dann schon, warum trifft es jetzt gerade mich? Warum trifft es gerade mich, ne? Alarm ist weg. Das ist super. Was trägt der denn da? Ist das eine Waffe? Ja, das ist eine Waffe, Junge. Ich dachte auch, das ist ihr Lieferant, weißt du. Dann hätten wir jetzt zumindest gewusst, warum die Lieferung ein bisschen später kommt. Weil der Lieferant hatte einen kleinen Zwischenfall mit meinem Bogen. Spongebob ist ein Schwamm. Die ernähren sich durch das Einziehen von Wasser und da dann Nährstoffe rausfiltern. Das stimmt allerdings. Und halt ab und zu einen Krabbenbürger, ne? Auf der Suche nach mir. Da reichen dann auch die zwei Zähne nochmal. Oh, immer noch auf der Suche nach mir. But, da hat er einen Pfeil gefunden. Ich will die Waffe nicht nehmen, die ist so laut. Ich könnte natürlich den Sound einfach leiser machen. Ich bin in der Reihe nach abgeknallt. Aber dann höre ich diese Schreie nicht mehr. Zack. Und nur für die gehen wir ja in die Lager, wenn wir uns an Nils Worte erinnern. Nils Holgersson hat sich ganz schön verändert, Leute. Oder alle sagen das. Da kommt noch einer. Bums, was hat der hier rechts gemacht? Nur Ausdruckstanz, oder? Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie er da rumstolperte. So, das ist der Alarm. Wo ist denn noch einer? Da hinten habe ich einen vergessen. Das war wieder eine Patrouille, oder? Bei mir kam eine Lieferung von Amazon, auch schon mal um kurz vor 21 Uhr. Mitbekommen habe ich es nur, weil die Lieferung abgeschlossen wurde im Browser. Gefunden habe ich das Paket vor der Tür. Hier drüben! Es wurde nicht mal geklingelt. Damn. Ja, es gibt ja bei Amazon auch diese ganzen Minijobber, oder? Die dann auch so und so lange noch was nebenberuflich dann ausliefern an Paketen. Da meine ich mal so eine kleine Doku gesehen zu haben, wo ein Familienvater irgendwie drei, vier Mal die Woche sie noch ins Auto setzte und dann munter durch die Gegend fuhr. Und das ging dann auch bis sonst wie spät in die Nacht. Ja, je nachdem, wie lange es halt gedauert hat, die Dinger auch dann fertig zu kriegen, die er auf der Liste hatte. Vielleicht war das dann so, das letzte Paket, so ich kann und will auch nicht mehr, Junge, hier, nehmt jetzt, komm. Wenn es da nicht gerade eine antike Vase ist, die über den Zaun geworfen wird, dann ist das ja auch noch im Rahmen. Schwierig im Detail wieder. Hör auf, ich flippe aus, wenn ich nur daran denke. Ja, es ist ein Thema, das doch bewegt. Wie was zu sagen pflegte? Geduld. Wow. Aloy redet einfach mit beim Thema. Geduld. Weißt du? Nur weil sie keine Paket-App hat, die das genau anzeigen, kann man auch mal sowas raushauen. Tofu Bär, hi. Was haben wir hier? Schatzkisten. Ja, Gratisprobe nehme ich mit. Geduld war nämlich gestern. Probe ist jetzt. Und wir haben wieder kein Treffen mit Neil. Kann das sein? Kommt er erst beim letzten oder was? Nö, kein Neil. Neuer Reisepunkt. Okay, ich gucke mal, ob ich noch irgendwo ein Lager finde. Was ist hier? Nee, nee, nee. Da unten ist noch eine Brutstätte. Da ist noch ein Lager. Aha. Da könnten wir hin. Da das Feuer holen. Und, und, und. Von da aus hier runter, würde ich sagen. Oder? Das sollte eigentlich gehen. Machen wir. Läuft doch. Wunderbar. Ich bin ja auch so eine Art Lieferant. Der Bote des Todes. Der Bringer der Pfeile. Sehr schön. Ich freue mich schon, wenn ich gleich in ein Lager stolper, das nicht für Level 9 oder so ist, wo ich dann auch denke, ach, ich gehe mal rein und schieße mal hier so ein Pfeil. Und dann schießen die aber auch 30 Pfeile, ne? Hurra. Bei mir war es eine Webcam. Oh. Ja, das ist dann schon eine Ecke beschissener auf jeden Fall. Wurde einfach in den Regen gelegt. Zum Glück habe ich sie schnell gefunden. Auch wurde sie nicht irgendwie an die Wand gestellt, sondern mitten vor die Tür. Also einen Meter von der Tür entfernt. Okay, das ist dann in der Tat sehr weird. Tja, das ist dann ein gutes Gegenbeispiel, ne? Das ist jetzt zwar keine Vase und wenn die dann noch richtig verschweißt ist oder so, dann kann das ja auch gut gehen. Aber das sind halt alles so könnte, hätte, falls Fälle, ne? Deswegen wird der Mist ja eigentlich ganz gern im Vorfeld vermieden. Aber wenn es dann auch gut gegangen ist, ein bisschen Glück im Unglück schadet auch nicht, ne? Hier waren die Börscher, wenn ich mich nicht irre. Und das bedeutet, ich sollte hier sehr, sehr zügig durchrennen. Ah, shit, der steht da links. Ja, natürlich jagen die mich. Oh, Gott. Ja, sorry, ich hätte noch ein bisschen schneller flitzen sollen. Leute, ich will euch nicht fighten. Ich glaube, genau die habe ich vor allem schon mehrmals getötet. Ich will doch nur da unten mein Feuer erreichen. Ach, schön. Hier sind Tuthäne. Was ist hier schon? Bandit? What? Defias. Zack. Oh, der hat sogar überlebt. Butz. Oha. Was ist hier denn los? Wieso bewachen die hier das Lagerfeuer? Butz. Oh, hat er nicht gesehen. Alles cool. Alles cool. Ich gehe mal ganz nah ran. La, 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 la. Hallo. Upsi. Guten Tag. Oh. Sag mal. Putz. Oder gibt es hier einen Speer? Glaubst du ja wohl, wie die sich hier ducken, oder? Frechheit. Was hat er denn dabei? Wüstenglas. Das braucht er nun kein Schwein. Auch die Deutsche Post kann das auch. Im Briefkasten war eine Nachricht, dass ich mein Einschreiben im Shop abholen kann. Da ich nicht da gewesen sei, habe Homeoffice. Damn. Ähm. Wüstenglas? Nö. Schade. Ich dachte, wir kriegen jetzt den mega super Banditen-Patrouillen-Loot. Aber nö. Sad life. Und wir wollten jetzt weiter in den Süden. Da ist das Lager. Okay. Hier unten waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig, ne? Ist nur aufgedeckt wegen dem Langhals da drüben. Sehr schön. Gnull, hi. Ja, alles fein. Hoffe bei dir auch. Das sieht schon ein bisschen böse aus hier, oder? Mit den aufgespießten Maschinen. Die scheinen ein bisschen fleißiger zu sein da drüben. Aber gut. Will ich mich mal nicht aufhalten lassen. Noch habe ich ja kein Pfeil ins Knie bekommen. Oh, da oben steht schon wer auf dem Wachturm. Maybe so ein langer Schuss. Jetzt habe ich ein Grashalm im Bild, oder was. Zack. Ich glaube, es geht los. So. Eine Wache weniger. Bitte nicht runterfallen. Ja, ganz schön verdächtig da, die letzten Bewegungen. Heute ist bei mir Kinopaket angekommen. Der DHL-Fahrer hat es auch eilig, klingelt bei mir und rennt zum Nachbarn. Und hat auf dem Weg schnell die Käsesoße selber aufgegessen, weißt du? Oh, ich konnte es nicht aushalten. Das tut mir leid. Das sind die Leidensgeschichten der Moderne. Da ganz hinten steht auch noch einer. Oh Gott. Das ist ja wieder so ein langgezogenes Lager hier. Oh oh. Mr. Blink. Geil. Hat er in 10 Stunden auf 50 geballert. Jetzt kommen die letzten 10. Ja, dann gutes Gelingen. Es schüttet wie aus Eimern. Ja, das ist echt schlimm. Es regnet Pfeile. Schickt einen Pfeilhagel. Mach ich. War hier noch wer auf der Brücke? Ah ja. Oh shit, zwei. Ah, bitte sterbt schnell. Ja. Dankeschön. Ach, das war ja nett. Hör mal. Nein. Oh no. Da stand noch einer. Die sind aber wirklich gut aufgestellt hier. Hör mal. Alles irgendwelche erhöhten Positionen. Not. Schüffelt hier immer noch rum. Ja, war das jetzt ein Gespräch über dich, Aloy? Oder? Und was ist das für eine Butze? Was ist denn das für ein Dach? Hier regnet es ja drinnen mehr als draußen. Über Architektur und so müssen wir uns nochmal unterhalten, Leute. Also vermutlich nicht, weil ich euch alle töten muss, aber wenn es anders gekommen wäre, dann wären wir jetzt alle Handwerker. Zack. Dann sollten wir das verhindern mit dem Signal. Wo ist das denn? Ah, da unten. Oh shit. Oh shit, da rennt gerade einer hin. Ich sollte mich beeilen. Oh, da kommt noch einer, aber maybe bin ich schneller. Ja. Oh, und du kriegst auch noch einen. Oh shit, was hat der da für eine Waffe? Der lädt seinen Stab nach. Das kann ich nicht zulassen. So, jetzt bitte einmal reinpiksen. Jawohl. Signal ist weg. Wunderbar. Zack. Zack. Jetzt ist Ruhe, Junge. Sie krümmt sich noch vor Schmerzen wie so ein Wurm. Hat einen Pfeil im Bauch. Jetzt ist Ruhe. Ja. Aua. Von wo sie überall kommen. Oh mein Gott. Zack. Oh. Jetzt Legolas. Bring ihn zu Fall. Putz. Nice. Ey, wenn Legolas diese Slow-Mo gehabt hätte, ne? Helms Klamm würde noch stehen in voller Blüte. Ohne komische zersprengte Wehrwelle. Oder Wehrwölfe. Oh. Da geht sie zur Seite. Hör mal, meine liebe Freundin. Ich wollte nett zu dir sein, ne? Aber so wird das schon mal gar nichts hier. Wo kommt sie denn jetzt? Da. Hin und her tingeln. Unglaublich. Und da hinten sind noch zwei. Ansonsten sind aber schon alle beisammen gewesen, würde ich mir ein. Ja. Das ist doch super. Lieber beisammen als beisams. Da geht sonst einiges schief mit den ganzen Wunschpunkten. Booster-Nebenwirkungen kicken ziemlich rein. Aber so ein bisschen Ablenkung ist da auf jeden Fall ganz gut, ja? Dann drücke ich die Daumen, dass du schnell durch bist mit dem Bumms, ne? Mein Arm tut tatsächlich auch noch weh von der Hypo. Die hat ganz schön reingeballert so. Ich habe absolut keine anderen Nebenwirkungen. Aber mein Arm wie so ein Wespenstich, ja? Aber tagelang Wespenstich. Aber das lohnt sich bestimmt alles. Na klar. Irgendwie regnet es bei dir fast in jedem Banditenlager, während du es ausräumst. Ja, das ist bestimmt auch fürs Feeling, ne? In so einer richtig ranzigen Schlacht. Da muss es auch noch regnen, dass man am besten noch ausrutscht im Schlamm. Wenn man so ein Feuerpfeil voll in die Schnauze bekommt. Großartig. Ne, mal ohne Scheiß. Geht's set für dein Aim? Danke. Es ist, zumindest im Vergleich zu Zelda, ein bisschen besser in Horizon, ne? Lul. Aber die haben wir ja auch schon ein bisschen länger jetzt geübt. Da treffe ich tatsächlich mal das, was ich treffen möchte. Das ist in der Tat etwas sehr Schönes. Oh, was macht sie hier? Ein bisschen Spagat? Was macht sie denn? Hallo? Hm? Ah, jetzt gehe ich lieber wieder runter, Leute. Ich wollte eh nicht nach oben. So, das war dieses Lager. Haben wir noch irgendwo etwas? Lululu. Irgendwo was Blaues. Hier ist was Blaues. Da ist was Blaues. Und hier oben hatten wir eigentlich auch die Banditenlager. Waren das alle? For real? Weil wir haben ja auch alles aufgedeckt, ne? Das heißt, wenn es noch eins geben müsste, müssten wir es durch die Langhälse ja eigentlich spotten können. Aber ich kann keines weiter sehen. Brutstätten, Panorama, Sturmvogel. Das ist auch so eine Art Bandit, aber der darf leben aus Gründen. Aus Gründen. Ich könnte die Symbole auch ausblenden. Ja, wir haben diese Filteroptionen. Aber ich glaube, wir hätten das Blaue jetzt gespottet, oder? So, beziehungsweise, wait, ich kann ja auch einfach alle ausmachen und Banditenlager ein. Da können wir natürlich nochmal auf Nummer sicher gehen. Aber ich glaube, wenn da noch eins gewesen wäre, hätten wir das zwischen den ganzen weißen Symbolen erblickt, oder? Das war es tatsächlich. Jo, ich dachte, no joke, dass wir irgendwie noch 20 oder so davon haben. Aber da habe ich anscheinend auch die Mapgröße ein bisschen fehlerhaft eingeschätzt. Nö, die sind alle durch. Aha. Dann vermisse ich aber Neil, hör mal. Keine offenen Aktivitäten. Das ist ja merkwürdig. Anlass zur Sorge Abschied. Aha. Okay, here we go. Anlass zur Sorge. Neil, ein geheimnisvoller Fremder, fordert Aloy bei ihrem Zusammentreffen dazu auf, mit ihm Banditenlager zu überfallen. Mit dem sollen wir jetzt reden. Okay, wo ist er denn? Oh. Ja, ähm, nicht so weit weg. Ich kann ihn quasi riechen. Akastor, sei. In Jurassic Park regnet und stürmt es auch immer, wenn es wild wird. Da weiß man dann, jetzt ist die Kacke so richtig am Dampfen. Absolut. Noch 20? Das ist ja doch kein Assassin's Creed, das mit Filmmaterial vollgehauen ist. Stattdessen nur mit Neil. Mal schauen, was er jetzt sagt. Kann ja sein, dass er jetzt in uns die letzte Herausforderung sieht. Das würde ich ihm nicht empfehlen. Aber maybe würde ich es mir auch nicht empfehlen. Wer weiß, was er eigentlich für ein super krasser Dude ist, wenn es so richtig drauf ankommt. An sich hatte er bisher ja immer Spaß, ne? Ah. Es ist so bittersüß, wie ein Lächeln mit blutigen Zähnen. Okay. Was ist denn los? Du siehst enttäuscht aus. Die Banditenclans sind fort. In der Südebene soll noch einer abgedreht haben. Nur wegen unseres legendären Schaffens. Das war der Sinn dieses Blutvergießens. Die Banditen zu vertreiben. Aber jetzt ist niemand mehr zum Töten da. Außer... Nein, nein. Dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Nach all unseren Taten ist dies nicht der richtige Ort. Da ist ein Berg, südlich von Meridian, mit Blick auf die Speerschäfte. Triff mich dort. Okay. Rede mit Neil. Die zweite. Es erinnert mich an diese schöne Quest, die wir in Valhalla hatten. Mit dem guten Ivar war's, ne? Ich will mal Ingvar sagen, weil ich an Burg Utgard denke. Ich kann mir eigentlich nur denken, dass er jetzt ein 1 gegen 1 wählt zum Abschied, ja? Dass er jetzt seinen Auftrag hier als erfüllt ansieht. Und jetzt denkt, okay, jetzt bringen wir das auf die Art zu Ende, wie ich schon immer gelebt habe, ne? Mal sehen. Ich bin gespannt. Wechsel-Time. Ist ja auch gar nicht so weit weg. Insofern können wir mal eine schnelle Flitzung hinlegen. Aber das war schon nicht von ungefähr, dass ich die Pfeile nochmal aufgefüllt habe. Ich denke, er hat eben schon drüber nachgedacht. Sagte dann ja aber so, nein, nein. Wobei auch da die Betonung sehr seltsam war. Aber vielleicht bezog sich dieses Nein-Nein nicht auf Nein, wir kämpfen nicht, sondern nur auf Nein, wir kämpfen nicht hier. Dass ihm da schon die Idee für eine bessere Location kam. Oder da ist jetzt irgendwas anderes, auf das er noch Jagd machen möchte. Irgendwas, was er alleine vielleicht noch nicht geschafft hat. Auch irgendein legendäres Banditenversteck. Oder fängt er jetzt an, Gefallen an dem Jagen von Maschinen zu finden. Aber eigentlich war das bisher überhaupt nicht spürbar, ne? Deswegen ist, denke ich, meine, unsere Angst nicht ganz unbegründet. 180 Meter noch. Dort oben drauf vermutlich. Okay. Da brennt auch schon irgendeine Fackel oder so. Mal sehen. Vielleicht hat er schon alles geschmückt. Vielleicht lädt er uns auch zum Brunch ein. Hat ein bisschen Pizza bestellt. Schön ein bisschen Bier und so weiter. Großartig. Ich muss mich an die schöne Scrubs-Folge denken, wo JD Dr. Cox besuchen wollte. Und dann auch irgendwie Pizza und Bier dabei hatte. Und dann kamen die Freunde von Dr. Cox. Und dann war das so eine Männer-Football-Runde. Das war auch schön blöd, die Szene. So, wir sind ganz oben. Hallöchen. Oh, okay. Die Sendezentrale. Da senden wir jetzt den Realtalk aus Horizon direkt ins nächste Flair-Interview. Oh Mann. Das ist eine Metallblume. Ich wollte gerade sagen, was war dieser Sound? Eine Blume. Dann haben sie nicht zurückgelassen. Ah. Das sind neue Pflanzen. Ich hatte schon Angst, dass hier jetzt irgendeine Maschine aus der Ecke kommt, die ich noch gar nicht kenne. Auf einmal hört man irgendeinen Sound. Ganz neu. Hä? Gefährlich. Jo, hier finden wir noch eine Menge Relikte. Ein paar Uhren zum Verticken. Eine Menge Heilkräuter. Okay. Neil steht auch schon da. Und er hat bereits aufgeräumt. Und also, selbst wenn hier legendäre Banditen waren, naja, dann waren sie halt hier und sind es jetzt nicht mehr. Absolut kein Platz dafür. Jo, wir nehmen mit, was noch passt. So, ein paar Scherben. Neil, ich bin gleich da. Ich muss erst looten. Du kennst mich ja. Muss ich ihm ja nicht erzählen. Elmo, hi. Gut. Da hochklettern? Wir haben eine Luft. Ich glaube, keine gute Idee, oder? Will ich nicht wissen, was man sich da alles an Krankheiten holt, wenn man sich an diesem verrosteten Metall da schneidet. Da kannst du gleich deinen halben Körper irgendwie abtrennen mit einer Guillotine und dann überlebst du das vielleicht. So. Was geht man lieber? Neil, ich hab mich unterwegs gefragt, na, ob du mich in einen Hinterhalt lockst? Wo wär denn da der Spaß? Irgend so ein Banditenlager wäre doch keine Arena für uns. Aber das hier, viel besser. Hier herrscht Dramatik. Also, was sagst du? Was würdest du von einem Duell halten? Okay. Was? Moment. Du bringst mich hierher, damit wir uns duellieren? Bis zum Tod. Und mit Genuss, weil mir nur diese eine Chance haben. Tja. Was habe ich auch anderes erwartet? Marco Ra. Ich will ihn eigentlich nicht töten, aber gut, andererseits hat er ja seine selbsterlegte Mission durch und ich weiß nicht, was seine nächste Mission sein wird, wenn er am Leben bleibt, ne? Ob er dann sagt, na, jetzt habe ich Banditen getötet, vielleicht töte ich jetzt? Arglose Dorfbewohner. Aber, let's go, Fenris, siebter Monat, vielen Dank. Dankeschön. Wir nehmen das natürlich an. Wenn es denn so enden muss, Neil. Alles muss enden. Bloß, du bist so ein pflichtbewusster Mensch. Ich möchte dich nicht zu etwas Unauthentischem drängen. Vor allem der Tod. Es gibt nichts Authentischeres. Sehr rücksichtsvoll von dir. Voll nett, Mann. Ja, wir ziehen das durch. Ich habe extra mein Deck dabei mit dem schwarzen Magier. Das läuft. Beenden wir es. Okay. Ob ich ihn onehitten kann? Oder ob er jetzt der Hidden Endboss ist? Oh, er moved schon mal ein bisschen. Zack. Oh, er hält aus. Und er hat Bomben dabei. Okay. Zack. Jawohl. Kritischer Treffer, mein Freund. Ui. Mit meinen Schockschlägen hat er nämlich nicht gerechnet. Der Schlawiner. Ja, komm doch angerannt hier. Oh, oh. Hüpferling. Junge. Er blockt sogar. Aber nicht von hinten. Oh, starke Schmerzen. Wer nicht gucken, wie viel so ein aufgeladener Schuss noch reindonnern kann. Aber ich werde verfolgt. Oh Gott. Maybe jetzt. Ja, gute Chance. Zack. 167. Autsch. Hör mal, einen will ich noch. Bleib stehen jetzt. Zack. Nee, 167. Dann können wir auch normal ran. Bäm, Junge. Und Krit. In den Boden gerammt. Okay, aber er lebt noch. Das war aber echt brutal, der letzte Hit, oder? Zack. Von oben im Stehen. Runter. Da war Druck hinter. Er ist echt tot? Na gut. Na gut. Ja. Folgt so ein bisschen meiner Argumentation vom Vorfeld. Aber ich hätte echt gedacht, wir machen jetzt noch sowas wie, ja, ich werde dich nicht töten und es gibt immer eine nächste Aufgabe und so. Aber, nö, wir haben ihn echt einfach gekillt, okay? Einfach kaputt gedroschen, den Kollegen. Kann man machen. Vielleicht stirbst ja auch du. Das hätte auch passieren können. Ja, aber da hätte ich nicht drauf gewettet an dieser Stelle. Erfen, hi. Jo, alles cool. Hoffe bei dir auch. Was haben wir denn? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Übelsten Schmutz-Loot. Nicht mal was Spezielles. Okay. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, der Fight wäre sicherlich ein bisschen intensiver gewesen, wenn ich jetzt nicht mit fast Maximalstufe diese Quest erst nachgeholt hätte. Aber so vom Loot her dachte ich jetzt, wir kriegen noch irgendeinen speziellen Sperr oder einen Bogen. Aber nein, wir haben Neil einfach gekillt. Jetzt liegt er hier dort, wo alles für ihn begonnen hat, bei den Banditen. Und das ist einer von ihnen. Loot ist Loot. Das stimmt. Nee, hi. Loot ist auch immer erstmal Loot. Okay. Das war die Geschichte mit den Banditen. Das ging ja geschmeidiger von der Hand als erwartet. Das heißt, wir können uns so ein paar Panoramateile angucken. Lasst mal schauen. Habe ich dafür auch extra Markierungen? Sammelobjekte? Zählen die dazu? Banditenlager weg? Jagdgebiete? Händler Lagerfeuer? Oder bei alten Ruinen? Ah, okay. Da sind sie mit bei. Sehr schön. Ja, da haben wir, oh Gott, da haben wir ja noch ordentlich was vor uns. Holy. Aber dann sollte ich auch die Lagerfeuer wieder einblenden, oder? Lagerfeuer, jawohl. Das haben wir geholt. Da unten ist zum Beispiel eins. Na dann, reisen wir mal hin und hoffen, dass die Rätsel nicht zu krass sind. Holy shit, sonst ist es auch wieder so ein halber Zelda-Schrein. Wrell, Hallöchen. Wir wissen, dass diese Panoramaobjekte uns einen Blick in Vergangenheit gewähren. Also die zeigen dann, wenn wir richtig stehen, wie es hier aussah, bevor die Welt unterging. Was ich extrem cool finde, aber, 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 ob wir da auch hinkommen, ist die Frage. Das gilt es jetzt herauszufinden. Da oben soll es sein. Jawohl. Wann kommt das auf YouTube? Will endlich weiterschauen? Alle drei Tage müsste eine neue Folge kommen, insofern nichts dazwischen kommt. Was ist, glaube ich, nicht... Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Nicht tut in nächster Zeit. Danke, ey, Loi, für diese geile Zwischeninfo. Hast du die Banuk-Statuen auch eingesammelt? Das sind auch coole kleine Herausforderungen. Die, die ich gefunden habe oder gespürt habe, wenn irgendwas vom Fokus auskam, dann ja, aber gezielt nicht. Nee. Okay, diese kleineren Sammelaufgaben, die fallen bei mir so eher unter diese 100%-Geschichten, ne? Und da habe ich jetzt keine große Priorität drauf gesetzt. Jetzt ist nur die Frage, da oben auf dem Baum? Nee, oder? Äh, bin verwirrt. Ich hätte jetzt eher gesagt, da oben auf dem Berg, oder? Da ist irgendwas. Ein kaputter Wächter. Oh, da ist irgendein Panzer. Dann hängt es eher damit zusammen, oder? Es ist ja wieder ein großes Gebiet, in dem wir diesen Fokus suchen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier mit zu tun hat, oder? Hier ist noch ein Berg. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Aber der Marker in der Mitte verwirrt mich gerade mehr als alles andere. Holy Shit. Ist das ein normaler Panzer oder ein Todbringer? Nee, das ist ein normaler Panzer, oder? Also, schon ein bisschen aufgerüstet. Könnte auch aus Starcraft sein, aber hier von der Form her, keine Maschine, die wir bekämpft haben, oder? So, das heißt, entweder dort oben auf dem Berg. Ja, da leuchtet doch auch schon was. Ja, dann ist es dort. Oder hier links. Aber nö. Wir gehen gleich hier mal hoch. Bin gespannt. Ich glaube, ich konnte dann sogar auch eine kleine Tonspur abspielen. Und das Ganze sollte ja zusammenhängen, ne? Ja, fairerweise kann man natürlich sagen, dass das auch irgendwie eher so eine 100% Sammelei hier ist. Aber das hat noch mit am meisten Story, bilde ich mir ein. Deswegen bevorzuge ich das so ein bisschen. Katzi, was machst du gerade? Du machst auch irgendwie Panoramasammelei, ne? Ich sehe das schon, ja. In Form von Leckerlis. Das sieht aber schick aus. Okay. Was soll das denn für ein Gebäude sein? Ist das ein Unicampus? Ein Militärgelände? Beides. Sehr wild. Da unten sind sogar Leute, oder? Schöne Momentaufnahme. Ey, und so sah das mal vorher hier aus. Was zum Teufel. Sowas finde ich immer unglaublich cool. Gibt auch im Rahmen vom schönen Harzkreis gewisse Historiker. Kann man die damit verbuchen. Die auch so kleinere Filmchen verkaufen oder auch gratis auf ihren Facebook-Seiten anbieten. Wo die so bestimmte Schauplätze und auch historische Plätze fotografieren. Und dann eben mit alten Fotografien oder Zeichnungen abgleichen, ne? Gucke ich mir auch manchmal ganz gerne an. Also, jetzt nicht ständig, aber hin und wieder wird es ja in die Timeline gespült, ne? Finde ich immer ganz cool. Hattest du im DLC eigentlich das Gebäude und den NPC gefunden, bei dem die Tierstatuen abgegeben werden? Der hatte auch noch ein bisschen Dialog. Ich glaube tatsächlich nicht. Geh da mal rein, dann siehst du es. Das Gebäude hat überdauert. Oh, okay. Kleinere Filmchen, ja. Diesen nackigen Historikern, ne? Sehr gut. Die Audio-Einblendung habe ich verpasst. Oh, damn. Dann sollte ich maybe nochmal zurückgehen. Und dann kommt die vielleicht nochmal. Ah, ja. Apokaschitz-Torrentur, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent. Hielt ein Militärgeschichts-Seminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht. Ah. Hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehnen können. Ich war acht, als er starb. Das war keine schöne Erinnerung, aber dann ist das wohl ein Flugplatz, ne? Was diese kleine Statue, nehme ich mal an, da links vom Gebäude erklären könnte. Air Force Akademie irgendwie so. Ah ja, und da sehen wir noch die Überreste vom Gebäude. Cool. Ja, da gehen wir auf jeden Fall mal rein. Da finden wir bestimmt auch noch was. Sehr, sehr nice. Aber die Natur hat sich alles zurückerobert, ne? Verdorbene Zone. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Ja, wobei, da sind ja nur lauter Low-Bird-Maschinen. Die kriegen wir doch in den Griff, oder? Da ist noch ein Wächter, glaube ich. Ähm, wir gehen einfach mal drauf los. Hier kommen Pfeile rein. Slow-Mo rein. Maximale Spannung. Und putz. Jo, das knallt. Zack. Schön zerlegt. Der Rektalschuss hat ihn gerichtet. Kann ich die maybe sogar mit dem Speer zerlöten? Warte mal, wenn ich jetzt hier rein slide. Und dann sage, hierher. Braves Hundi. Braver Lumpi. Ja, komm mal gucken hier. Ich will mal sehen, wie viel der Speer an Schaden drückt. Weil die Pfeile, ja, das war nur fast der Kill, ne? Mal schauen. Ja, kommen Sie mal her. Haben Sie einen Moment Zeit, um über Flugzeuge zu reden? Ui. Kompletzer Bär. Ist das sehr schön? Oh, da ist schon der Nächste. Aber. Ah ja, müsste ich reden. Okay, na dann. Äh, mich war zu langsam, ne? Die miese Sau. Oh, oh, oh. Jo. Da hatten die drei Pfeile doch ein bisschen mehr Bock. Was ist mit ihm da oben? Der kommt jetzt mal gucken, was mit den Kumpels los ist. Ey, Leute. Kommt ihr nachher mit zur Vorlesung? Um zu hören, wie Flugzeuge fliegen. Nein. Putz. Lernt ihr es auch nicht mehr. Schade, ich hätte das auch voll gern gewusst, ey. Mit so Vergleichsbildern, wo man so ein Flugzeug neben den Adler setzt und dann aufzeigt, wie das mit den Flügeln funktioniert. Und mit irgendwelchen Auftriebskräften. Ah. Schade. Leider werden wir es alle niemals erfahren, Leute. Es ist erlaubt zu weinen, denn es ist wirklich schade. Ich habe so einen lustigen Würfel auf der Karte. Bin mir noch nicht sicher, ob wir den schon mal hatten. Es ist einfach irgendeine Lootkisse. Warte mal. Oder hat das mit dieser verdorbenen Zone zu tun? Habe ich noch nie drauf geachtet, glaube ich. Würfelsymbol. Sondereinsatzbefehl. Aha. An alle derzeitigen Einheiten der Kompanie E, 5. Bataillon, 3. Brigade, der Zivilistengarde, Aurora-Zone. Gott, ich glaube, die haben ja ein bisschen mehr gelernt als, wieso fliegen Flugzeuge. Wenn du den schon hattest, würde der Würfel nicht mehr angezeigt werden. Ah, okay. Erstens, um 0500, Meldung beim Fertifrachter Landeplatz Onyx machen. Gehen Sie an Bord des zugewiesenen Werts. Abflug um 5.30 Uhr. Das waren die militärischen Zeiten einfach. Ohne Punkt und Komma hintereinander weg, bilde ich mir ein. 0500 Uhr. Zweitens, Ankunft in Bayra, Mosambik, um ca. 0 Uhr Ortszeit, Unterkunftzuweisung und Arbeitspläne nach der Landung und Einweisung. Drittens, Unterstützung der mosambikanischen Verteidigungsstreitkräfte und Zivilistenbataillone beim Aufbau von a. Verteidigungssperren an der Kanalküste und b. Ballistischen Schutzschilden um den Aeroporto Internacional de Bayra. Okay, der Flughafen vermutlich, ne? Viertens, nach Abschluss der Bauarbeiten Teilnahme an Trainingseinheiten für Kampf- und Verteidigungseinsätze in Erwartung des Feindkontakts. Fünftens, wie immer gilt, erweisen sie sich ihrer Einheit, ihrem Land, den Zielen der Operation Enduring Victory und sich selbst würdig. Das kennen wir sehr genau. Sondereinsatzbefehl Ende. Also ordentlich was los gewesen hier in der Basis. Okay. Junge und die Wurzeln hier durchgebrochen. Ohne Gnade. Krass. Wir können ja gleich unten nochmal schauen, aber hier scheint das dann das Wesentliche gewesen zu sein. Sabine, hi. So, gerade geboostert. Der Impfchip ist drin und bootet gerade. Ab morgen habe ich 5G. Ja, nice. Geht, Saddy. Drücke ich die Daumen für aushaltbare Nebenwirkungen und Co. Was haben wir hier Schönes? Noch ein bisschen Gebüsch zum Verstecken. Aber ansonsten ist hier einfach nur dunkel. Hier ist ja gar nichts. Oh Gott. Alles eingestürzt. Hier noch so ein paar Überbleibsel von Statuen. Holy fuck. Ich liebe sowas ja, ne? Ich liebe es ja, sowas zu erkunden. Ihr habt auch, glaube ich, hundertmal, tausendmal die erste Folge von Walking Dead gesehen. Einfach, weil ich es immer cool finde, diese Endzeit-Szenarien quasi zu erkunden. Ja, und ob das jetzt in einem Film oder in einer Serie oder in einem Game ist, ich mag das sehr, sehr gern tatsächlich. Okay, das war dieses Panorama. Wo haben wir denn noch welche? Da drüben? Nö, da auch nicht, da auch nicht. Hier waren doch eben ganz viele. Ah, da direkt beim Lagerfeuer. Ach, gucke. Vor allem sind hier drei so dicht beieinander. Aha. Ja gut, am Anfang war das vermutlich noch ein bisschen gestaffelter alles. Und hat sich dann immer weiter verlaufen und zerlaufen. Mal sehen, was uns das nächste zeigen wird. Hoffentlich hängt das auch wieder mit so einem Gebäude zusammen, dass wir direkt das Vorher-Nachher haben. Wo es natürlich auch krass wäre, wenn man gar nichts mehr sieht von dem, was da einmal stand. Holy shit. Direkt weggebombt. Kam so ein Todbringer vorbei, hat sich gedacht. Jo, ich zieh mal ein paar HCDs, Junge. Rums. Einfach alles platt gewalzt, ne? Oh boy. Haja, Häschen. Haja, bleib mal stehen. Warte. Ah, nein, er ist zu schnell, der Hase, Freund. Er ist viel zu schnell für mich. Wollten wir ja eigentlich angewöhnen, auch wieder ein paar Tierchen mitzunatzen. Aber ihr seht, die verdienen sich das Leben, ne? Der geübte Jäger könnte natürlich auf den Bogen wechseln und diesen hier machen. Aber ich glaube, am wichtigsten waren die Fische, ne? Da braucht die nur irgendwelche Knochen und Gräten und von den Häschen. Ja, höchstens für irgendeine Tasche. Von den, von den ganz neuen Waffen, ne? Wo wir wieder bei Null quasi anfangen mit den Ressourcen, die wir da reinstecken, um die zu erweitern. Deswegen haben die Tiere auch weiterhin großes Glück. Oh damn, warum rennen hier denn so viele Viecher rum? Holy shit. Oh, das sind irgendwelche Treppen. Was war das hier? Äh, auch ein riesen Campus von irgendeiner Firma. Ih, der ist ja auch verdorben. Oh, oh nee. Ah, gut, den machen wir mal lieber platt, oder? Für die Sicherheit. Ich würde sagen, ja, pass auf, den zünden wir erstmal an hier, den Kollegen. So. Schön abwarten und rein damit. Jawohl, Junge, der brennt ja direkt. Holy shit, das hat ja anders reingezwirbelt. Sehr gut, na dann, mehr Pfeile und mehr Wumms. Oh, das war aber sehr viel Wumms, hör mal. Zack, schön in den Brustkanister rein, hier mit den aufgeladenen Schüssen und dann ist doch auch gut. Oh, Kacke. Seit wann guckt ihr denn auf hier? Zack. Ja, erster, mein Freund. Und rein da. Sehr schön, hau kaputt. Autschi. Mit seinem letzten Atemzug hat er mir noch eine verpasst, ne? Mit seinem Verderbnis dort hier. Aber das ist nicht so schlimm, halten wir aus. Und dann, zack. Sehr schön. Den haben wir direkt mal hingeledert. Der steht aber auch gleich wieder auf. Uh, die sind schnell. Die sind schnell. Nicht gut Kirschen essen mit den Verdorbenen hier. Obacht, aufgeladen, weg. Oh, oh, da sollte ich lieber die Slow-Mo anschmeißen. Oh nein, schön in Ruhe in den Pöppes. Zack. Ja. Habe ich mir geiler vorgestellt, den Schaden. Wutz. Der war gut. Okay. Deswegen liebe ich ja die Fallout-Reihe so sehr. Ja, Fallout natürlich auch ein super Beispiel. Was wäre, wenn... Schön leise. Was schreit hier noch? Oh, shit. Was wäre, wenn in dem Fall mit der Menschheit und den Atomwaffen und, 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 na? Putz. Sehr schön. Was wäre, wenn in dem Fall wir Atomkraft für was anderes als Bomben nutzen? Ja, genau. Das sind alles so Gedankenexperimente, ne? Die dann nicht nur versinnbildlicht, sondern auch in Games eben umgesetzt wurden. Ja, das ist schon cool. Habt ihr mal im Discord ein Bild geschickt, wo du den NPC für die Tierstadt und findest, falls du den auch noch besuchen möchtest? Ja, dankeschön. Apropos Tierchen, wie kommt man eigentlich an Fischgeräten? Die lassen sich nicht angreifen. Also ich habe es letztes Mal so gemacht, also die Dropprate war schon mal sehr beschissen, aber ich habe es so gemacht, dass ich vom Land aus geschossen habe. Ich habe dann den Fokus angeworfen und dann konnte ich die Fischis auch im dunklen Wasser sehen und dann habe ich quasi drauf geschossen und wenn sie dann tot sind, kannst du hinschwimmen und die looten, ne? Okay, da ist unser Panorama. Dann wuseln wir da doch gleich mal rüber, bin ja... Ich habe ein Panorama gefunden. Echt? Ich muss die Nachrichten noch zusammensetzen. Bin ja gespannt, was hier mal stand. Sehen wir gleich. Na dann, wenn du sagst, es fehlt dir, dann hol die Pfeile raus. Es wird geangelt. Gleich kommt Schmelke wieder rein, ne? Und auch die Angel schon mal dabei. Ich höre angeln. Weiß zwar nicht was, aber ey. Ja, weiter geht. So, Panorama. Ja, Fokus ist an, aber wo ist es denn? Warte. Ach so. Vielleicht sollte ich hier erst anwerfen. Oh! Wow! Amphitheater. Da ist ein Konzert gerade, oder was? Wow! Das ist aber auch eindrucksvoll gemacht. Cool. Muss ich nur noch mal rausgehen. Das war die Bühne da vorne. Und das sind quasi Zuschauerränge gewesen. Oh, okay. Sehr krass. Das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Ich muss wachsam sein. Ich muss wachsam sein. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich zwei Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das Erste, was ich sah. Okay, die Nachrichten sind halt sehr zerfetzt. Deswegen sagt der Aloy auch gerade, brauchen wir noch ein bisschen, um das alles zusammenzusetzen. Aber das ist schon auch wirklich bildgewaltig inszeniert, ne? Fucking nichts mehr übrig. Wow! Okay, cool. Gefällt mir sehr, sehr gut mit diesen Panoramen. Das heißt, da wäre das Nächste. Okay. Wir reisen rüber. Hast du mal versucht, den Plünderern mit einem Blitzpfeil an das Arschpaket zu gehen? Nee. Habe ich bisher nicht versucht. Klingt aber sehr abenteuerlich. Tribabu heißt, seine Mutter schon Max-Level. Nee. Wird auch nie passieren. Man kann zum Mats-Farm auch die Loot-Pfeile nehmen, wenn man die hat. Das ist natürlich auch ein guter Hinweis mit den unterschiedlichen Muni, beziehungsweise Bogentypen, ne? Kann man da natürlich auch ordentlich was rausholen. Schmelke Hai, siehste. Habe gerade von dir beim Angeln gesprochen. Von God of War. Komplett verpeilt, dass sie schon sobald auf den PC kommen, ne? Junge Junge. Das wird auf jeden Fall bei den nächsten Abstimmungen mit drin sein und höchstwahrscheinlich auch gewinnen, ne? Das werden wir nach Mass Effect Andromeda, denke ich mal, gemeinsam zelebrieren dürfen. Und das Nächste. Oh Gott. Da ganz oben? Nee, nicht ganz oben, oder? Junge, da ist zumindest noch ein Licht an. Irgendwer wohnt da noch. Irgendwer hat sich da häuslich eingerichtet. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass wir keine Maschinen sein sollen. Das ist ja fast zu ruhig. Hier war mal eine Straße. Schön der Freeway. Haufen Häuschen drumherum. Und dort hinten? Dort hinten ist auch nichts. Okay. Das ist krass. Hallo, hi. Dann muss ich nur mal schauen, wie wir hier jetzt am blödesten hochklettern. Waren wir hier schon mal? Ich weiß, dass wir mal ein paar Dudes aus so einem Gebäude gerettet haben. Die waren, glaube ich, von Sägezähnen eingekesselt. Aber ob das jetzt hier war? Tja. Irgendwer muss ja die Fackeln angemacht haben. Hoffen wir einfach, dass ich dem nicht in die Arme renne. Das ist jetzt das große Ziel. Der größte Wunsch. Hoppala. Da bitte. Dankeschön. Balo. Vierter Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Bin gespannt, wie du Andromeda finden wirst. Ich und die... Ach nee, ich fand es nicht so toll wie die Mass Effect Trilogie. Aber auch nicht so schlecht, wie es von vielen zerfetzt wurde. Abgesehen halt von dem Bug damals. Das dürfte ja so weit behoben sein, der ganze Bums. Insofern werde ich versuchen, das als eigenständigen Teil zu sehen und diesen entsprechend zu genießen. Bin auch sehr gespannt. Das wird dann im nächsten Monat höchstwahrscheinlich losgehen. Und danach sind wir durch mit dem großen Dreiergespann der letzten Abstimmung. Das heißt, es wird wieder eine Abstimmung geben für die nächsten drei Non-WOW-Streamgames. Und da wird God of War mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit in der Liste sein. Junge, haben wir aber Glück, wie hier die Steine auch gestürzt sind. Na, das war... Hier jetzt nach oben kommen. So, das brennt in den Armen. Jawollo. Schön langsam und dann dort drüben ans Seil. Hervorragend. Da sind wir schon. Ah, gucke. Gar nicht so hoch. Sehr, sehr gut. Mass Effect Andromeda konnte man bis vor ein paar Tagen noch für drei Euro bei Origin kaufen. Ich wollte erst zuschlagen, aber dann dachte ich mir, ich warte mal ab, wie du das findest. Ja, gut. Mit drei Euro für so ein großes Game kann man eigentlich selten was falsch machen. Aber, ja, wenn man dann vorher nochmal ein bisschen reinguckt und sagt, gut, spiele ich eh nicht. Dann kann man die natürlich auch sparen. Das stimmt wohl. Was haben wir hier? Oh, auch ein riesen Stadion oder was? Holy Shit. Ja, da drüben. Wow. Das ist sehr, sehr cool gemacht wieder. Heftig. Heftig. Apokasit Storm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metalurgists gegen die Harz-Team-Roy-Forrest ansahen. Das Emmen-Trikot sah bei deinem Sari ziemlich komisch aus. Sie sah ziemlich komisch aus. In dem Bild vom Stadion gibt es ein Easter Egg. Ob wir das finden, es hat sicherlich mit diesen Ringen dort zu tun, oder? Und diesen rumflitzenden, ich weiß nicht, was es sein soll. Bei Ringen denke ich an Sonic. Aber es ist sicherlich irgendeine andere Game-Anspielung, oder? Ich würde aber gerade nicht erkennen, welche es sein soll. Turaino, siebter Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Schatten von Mordo und Schatten des Krieges könnte dir vielleicht auch gefallen. Haben wir sogar schon gespielt. Haben wir schon gespielt on Stream. Und waren in der Tat sehr, sehr cool. Es ist ein Logo. Ach so. Ein Logo. Hm. Maybe finde ich das ja. Aber, ich glaube, nein. Kann ich mich noch weiter drehen? Nee, es ist auch nur dieser Ausschnitt da unten vielleicht. Soll es das sein? Aber was ist das? Ein R? Nee. Rockstar Games? Ich weiß es nicht. Nee, ich finde es nicht. Tatsächlich. Dann löst es gerne auf. Weil ich bin zu blöd, es zu erkennen. Entweder, weil ich es wirklich nicht sehe oder weil ich es vielleicht nicht kenne. Das sehen wir dann, wenn es aufgelöst wurde. Eine Rocket League Arena. Ah, Lull. Deswegen das R. Rocket League. Und das sind dann die Autos, die da rumzimmern? Nee, doch nicht. Das Logo ist von R.I.X. Mechanized Combat League. Ein VR-Spiel. Oh. Okay. Gut, das hätte ich nicht erkannt. Aber interessant zu wissen, dass das hier mit drin ist. Wäre jetzt auch bei Sonic Multiplayer Map Rocket League FIFA auf Crack oder so gewesen. Aber... Okay, gut to know. Ja, dankeschön für die Info. Aber... Das kann ich auf jeden Fall gar nicht. Trotzdem, sehr, sehr cool. Wir können ja mal rübergucken in das Stadion, ob wir da noch was finden. Vielleicht erwähnen sie es da sogar. Wir werden sehen. Rüberflitze. Noch ist dunkel. Noch können wir uns tarnen hier. Wird keiner Fragen stellen und die Karten kontrollieren. Da war das. Jawohl. Gehen wir einfach so ins Stadion, Junge. Ohne Karte. Eiskalt. Rücksichtslos. Und grausam. Rocket League hat mich auch nie gecatcht irgendwie. Keine Ahnung. Hatte ein paar Freunde, die das komplett gefeiert haben. Die da auch richtig, richtig Zeit eine Weile investiert haben. Und dann auch ziemlich gut waren. Aber hat mich überhaupt nicht abgeholt. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich weder mit Fußball noch mit Autos was anfangen kann. Aber... Butz. Aufmachen. Drogenfahndung. Klappt nicht. Schade. Vielleicht soll ich da gar nicht rein. Oder? Irgendwo muss da was offen sein. Das ist doch nicht so eingestürzt, dass wir... Oh. Gar nicht rein. Oh. Oh. Ich erinnere mich an diesen Ort. Wow. Wir waren hier schon mal drin. Das war einer unserer ersten großen Kämpfe. Hier mit diesen Lohenfässern und dem ersten Brüllrücken, glaube ich. Ne? Hier liegen sogar noch die Verderber und dampfen vor sich hin. Das war in diesem Stadion. Wow. Okay. Hätte ich jetzt nicht gesehen von außen. Krass. Sehr cool. Aber ich glaube, hier haben wir dann auch nicht viel übersehen. Wie gut waren deine Kollegen bei Rocket League? Ich kann dir das leider nicht beantworten, weil ich eben keinen Dunst von dem Game habe. Die haben zwar ab und zu mal was erzählt, aber... Die waren jetzt nicht irgendwie Weltrangliste oder super krass bei Turnieren, aber die haben halt eine Zeit lang richtig reingeschwitzt. Und das hat sich dann schon gelohnt. Und da wurden dann auch mal gemeinsame WoW-Abende für verschoben, wenn die da irgendwelche Games hatten. Aber da war ich selber nie der, der irgendwie durchgestiegen ist bei dem, was sie im Detail erzählt haben. Sie war high. Gut. Dann kennen wir auch das Stadion schon. Sehr schön. So fügt sich das langsam zusammen. Hier hatten wir, glaube ich, keine weiter. Da ist noch eins. Na denn. Reisen wir mal rüber. Ist das gewollt oder nur Zufall, dass es so aussieht? Na, das ist schon gewollt, oder? Auch mit diesem R da unten. Das passt ja auch zu Riggs. Da wird es bestimmt irgendeinen Zusammenhang geben, auch bei den Entwicklern. Vielleicht haben die es sehr gern gespielt, während sie Horizon programmierten. Sind es dieselben, die das rausgebracht haben? Ich habe keine Ahnung. Bücherworm. Hi. Ich spiele das mit meiner Schwester und einem Kumpel auf PS5. Die auf PS5, ich auf PC. Ich finde es lustig und man kann viel Unsinn anstellen. Das ist immer gut. Ja. Unsinn anstellen, das ist immer erstmal eine sehr, sehr gute Sache. Dafür kann ich mich im Zweifelsfall dann auch begeistern. Gut. Wir müssen von hier erstmal ein bisschen runter. Das ist doch schon wieder ein halbes Banuk-Lager, Junge. Da müssen wir erstmal einen Weg nach unten finden, möglichst ohne qualvoll zu verrecken. Ach du Scheiße. Wie war das nochmal, was ich gerade sagte? Wächter laufen da rum. Aber maybe komme ich an denen dran vorbei. Mal schauen. War vielleicht nicht das beste Lagerfeuer, das ich gewählt habe. Aber wird schon ein bisschen Fallschaden. Oh. Oh. Rolle, Junge. Schön abgerollt. Hervorragend. Versuchen wir mal drumherum zu sneaken. Vielleicht wird das geil. Sansa Milja. The Goofman. Ja, moin. Hi, hi. So. Wo könnte hier ein Panorama sein? Ich schätze dort drüben, oder? Hier kann ich mir das sehr schlecht vorstellen. Da unten ist ein Wegweiser. Ja, ich denke mal da drüben. Da sehen auch die Steine so verdächtig aus zum Hochklettern. Würde mich ja sehr wundern, wenn es da jetzt nicht auf uns wartet. Wir werden es begutachten. Abby, hi. Unsinn anstellen. Ich glaube, Craft müsste mal Just Cause 3 und 4 spielen. Da habe ich auf jeden Fall schon einige sehr interessante Zusammenschnitte auf YouTube bewundern dürfen. Kam hier nur so, weil es scheint hier ja wirklich wenigen irgendwas zu sagen. Ja gut, gerade VR Games, glaube ich, ist sowieso so eine Sparte, oder? Wo die wenigsten mitreden können dieser Tage. Leider. Leider. Okay, da vorne stehen irgendwie so ein paar abgeranzte Butzen. Aber mehr kann ich hier jetzt auch noch nicht erkennen. Mal sehen. Panorama. Wo ist es denn? Äh. Ach da. Oh, wow. Okay. Okay. Das ist so eine Art neureiches Gebirgsviertel, oder was? Grundstück mit eigenem Wasserfall. Wow. Oh. Ja. Ich glaube, der Immobilienpreis, der ist leicht gesunken über die Zeit hinweg. Aber das ist ja wirklich unglaublich hübsch. Holy shit. Das sind so Anlagen, so Hotelanlagen, irgendwo in einem Kurort in Oberösterreich, ja, wofür man dann zum Herbst hin in einer Insta-Story irgendwie Werbung bekommt. Und wo dann sowas steht wie, ja, kommen Sie in unser Luxus-Resort und schmecken Sie die frischen Äpfel, ja, und helfen Sie den Bauern bei der Ernte. Richtig Bock im Urlaub. Richtig, richtig Bock im Urlaub. Aber wirklich schön anzusehen. Absolut. Zioni, vielen Dank für deinen Rate. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream. Dankeschön, Dankeschön. Und Mesmerize haut gleich noch einen raus hier. 20 fetter Abos. Hat nur gehört Kururlaub. Nur gehört Kururlaub. Boom, Junge. 20 auf Nacken. Vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut diese Aussicht. Und ich konnte die Werbung auch nur so gut wiedergeben, weil ich die tatsächlich letztes Jahr bekommen habe und war dann kurz davor, spontan nach Oberösterreich zu fahren. Und ich könnte schwören, die Bilder in diesem Werbungsfeed sahen auch genauso aus. Naja, mal gucken, was der Kollege zu sagen hat. Die Erkenntnis, Junge. Sehr wild. Also, da würde ich wirklich gern wohnen, wenn das WLAN passt. Das ist natürlich immer wichtig. Ganz, ganz wichtig. Helfen Sie Sauerfang beim Sylvie verhauen. Vielleicht auch das. Das wäre dann sehr gut auf WoW-Spieler zugeschnitten, diese Werbung. Aber so krass war es dann doch nicht an mich angepasst. Schade, Bücherwurm. Vertan eine Chance. Wir werden das selber in die Hand nehmen und dann besser machen. Gut. Welch schönes Panorama. Welch herrliches Licht mal wieder. Wir suchen uns das nächste WLAN. Nur Kabel, aber dann so auch durch den Wasserfall gelegt, weißt du. Ja, da hätte ich komplett Bock drauf. Fällt abends das Internet aus, weißt du. Der Router baumelt irgendwo an dem Berghang runter. Und dann darfst du schön im Winter den Wasserfall runterklettern und das Kabel erneuern. Ah, Wackelkontakt. Viel Spaß. Ultrabock über 200 Meter. Das ist gelebte Wellness. Ja. Das ist eine wahre Kur. Hör mal. Für Geist und für Körper. Ja, alles wird da belebt. Super. Wir reisen mal da runter und gucken uns das nächste Panorama an. Bisher bin ich ja begeistert von diesen großartigen Ausführungen. Hier macht es sehr viel Spaß, das Ganze zu entdecken. Auch wenn ich bei den Nachrichten immer noch nicht ganz durchsteige, aber das soll, glaube ich, mal so sein. Sonst wird der Aloy das ja nicht selber noch erwähnt. Gut, wir speichern. 2000er Ping ist gut für die Seele. Ganz genau. So, wir wollen dort unten hin. Nehme ich noch ein Feuer mit auf den Weg? Können wir eigentlich machen, oder? Sonst ist das hier so grau in grau auf der Karte. Das ist ja nun auch wirklich nicht schön. Mutterherz oder Mutterkrone haben im Spiel irgendwo einen Bezug auf einen alten, bekannten Städtenamen. Anhand dessen und der Position von Old Faithful und Yellowstone haben ein paar Leute die Horizon-Karte über Amerika in Google Maps gelegt. Geben viele Überlappungen mit bekannten Orten. Cool. Sowas finde ich ja auch. Ratte! Oh, sie ist unsterblich. Cool. Sowas finde ich auch richtig, richtig nice. Das nehme ich lieber mit. Da gab es ja auch dieses eine Mittelalter-Game. Welches war das? War das Kingdom Come? Kingdom Come, ich glaube, wo sie auch wirklich sich an den historischen Begebenheiten bestimmter, was war das, böhmischer Regionen orientiert haben und das dann auch wirklich versuchten, eins zu eins umzusetzen mit irgendwelchen Borgen und Ruinen und, und, und. Kingdom Come Deliverance, genau. Also das muss ja auch eine Offenbarung für alle gewesen sein, die damit was anfangen konnten. Mir war das Game so ein bisschen zu zäh, aber dafür punktete es dann eben wirklich, wow, war mal ein Ruhigen da drüben. Wirklich mit diesen Bezügen, ja. Krass. Hat er nicht eine Mine hinter dem Wasserfall erwähnt? Meinst du, das ist so ein Klassiker gewesen, dass wir da nochmal hätten gucken sollen. Ja, du hast recht, er sprach von den Minen hinter den Wasserfällen, wo sie sich kennengelernt haben, ne. Das ist vielleicht der Eingang zu dem Kurhotel gewesen. Genau, Böhmen zur Zeit des abendländischen Schisma, meine ich. Das klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Und ich überlege gerade, ob wir die da drüben platt machen sollten. Aber ich weiß gerade nicht warum. Lass sie da doch rumtoben. Oh Junge, wobei, oh, wenn wir die rumtoben lassen, ist es bleibt nichts mehr übrig von dem Dorf. Ne, ne, dann sollten wir... Das hier muss Sonnenfeld sein. Holy shit. Es wird von Maschinen angegriffen. Ja, dann sollten wir vielleicht aushelfen so ein bisschen. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe die falsche Waffe. Wenn du, Werther Geneva, sagen, dass wir gekniffen haben, lassen wir es drauf ankommen. Das gefällt mir auch nicht. Rums. Oh, ja. Hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich erhofft habe. Aber die Hits sind an sich ganz lecker gerade. Holy hell. Oh, Junge, so ein Vieh hatten wir in der Arena. Ich erinnere mich. Slow-Mo ist noch nicht ready, aber ein voll aufgeladener da oben mal rein. Das war zwar unten, aber okay. Tank ich, tank ich. Alles cool. Oh, tank ich doch nicht. Oh. Holy. Was ist mit denen? Wie lockt man die Viecher denn an? Rhetorische Frage. Ich will keinen Guide haben. Ich verpisse mich erst mal wieder. Das ist ja schlimm. Sind wirklich doch keine Pfeile aufgeladen oder mal? Vielleicht, wenn ich hier jetzt stehe. So. Guck mal, jetzt vergisst ihr nämlich schon, dass wir da waren. Dann können wir jetzt schön gemütlich. Zack. Richtung Hinterkopf. 700. Sie nennen es eine Miene. Eine Miene. Rums. Oh, der war ja geil. Lauf, wenn du kannst. Der war ja richtig super. Holy shit. Aber wir haben noch einen. Und da der letzte Schuss so super nice war, wird es jetzt bestimmt Katastrophe. Der hat aber was Episches bei. Guck mal. Das ist doch erstmal ganz lecker. Ach, Motz. Okay. Motz, Motz. Was flamet ihr hier irgendwie die Gegner? Glaubst ja wohl. Ihr hättet eben komplett abgeschissen. Und jetzt haben sie große Fresse hier. Flächheit. So. Vielleicht wieder Richtung Hintern. Zack. Yo. Ich glaube, einer von den dreien ist rüber geflogen. Aber dafür haben die anderen sehr lecker gesessen. Ich glaube, ich versuche mal rumzugehen. Jawohl. Ist das Schild genauso groß wie der HP Pool? Ja. Das scheint mit zu installieren. Oh, was ich sehr cool finde. Deswegen konnte ich gerade so lange in den Steinen stehen bleiben. Weil es wirklich einmal die ganze EP-Leiste war. Zack. Jetzt will ich wissen, was die Ursache war. Nice. Okay. Yo, war ich hier noch gar nicht? Städte, die belagert werden. Aha. Das hatten wir ja schon mal mit Grauhaarbichten und so. Hast du uns aus der Patsche geholfen, Fremde. Willkommen in Sonnenfels. Ach, gucke. Sonnenfels. Wow. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir da jetzt rein stolpern. Ich wollte eigentlich nur... Sprich am besten mit Werther Geneva. Drinnen. Das Panorama begutachten. Drinnen. Ja. Dann sagen wir mal Hallöchen, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für die großartige Subbomb und für den schönen Raid. Freut mich sehr. Vieles Dankes. Und vor lauter Dank komme ich jetzt nicht durch die Tür, oder was? Soll ich außen rumklettern als euer Gast? Was zum Teufel? Oder soll ich hier über die Mauer klettern? Und was hängt da denn überhaupt? Wie ist das hier hingeflogen? Okay. Naja. Dann lassen wir es da mal hängen. Das ist bestimmt Kunst. Sonnenfels war einer der Nebenquestschauplätze. Der ist mir auf jeden Fall nicht gänzlich unbekannt, ne? Aber mögt ihr die Tür trotzdem aufmachen, Leute? Ihr habt keinen Bock auf mich. Rede doch drinnen mit ihm. Ja, wie komme ich denn rein? Das sage ich nicht. Das ist verboten. Vielleicht hier außenrum? Oder ich war zu blöd und hätte nur irgendwie klopfen müssen mit V oder so. Kam mir aber nicht so vor. Was ist mit denen? Du bist doch gerade an einer offenen Tür vorbeigelaufen. Was? For real? Hier drüben, oder was? War hier eine offene? Hier. Oh mein Gott. Hier ist sie. Okay. Ja. Ein Maschinenköder. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Raskron trug ihn an seinem Körper. Jede Wette. Er wurde durchsucht. Wie? Das will ich gar nicht wissen. Ja. Der Seiteneingang. Malverud. Dankeschön. Gut so. Ihr hättet es vermutlich nochmal, ne? Oben, unten, rüberklettern. Die Seitentür ist offen. Ja, die müssen ja auch lüften. Ah, das ist eine sehr deutsche Festung. Da muss man immer aufpassen wegen Durchzug. Deswegen ist nur die eine offen hier drüben, ja. Guten Tag. Ich bin die Neue. Ich habe den Eingang gefunden. Freut ihr euch? Die sind komplett außer sich. Die können es gar nicht zurückhalten. Werter Janeva, sie hier hat die Behemoths vernichtet. Fremde. Ich bin beeindruckt. Und das kommt selten vor. Sag mir, wie kommst du zurecht mit lebender Beute? Hatte noch keine Klagen. Warum? Drei gefährliche Häftlinge sind geflohen. Und meine Männer hier können auf keinen Fall weg. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir es wie früher machen würden. Aber, das habe ich schon so oft gesagt. Und jetzt stehe ich hier. Und du stehst auch hier. Wie früher? Wie war es denn früher? Man grub Verbrecher bis zum Hals ein und ließ die Sonne richten. Scheint, als sei das Urteil bereits gesprochen. Niemand ist jemals rückfällig geworden. Ja, sehr überraschend. Gefährliche Häftlinge? Wer sind die entflohenen Häftlinge? Drei aus den Isolationskäfigen. Mit Leid überflüssig. Der Sonnenkönig war sehr gnädig zu ihnen. Zuerst Rassgrund. Oseram Fallenbauer. Hast die Karja. Verrückt wie Schnee in der Sonne. Hatte eine Sprengung zu viel. Oder eine zu wenig. Und dann Ulja. Die Nagtkriegerin. Falls dir das irgendetwas sagt. Leider nicht. Ist das ein Stamm? Räuber. Aus dem Süden. Blutrünstig. Es heißt, sie wären Kannibalen. Aber sie hat nicht schlecht Grütze gefressen. Und schließlich noch Gavan. Ein Verräter, der den Exilanten Waffen brachte. Im Vergleich zu den anderen klingt das eher harmlos. Er war Mitverursacher des Bürgerkriegs. Aus reiner Scherbengier. Eine Maschine ist harmloser. Ja, sympathischer Haufen. Was macht denn der Kollege im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit? Habt ihr den mal beobachtet? Der macht jetzt bestimmt gleich ein bisschen Ausdruckstanz. Kennst du einen Jäger namens Neil? Er erwähnte diesen Ort. Neil? So nennt er sich jetzt also? Geht's ihm gut? Gut würde ich es nicht nennen. Er ist unter einem Schatten geboren. Aber er tötete noch nie ohne einen Grund. Wie die Schlechter im Sonnenring. Er hat Ehrgefühl. Alte Schule. Seine Zeit hier... brachte es ans Licht. Okay. Klingt alles wirklich total nett hier. Also sperren die Kajar hier Verbrecher ein? Seit der Befreiung. Hier sitzen alle. Von Dieben bis zu Falken des verrückten Königs Jiran. Der Sonnenkönig glaubt an die Kraft des Wandels. Und manche wandelten sich auch. Häuteten sich. Wie Echsen. Ich dachte mal, alle Verbrecher wären gleich. Deshalb lässt mich der Sonnenkönig Sonnenfels leiten. Als Bildungsmaßnahme. Als Bildungsmaßnahme. Klingt nach einer ziemlichen Ehre. Klingt nach einer Ehre? Ich meine, ich kenne sonst keine Frauen-Kajar-Rüstung. Nein. Ich bin keine deiner Schwestern. Frauen tragen keine Kajar-Rüstung. Als Kind beschloss ich, ein Soldat zu werden. Und zwar gut genug für Awads Ehrengarde. Es gab Gerede, was ich wäre. Dann sagte ich immer, guck nach. Und ich brächte den Arm. Nach einigen gebrochenen Armen gab es weniger Gerede. Ich bin neugierig, aber ich möchte lieber nicht mit dir kämpfen. Okay. Okay, bisschen enttäuscht war sie jetzt doch, ne? Du willst also die Häftlinge zurück? Nein. Ich will sie unter der Erde. Sie werden dir keine Wahl lassen. Der Sonnenkönig zeigte seine Großzügigkeit. Und jetzt sehen sie meine. Ein Kopfgeld für sie alle. Ulja, die Tenakt, Rastgrund von den Oseram und den Verräter Gavan. Wenn ich das für dich tue, brauche ich eine Spur. Na, als Ulja ins Sonnenreich kam, war sie bei den Dschungelbanditen. Dort wird sie wieder sein. Rastgrund fanden wir in einer Kluft am Dämmerberg, wo er an seinen Bomben bastelte. Und Gavan wird alles dransetzen, über den See zu kommen. Da wette ich drauf. Suche in Lichtenmarkt. Okay. Gut. Unsere Arme wurden nicht gebrochen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir sollen drei aufspüren. Das kriegen wir doch hin. Erstmal holen wir uns aber eine Gratiskiste, um mein Inventar endlos zuzumüllen. Hurra! Weiter geht's. Wir haben schon fünf Stück davon. Noch mehr Scherben. Großartig. Wie bekommen wir dich eigentlich dazu, dass du dir für den zweiten Teil eine PS5 kaufst? Ich glaube, eins der größten Probleme ist momentan nach wie vor an eine PS5 überhaupt ranzukommen, oder? Ich glaube, die, die nicht schon verkauft wurden, die stehen momentan hinter diversen großen Streamern und lauern auf Giveaway-Optionen. Und dann werden die da gehortet und angehäuft. Ansonsten, ja, ist natürlich die andere Option zu hoffen, dass es zeitnah auch einen PC-Release geben wird. So, dass wir da dann natürlich hinterher springen werden. Und es wird eine wilde Zeit, Spoiler zu vermeiden. Oh, damn. Ich werde nicht mal irgendein Gamester-Review oder so gucken dürfen. Also, weil ich es mir selber verbiete. Ich möchte es ja dann neu und frisch erleben. So sieht es aus. Okay. Wir gehen als erstes dorthin. Ulja. Da ist dann Rasgrund. Und da oben ist Gava. Wie heißt er? Gava, Gava? Gavan, ja. Gava, Gava wäre aber auch ganz schön. Ich würde aber fast sagen, wir holen trotzdem das Panorama vorher noch. Damit wir nicht tausendmal dann hin und her rennen. Vielleicht nochmal beim Feuer speichern und dann geht das rüber. Einfach auf die PC-Version warten. Das ist so die, ich glaube, beste Option im Endeffekt. Ich glaube, bevor man eine PS5 bekommt, ist das eh auf PC verfügbar. Das könnte sein. Du hörst dich an wie ein Mathelehrer. Ah, I'm sorry. Jetzt zeigt doch erstmal, ob du die Hausaufgaben auch hast. So sieht es nämlich aus. Leute, Hefte raus. Erstmal Kurvendiskussion. Bisschen Gauss-Verfahren. Lösungsformel. PQ halbe zum Quadrat und so weiter. Binomische Formeln. Da sehe ich mich auch. Hab zwar absolut keine Ahnung mehr von dem ganzen Kram, aber so ein bisschen aufdiktieren und dann irgendwen anders die Tests auswerten lassen. Da sehe ich mich. Hahaha. Einfach weiterreichen. So. Mein Bruder hat die gefressen. Sorry, ja. Kamen riesige Maschinen vorbei und haben dein Zimmer zerstört. Schade, schade. Ich habe gelesen, dass Sony den Engpass mit der PS5 mit PS4 ausgleichen will. Naja, der erste Teil wurde erst Jahre nach dem PS-Launch auf dem PC nachgeschoben. Ich würde denken, dass das diesmal auch wieder so sein wird. Ja, leider könnte das natürlich passieren, aber ich bin erstmal guter Hoffnung. Kann es sein, dass die Wache eben die Stimme von Talanji hatte? Oh, wenn man sich so einen trollischen Akzent dazu denkt. Ja, das könnte sehr gut sein. Müssen wir beim Abgeben gleich nochmal drauf achten. Also Horizon Zero Dawn kam am 28. Februar 2017 für die PS4 raus und auf dem PC kam es am 7. August 2020 raus. Du musst nur hoffen, dass es diesmal nicht so lange dauern wird. Maybe haben sie jetzt die Technik und das Wissen und so und auch Bock. Hoffnung, das ist es. Crackers, hi. Hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Meiner war einfach nur zum Kotzen. Oh damn. Aber er ist schon fast vorbei. Morgen wird wieder besser. Bei mir alles fresh soweit. Noch. Ich hoffe, ich finde das Panorama jetzt. Das wäre ganz geil. Wo wird es denn sein? Okay, das ging schnell. Es ist dort oben auf dem Berg. Herrlich. Wie ein Mathelehrer. Kein Wunder, dass manche Leute mit deinen Videos einschlafen. Ja, maybe sollte ich auf dem Hörbuchkanal keine Märchen mehr vorlesen, sondern einfach Matheformeln runterrattern. Gibt es bestimmt auch einen Markt von Leuten, die das dann sehr entspannend finden. Wie komme ich jetzt auf den Berg hoch? Haben wir irgendwo ein paar lustige gelbe Teile, an denen wir uns hochziehen können? Nö. Hier komme ich doch nicht einfach so hoch, oder? Huhu. Äh, nö. Irgendwas habe ich bestimmt hier auf der anderen Seite übersehen. Ich wette, da ist wieder eine Tür an der Seite. In den Berg rein. Nee, da ist nur was zum Abseilen. Muss ich vielleicht komplett da rum? Nee. Hä? Was habe ich übersehen? Da ist das Panorama. Kann ich mich hochziehen? Vorsicht da unten. Nee. Wo denn unten, ey, Leute? Wir sind noch nicht oben. Hör mal. Auch wenn du das zu glauben schaffst. Ah, guckt mal hier. Da ist ein Seil gespannt. Von dort oben. Oh mein Gott. Wer hat sich das denn ausgedacht? Warum nicht das Seil einfach hier runterhängt? Naja. Sollen sie machen. Ich habe es ja jetzt gefunden. Großartig. Muss nur ein Twitter-Bot folgen. Dann habe ich nach ein paar Monaten auch eine PS5 bekommen. Ja, da gibt es so ein paar, die programmiert sind. Und sobald dann Mediamarkt oder sonst wer was auf Lager hat, dann direkt Alarm. Jetzt bestellen. Schnell, schnell. In drei Sekunden ist sie weg, ne? Wenn man sie richtig hinterklemmt und ein bisschen Glück hat, dann kann das natürlich gehen, ne? Absolut. Hallo, Craft und Chat. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Bisher ja. Ich hoffe, du auch. Oh. Junge, und das für ein Panorama hier, die Kletterei. Sehr lebensgefährlich. So. Aber immer noch besser als Matheformeln, Leute. Zack. Da sind wir schon. Sehr gut. Wenn du das mit den Matheformeln machst, rettest du vielleicht einigen Schülern oder Studenten den Arsch, wenn die sich das die Nacht vor der Prüfung anhören. Einschlafen. Ja, oder? Im Gegenteil. Immer wenn sie dann was mit Mathe zu tun haben, pennen sie direkt ein, ne? Das ist zweischneidiges Schwert. Oh, oh, oh. Höchstgefährlich. Gut. Wir schauen mal, was wir hier haben. Okay. Das ist das bisher lameste Panorama, oder? Irgendeine Wüstenrallye oder so. Ah, okay. Aber jetzt haben wir hier Wasser und Leben überall sprießen. Es ist mal genau andersrum eigentlich, ne? Ja, okay. Unter diesem Gesichtspunkt finde ich auch das eigentlich ganz cool. Apoker Shitstorm Tour Tag 7. Ich war drei Monate aus der Klinik raus, als wir hier campen waren. Wyatt ging früh schlafen. Also blieben nur wir beide wach und beobachteten die Perseiden. Danach, als wir über die Sterne und Weltraumtechnik redeten, wusste ich plötzlich, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Okay. Das ist schön. Da wusste er, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Das ist natürlich eine starke Aussage. Und hat ja ein bisschen was vom Mars, was wir hier sehen, oder? Cool. Interessant, dass wir es auch mal von der anderen Warte aus begutachten dürfen. Und nachdem wir diesen schönen Fleck Erde bestaunt haben, dürfen wir jetzt Banditen jagen. Ich freue mich. Das erste war dort drüben, ne? Ulja. Jawohl. Rüber zur guten Ulja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Herausforderung darstellen, oder? Nachdem wir Neil jetzt einfach umgeboxt haben, denke ich mal, dass auch die relativ zügig ihr Leben aushauchen werden. Zumindest hoffe ich das. Frech wie ich bin. Criker, also ich habe das eben überflogen, deinen Bericht. Und das ist natürlich echt komplette Katastrophe. Da fällt mir auch überhaupt nichts so ein. Da ist man immer so ein bisschen kurz davor, den Glauben zu verlieren, oder? An alles, was irgendwie gut und richtig ist. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass es absolut wichtig ist, genau diesen Glauben nicht vollends zu verlieren, auch wenn er manchmal wackelt, ne? Scheiße, Mann. Die Banditen habe ich schon erwischt. Es sollte nicht allzu schwer sein, diese Kriegerin zu finden. Absolut scheiße. Ja, die Lage haben wir zum Glück, zum Glück leergeräumt. Ach, da oben steht sie schon. Ich habe schwaches Blut. Okay. Kann ich sie von hier vielleicht einfach direkt snipen? Ja, vielleicht schicken sie Soldaten. Dann nützt ihr mir sogar was. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob sie noch eine Sequenz starten wollte, aber wenn nicht, dann, äh, Feierabend. Nein, sie lebt noch. What? Yo, excuse me, aber ihre Leiste ist doch komplett leer. Sie war ja schon im Zombie-Modus gerade. Oh, die Arme. Die Arme. Und die Beine. Hallo. Hätten wir da nicht drüber reden können? Die Kaja reden immer. Reden und bluten. Reden und fesseln. Aber du kämpfst wie ein Tenak. Ich hätte dich als Kind genommen. Man nimmt doch nicht einfach ein Kind. Die Starken nehmen von den Schwachen. Und so werden sie immer stärker. Die Geschichten in meiner Haut geritzt. Sie, Kinder, Besitz, Leben und Land. All das gehörte mir. Trinke mein, mein Blut. Und sie leben weiter. Okay. Ich trage schon genug Geschichten. Yo. Interessante Ansicht. Die Stärkeren. Die werden immer stärker. Ich nehme mir einfach ein Kind, Junge. Alles klar. Gut, zumindest hat sie einen Haufen Loot hier liegen gehabt. Oder können wir wieder... ...gar nicht alles mitnehmen. So sad. Aber wir nehmen, wofür noch Platz ist. Und haben... Jetzt kommt da eine Wache oder was. Okay. Und haben den Ersten schon mal niederstrecken können. Nummer 2 ist da drüben. Macht es Sinn, schnell zu reisen? Weniger, oder? Vielleicht dahin und dann hier so querfeldein. Wenn ich dahin reise, muss ich hier ja sowieso um diesen lustigen Berg rennen. Deswegen gehen wir, denke ich mal, hier nach drüben. Und machen uns da ein bisschen querfeldein auf. Sehr schön. Das scheint zu funktionieren. Und jetzt merke ich gerade wieder bei so einer Quest, dass es doch nicht unclever gewesen wäre, mehr Lagerfeuer im Vorfeld zu holen. Weil genau neben dem Punkt war ja auch noch eins. Aber zumindest hat es sich gelohnt, vorher die Banditenlager zu machen. Denn die sind jetzt frei. Und das heißt... Äh... Pörscher. Das heißt es nicht, aber... Wenn die sich in solchen Posten verschanzen, haben wir zumindest freies Feld. Benrich kann ich... Ja, das hört man so ganz leicht. Oh, böse Geräusche im Dschungel. Als gäbe es hier nicht schon... Holy! Genügend schlimme Geräusche. Nein, es müssen auch noch unsichtbare Killermaschinen rumflitzen. Holy! Das war bei Tarzan aber nicht so. Hör mal. Da waren nur nette Elefanten und Äffchen. Und davon hätte ich gerne mehr, okay? Wobei, lieber nicht. Dann müssten wir die bestimmt töten. Und dann looten, um unsere Taschen zu verbessern. Was ist hier los? Verderbte Zone. Ja, die könnten wir jetzt läutern. Müssen wir aber nicht, oder? Ich will eigentlich nur zu dem Dude da drüben. Und dann können wir die Verderbnis ja auch mal Verderbnis sein lassen. Die will sich auch noch ein bisschen entfalten, okay? Hahaha. Die möchte auch nur Maschinen benetzen und uns alle vernichten. Hurra. Oh Junge. Oh, 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 oh. Wie war das mit alle vernichten? Habe ich irgendwo Deckung? Hier schnell reinrutschen? Huh, das war knapp. Mit dem Dicken möchte ich mich nicht anlegen. Nein. Will ich nicht. Dü, dü, dü. Dü, dü. Wie sind denn die Banditen hier lebend durchgekommen, Mann? Haben die stärkere Waden als ich? Sind die ja noch schneller durchgeflitzt, oder was? Oder vielleicht können die fliegen? Die sind vom Vogelvolk. Dö, dü, dü, da hinten. Wo sitzt er? In irgendeinem Hochstand oder so? Oder ist das eine Höhle? Ich weiß es nicht. Wir haben hier erstmal eine Werbung. Weed Eats oder Weed Eats? Danke für Ihre Anmeldung bei Weed Eats. Was gibt es zum Essen? Wo essen wir? Wer kommt zum Essen? Sie entscheiden. Schritt 1. Melden Sie sich bei Weed Eats an. Logo. Schritt 2. Wählen Sie ein Menü aus. Lust auf Mexikanisch? Doch lieber Chinesisch oder leckeres Sushi? Vielleicht mal wieder Pizza? Jede Küche, jede Beilage und jeder Nachtisch. Alle Ihre Träume sind griffbereit. Oder sollten wir verzehrbereit sagen? Treffen Sie Ihre Auswahl und während der Nahrungsdrucker sich damit befasst, machen Sie weiter mit. Schritt 3. Wählen Sie einen Ort aus. Wo möchten Sie heute essen? In einem Diner aus den 1950ern mit rockiger Jukebox-Musik? An einem polynesischen Strand? Wo ist meine Cava-Colada? Hey, und warum sollte das alles sein? Warum probieren Sie nicht unsere exotischen Deluxe-Orte aus? Ein Fantasie-Bankett, bei dem Sie ein Drachenreiter-Turnier beobachten können? Kein Problem. Ein Hello-Frachter mit Glasboden, der über einem ausbrechenden Vulkan schwebt? Auch kein Problem. Schritt 4. Wählen Sie eine Skin aus. Natürlich lieben wir unsere Freunde und unsere Familie. Aber müssen wir sie wirklich bei jeder Mahlzeit sehen und uns anhören, was sie zu sagen haben? Mit Weed Eats trifft Genuss auf Geschmack. Ist das Ihr Partner, der Ihnen über den Tisch einen Kuss zuwirft? Oder ist es der Holostar Ryan Kasabian, der Sie mit animalischem Verlangen mustert? Ist das Ihr Kind, das nach mehr Pommes schreit? Oder ist das eine zurückhaltende Madame Curie, die die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen Ihrer Entdeckungen erläutert? Keine Sorge, Weed Eats automatisierte Systeme können genauso gut Pommes servieren und auf Ihr Kind aufpassen, wie Sie Lärm unterdrücken. Schritt 5. Essen Sie. Oder ist es Manuel Neuer? Ach Mann. Essen Sie. Bei diesem Schritt brauchen Sie keine Hilfe. Stimmt's? Haben wir recht. Genießen Sie Ihre Weed Eats Erfahrung. Wow, du buchst quasi nicht wie bei HelloFresh und Co. einfach eine Box, mit der du kochst, sondern einfach das ganze Erlebnis. Das ganze Holo-Erlebnis. Du ersetzt auch direkt deine ganze Family. Bist ein bisschen flirty unterwegs. Okay, krass. Sehr wild. Gute Werbung und sehr passend, wo wir gerade über Werbesprecher und Mathelehrer geredet haben. Und das alles kommt direkt aus dem Nahrungsdrucker. Da gab es doch aber auch schon bei uns Experimente mit irgendwelchen verzerrbaren Strukturen, die dann durch 3D-Drucker in Form gebracht wurden und so. Da gab es doch auch schon einige Richtungen, die da artähnlich eingeschlagen wurden, bilde ich mir ein. Sehr interessant. Und ja, die Zukunft, Leute. Die Zukunft. Also nicht zwangsweise diese hier gerade, aber zumindest die in diesem Text. Da sehe ich mich aber auch. Schön, bisschen was Fuden, lecker Pizza, lecker Döner und um einen rum tobt gerade die Schlacht um Orgrimma. Let's go. Okay. Dann gehen wir doch mal in die Höhle rein. Du würdest eh nur Döner ausdrucken. Was? Frechheit. Diese Unterstellung. Essbare Schlüpper. Das ist auch das erste, woran ich dachte. Nicht. Mann. Sie haben alle Möglichkeiten. Dann hätte ich gern essbare Schlüppis a la let's go. Der hat sich... Oh, 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 oh. Hier gut verbarrikadiert. Damn. Die zünden direkt, oder was? Hallo. Ich hatte Soldaten erwartet. Ja, ich bin so eine Art. Das mächtige Kajar-Reich muss ganz schön arm dran sein. Wie traurig. Okay, die Stimme. Egal, Kopfgeldjäger sterben wie alle anderen. Willkommen in der Kluft des Todes. Ernsthaft jetzt? Sadist, Mörder, Fallenbauer. Alles zusammen. Darum haben sie mich in das Loch gesteckt. Ja, ich verstehe, warum. Ich kenne die Stimme von Ratchet & Clank tatsächlich. Von Ratchet Gladiator, um genau zu sein. Da dürfte das auch dieser Stadionsprecher sein. Und er macht hier gerade fast denselben Job. Nur, dass er einen noch wahnsinnigeren Fallenbauer spielt. Das habe ich jetzt schon wieder übersehen, Junge. Ich übersehe heute die ganzen Aufgänge. Ihr müsst doch nicht diesen Baum hoch, oder? Da? Nee. Hier an der Seite. Nichts weiter. Muss ich da wirklich ganz normal hoch? Habe ich es nur verkackt? Nö. Oder doch? Oder vielleicht doch? Hä, bin ich doof? Nicht antworten. Wo ist hier noch irgendwas? Wieder eine Tür an der Seite? Nö, nö, nö. Nö, da hinten vielleicht. Muss ich schon früher hochklettern. Hier ist noch ein Baum. Ah, früher. Okay. Wollte ich schon sagen. Also, mittlerweile erkenne ich doch diese Kanten. Uäh, wenn sie da sind. Au. Ja, gerade so. Ja. Oh, du hast ein paar Tricks drauf. Viel Platz zum Ausweichen habe ich hier nicht. Uäh, noch eine. Aber es wird. Es wird, es wird. Ich bin neugierig. Haben meine Behemoths zufällig Geneva getötet? Ich muss dich enttäuschen. Seine. Ja. Darum habe ich mein Spielzeug, um mich vom Schmerz abzulenken. Okay. Seine Behemoths. Scheiße. Der war auf jeden Fall zu Recht da eingesperrt, Mann. Was zum Teufel. Holy. Es lohnt sich aber tatsächlich total noch die ganzen Nebensachen mitzunehmen, oder? Ja, also ich bin auch begeistert schon wieder, wo wir heute überall reingestolpert sind, ne? Der Wahnsinn. Bücherform, du kennst die Stimme aus einem alten Spielklassiker. Dann ist es vermutlich nicht Ratchet & Clank gewesen, ne? Aber da kenne ich ihn auf jeden Fall her. Mal schauen. Da ist noch ne Bombe. Der hörte sich doch eigentlich schon sehr nah an. Aber maybe hat er auch einfach paar Lautsprecher noch installiert in seiner Todesschlucht. Nach oben. So. Noch nicht, Akrobatin. Ich hab gehofft, die Bombe geht jetzt hoch. Wait. So. Jetzt. Tschüss. Einfach runterrollen. Gar kein Problem. Und wir hüpfen. Wir hüpfen weiter. Ich hab halt echt Schiss, dass ich gleich in so einen ganzen Hort voller Bomben hüpfe. Und dann hat es sich erledigt für mich. Das wäre nicht so cool. Da kommen wir rüber. Er hat hier aber auch ne gute Schlucht gefunden für seine komischen Experimente. Junge, hier kann man sich ja häuslich total einrichten. Wie war das vorhin mit Kurort in Oberösterreich? Das ist hier dann der Survival Park. Das echte Jochen Schweizer Erlebnis. Gleich nebenan. Können wir mit in die Broschüre schreiben. Danke übrigens für den Retreat vom Weltboss Kraulok. Ja, wer es nicht mitbekommen hat in WoW. In Voldun ist der Weltboss wieder ab. Dieser Wüstendino. Und der kann einen Alpaka-Mount droppen. Wer das also noch nicht hat, der sollte sich da auf jeden Fall mal umschauen. Es läuft nicht bei dir, oder? Ja, die Luft nach oben ist immer, ne? Du weißt. Toll, er steht da jetzt. Er könnte mich jetzt einfach wegsnipen. Aber er ist zum Glück so überzeugt von sich, dass er gar nicht auf die Idee kommt. Hartnäckig, was? Ja. Oh, schnell schwimmen. Zum Glück hat er keine Schnappmäuler hier drin. Sonst wäre das etwas eskalativer gewesen. Du warst mit Level 20 hier. Das war gar nicht so witzig. Das glaube ich. Ja. Sehr, sehr gern. Kann man Weltbosse einmal pro Tag machen? Nee, einmal pro Woche nur, meines Wissens nach. Das sind ja quasi auch Raid-IDen. Vom Loot-Level, vom Niveau zumindest her. Ja, insofern zwar mit mehreren Chars, aber pro Chars nur einmal die Woche. Da ist auch wieder eine versteckt, Junge. Ganz schöner Assi. Ey, ekelhaft. Okay, dann müssen wir hier jetzt rüber. Soll ich die im Wasser auch in die Luft jagen? Irgendwas sagte. Pass auf deine Finger auf. Ha. Ich liebe die Stimme. Ich finde, die passt unglaublich gut gerade zu dem, was wir hier machen. Da könnte ich drüben hoch. Aber wieso? Um da weiterzukommen. Ah, okay. Ja, dann. Vielleicht hier hoch. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt geht. Ja. Und dann hier weiter. Dann könnten wir... Ah, stehe ich fast zu nah dran. Roll ich mal dran vorbei. Ganz elegant. Jawohl. Und jetzt soll ich die Bombe in die Luft jagen? Wie hat er die da überhaupt hinbekommen? Hallo? Frechheit. Ganz nach oben. Wir wollen hoch hinaus. Und jetzt könnte ich da rüber. Kann ich ihn jetzt nicht auch einfach schon töten? Na, will ich noch gar nicht, weil er hat ja noch was Cooles zu sagen. Zack. Oh ja. Oh, das war aber schmerzhaft. Hör mal. Das zieht im Handgelenk, oder? So. Ein paar Klimmzüge. Eloy nach oben. Was machst du denn? Hoch. Nee, lass es rüber. Jetzt. Ja. Klein Hänger gehabt, ne? Du hast mich. Keine Fallen mehr. Sag Janeva, dass ich ab jetzt brav sein werde. Ah ja. Und das soll ich dir glauben? Was hast du in der Hand? Lell. Oh, das. Nur ne kleine... Ups. Oh, das ist fake, oder? Nein. What? Er starb wohl über dem, was er liebte. Ist er for real tot? Glaube ich fast gar nicht. Ist er wirklich tot? War nicht onscreen, ne? Das ist immer gefährlich. Er hätte halt jetzt gedacht, dass es eine Fake-Bombe ist und er haut dann ab in der Zwischenzeit. Ich würde gerne nochmal hochgucken. Nur um sicher zu gehen. Weil er hatte so ein ganz weirdes Grinsen drauf. Ich meine, er ist natürlich auch manisch verrückt. Manisch bekloppt. Da hat man vermutlich immer so ein Grinsen drauf. Egal, ob man jemanden ausweidet oder auf Toilette sitzt oder was auch immer. Ah, gut. Das Feuer ist schon ein bisschen eindeutiger, ne? Uh, nochmal gezwirbelt im Handgelenk. Scheiße. Ne, ich meine, dass die Stimme ein Klassiker bei Spielen ist. Ach so. Zumindest bei älteren Spielen, meiner Erinnerung nach. Aber in Ratchet & Clank erinnere ich mich auch. Okay. Ja. Aber hier ist tatsächlich nicht viel. Junge, der Rauch, der qualmt auch die ganze Kamera zu. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen. Ne. Na gut. Dann nehmen wir das mal so hin. Wird mich... Oh. Wow. Da war echt ein Stein. Wird mich aber absolut nicht wundern, wenn er nachher doch nochmal auftaucht, ne? Und noch ein paar lustige Maschinchen mitbringt. Dann fehlt jetzt aber für die Quest zumindest nur noch der dritte im Bunde. Und dann haben wir die erstmal wieder alle eingefangen für Talanji. Das ist doch auch ein guter Anfang, bilde ich mir ein. Sehr schön. Gefühlt ist die Dropchance bei dem Vieh gar nicht mal so schlecht. Bei dem Alpaka jetzt, ja. Haben einige ziemlich schnell bekommen. Aber gut, mit vielen Chars. Bei mir waren es ca. 30 Kills, wollte ich sagen. Dieses Gefühlte, ne? Da hast du natürlich dann irgendwelche Krankensuchtis, die das dann in einer ID mit 100 Wings machen oder so, ja. Gut. Wie komme ich denn hier jetzt wieder hoch eigentlich? Haben wir wieder was an der Seite oder komme ich einfach hier nach oben? Ne. Ich finde die Höhle zum Teil sehr undurchsichtig. Ist das eine Greifkante? Auch nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hä? Die Höhle gefällt mir gar nicht. Das Grüne? Dass ich dann in Pflanzen hochkomme? Ne, oder? Ich glaube nicht hier. Ne. Ey, ich bin in der Höhle wirklich zu dumm, die richtigen Kanten zu sehen. No joke. Sehr weird. Oder soll ich da gar nicht raus? Ist das gar kein Ausgang? Könnte auch sein, ne? Dass das gar nicht der Ausgang ist. Dass ich da nur runtergesprungen bin. Und ich komme da gar nicht zurück. Hm. Maybe muss ich hier raus. Oder kann schnell reisen. Ich weiß es nicht. Da war eine Kante. Wieso habe ich die nicht gesehen, Mann? Bin ich blind? Das war erfrischend. Das war sehr erfrischend. Ja. Dann gehen wir gleich nochmal zurück. Let's go. Dann eras. Anni. Hi. Ich melde mich aus dem Lurk. Ich habe während der Arbeit zugehört und nach dem Feierabend mal unser Büro auf Vordermann gebracht. Die ganzen Papiere und Dokumente abgeheftet und so. Jetzt bin ich sowohl fertig mit Aufräumen, als auch fertig mit der Welt. Sehr, sehr gut. Einer muss es immer machen, ne? So, hier ist eine Kante. Du sagst, hier war eine. Wikinia. Hi. Wo haben... Nein, diese... Oh mein Gott. Dieser kleine Kackstein. Wow. Wow. Okay. Den habe ich for real überhaupt nicht für voll genommen. Oh mein Gott. Ja, gut. Danke fürs Bescheid sagen. Sonst hätte ich mich da hinten noch umgeschaut. Er ist aber for real auch böse gewesen. Also, come on. Scheiße, Mann. Ja, dankeschön. Dann können wir uns jetzt auf den Weg nach draußen begeben. Ein kleiner grüner Kackstein. Genau das, ey. Und dann mit so einem Fackellicht auch noch. Hör mal. Anzeige ist raus hier an den Höhlenbauer. Scheitert heute nicht an den Maschinen. Scheitert an den Steinchen. Shoutout an alle mit Adleraugen. Da unten sind auch ein paar Maschinen. Finden wir hier draußen jetzt noch irgendwas? Irgendein geiles Versteck oder so? Vermutlich nicht, ne? Da können wir uns nur wieder abseilen. Frage ist, machen wir das? Weil von hier können wir doch mit Sicherheit auch schnell reisen. Ui, da habe ich gleich ein Feuer. Ja, dann machen wir uns rüber. Nummer 3 von 3 steht auf dem Plan. Herrlich. Wenn dieser Gavan hier vorbeigekommen ist, sollte ich mal in der Taverne fragen. Ah ja. Das ist immer gut. Da finden wir bestimmt irgendeinen Säufer, der was erzählen möchte. Und seit ich vorhin von diesen Österreich-Kurwerbespots mit Apfelbauern gesprochen habe, habe ich übel Bock auf Apfelstrudel, Leute. Jetzt ein schönes, warmes Stück vom Apfelstrudel mit Vanilleeis? Bruder. Da wäre ich dabei. Naja, wenn ich es nicht mache, dann kann ich mich im Homeoffice nicht konzentrieren, weil es hier aussieht wie Sau. Nächsten Freitag fahre ich mit Mama und meiner Schwester zu Ikea. Da hole ich mir dann auch so eine Ablage, einen Organizer für auf den Schreibtisch, damit die Dokumente und Briefe und so nicht wieder so lange rumliegen und durcheinander kommen. Ja, es ist schon ganz sinnig, das manchmal aufzuräumen. Da ist Scheiwach geworden, da habe ich nämlich gesagt, Schatz, wenn du nächstes Mal backst, willst du nicht mal einen Apfelstrudel machen? Ihr merkt, das verfolgt mich alles schon länger, ne? Ja, da kommt man nicht drumherum. Verdammt. Guten Tag. Oh, da liegt schon mal was. Was haben wir denn da? Die Nora? Aha. Zu den Nora, Gerüchte über die Nora vom weitgereisten Aram. Sehr schön. Oder erst gar nicht unordentlich machen. Ja, das wäre zu einfach, da sehe ich mich auch gar nicht. Du brauchst wohl das neon-orangene Klebeband, das auf magische Art und Weise an jeder Kante in jedem Spiel ist, auch in Gegenden, die vor zwei Minuten noch nicht verwüstet waren. Ja, das brauche ich, dass es im Dunkeln auch leuchtet, weißt du. Herrliche Sache. Leser. Schon oft wurde ich gebeten, den schrecklichsten aller barbarischen Stämme zu beschreiben, die Nora aus dem wilden Osten. Es kursieren so grausame Gerüchte über dieses Volk, dass man glauben könnte, sie hätten uns in der dunklen Zeit des verrückten Sonnenkönigs überfallen und nicht umgekehrt. Nun, liebe Leser, bin ich zwar ein mutiger Mann, doch es gibt einen schattenweiten Unterschied zwischen Mut und dem sicheren Tod. Und es ist der sichere Tod, der jeden erwartet, der das heilige Land der Nora betritt. Frau Efeu, hi. Ich reiste dennoch in das schneebestäubte Hinterland des wilden Ostens, hinter dem Tagturm und weiter bis an die Grenze des Nora-Gebiets, wo jetzt ein ärmlicher Handelsposten namens Jägersiedlung steht. Jägersiedlung ist halt aber auch der super kreative Name, oder? Dort saß ich mit fremden und ungehobelten Kerlen am Lagerfeuer und hörte Geschichten und Augenzeugenberichte über das, was sich im Tal der Kriegerfrauen abspielte. Man erzählte mir, dass eine Tagesreise weiter südlich der Ort Mutterkrone liege, ein Name, der prachtvolleres verspricht als die Festung aus Baumstämmen und Holzhütten, die mir beschrieben wurde. Mir wurde jedoch versichert, dass sie sehr eindrucksvoll auf einem Felsvorsprung thront, hoch über rasenden Stromschnellen und tosenden Wasserfällen. Von ihren Wellen aus zieht sich eine Reihe von Wachtürmen bis über die Berge und bei jeder Annäherung werden brennende Pfeile als Warnzeichen zwischen ihnen in die Luft geschossen. Von einem Stamm, der so um seine kostbare Wildnis besorgt ist, hätte ich ein weniger leichtsinniges Verhalten erwartet, der Waldbrandgefahr Vorsicht. Eindringlinge, die danach noch tapfer und törig genug sind, sich weiter zu nähern, werden mit weiteren Pfeilen begrüßt, die dieses Mal knapp über ihren Köpfen vorbeizuschen. Die Fremden waren sich kichernd darüber einig, dass ein Kaja, der seine Farben zeigt, seinen Kopf dort besser einziehen sollte und dass sogar Soldaten hinter den Mauern des Tagturms darüber klagen, von Nora-Kriegerinnen überfallen und verschlungen zu werden. Okay. Ich korrigiere sie und sagte, dass es die Tenakt und nicht die Nora seien, die dem Kannibalismus frönten. Die Nora sind lediglich dafür bekannt, die Rinde von Bäumen und harten Pflanzen zu kauen und seltsames Kräutergebräu zu trinken. Ich äußerte die Ansicht, dass es bei ihnen sogar verboten sein könnte, Fleisch zu essen. Außer bei ihren merkwürdigen weiblichen Ritualen im Mondschein. Nein, also so ein bisschen kommt dieses Mystifizierte auch von diesem Haufen Frauen, oder? Das scheint die Männerwelt hier auch ganz schön durcheinander zu bringen. Diese seltsamen weiblichen Rituale im Mondschein. Ja, im umnachteten Land der Nora ist der natürliche Lauf der Dinge umgekehrt. Frauen herrschen über Männer. Der natürliche Lauf der Dinge. Oh boy. Frauen herrschen über Männer und die Macht des Karja-Metalls wird von Holz, Leder und Fällen abgewehrt. Ruinen voller wertvoller Artefakte bleiben unberührt. Fruchtbare Ländereien liegen brach. Nur den Maschinen, denen die Nora nach irgendeinem Konflikt ihrer Vorfahren zutiefst misstrauen, scheinen diese ungezügelten Merkwürdigkeiten nichts auszumachen. Vater Sonne hat hier keinen Platz und es würde mich nicht überraschen, wenn die Nora Göttin der Mond selbst wäre. Obwohl es stets Nora Frauen sind, von denen in Geschichten über ein Zusammentreffen mit dem Stamm berichtet wird, wurden auch schon Männer gesichtet, die die fremdartigen Frisuren und die blauen Symbole der Nora-Krieger tragen. Aus älteren Studien über den Stamm habe ich geschlossen, dass ein Ritual namens Erprobung Männern ermöglicht, gegeneinander zu kämpfen, um das Wohlwollen ihrer Herrscher zu gewinnen. Wir erinnern uns. Buzil, hi. Du tanzt doch bestimmt auch beim Mondschein nackt vorm Monitor. Ja, aber nur bei Vollmond. Umnachtet. Sehr schön. Umnachtet ist wohl er der Bericht. Eine großartige Umschreibung. Leider bleibt meine Neugier auf dieses und andere Nora-Rituale ungestillt, doch es ist meine Hoffnung, dass seine Erleuchtetheit diesen geheimnisvollen Barbaren einst ein Bündnisangebot unterbreitet. Solche Großzügigkeit des Sonnenkönigs und das Wissen, dass mich sehr viele gut ausgerüstete Wappenträger begleiten würden, würde mich dazu ermutigen, mir dort alles mit eigenen Augen anzuschauen. Zum Wohle meiner Leser. Tatsächlich plane ich, eine Frau als Schreiberin anzuheuern, die das Gespräch zwischen den Nora und mir in diesem Falle erleichtern könnte. Eine bessere Wahl für eine junge Karja-Frau als Verkäuferin für die Oseram-Metallhändler in der Stadt zu werden. Nicht wahr? Bis diese sonnenberührte Zeit kommt, müssen jedoch Kopien aus meiner großen Sammlung von Zeichnungen genügen, die ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe. Nur Momentaufnahmen dieses bizarren, wilden und doch seltsam faszinierenden Vibesvolks. Ach schön. Was für ein absolut nicht voreingenommener Bericht. Bukwudi, hi, und Tigerauge mit dem Sub-Geschenk. Vielen Dank und gleich noch hinterhergeballert. Vierter Monat. Dankeschön. Ja, wilde Umschreibungen von vielen Sachverhalten, die wir ein bisschen anders kennengelernt haben, könnte man meinen. Und was er nicht für ein toller Typ ist. Gibt er sogar einer Frau die Chance, für ihn zu arbeiten. Oh, Junge. Bester Mann. Andere Länder, andere Sitten, oder wie war das? Holy Hell. Ich habe jetzt zu tun, Nora-Mädchen, wenn es recht ist. Na ja, ganz komisch. Fröhlich unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ganz komisch, er hat nichts gesehen, kratzt sich auch ständig am Hinterkopf, ne. Er scheint legitim und dass bei der Lektüre hier nicht viele Nora vorbeischauen, ist schon seltsam, oder? Also, scheint ja so eine Art Literaturcafé zu sein. Das ist aber auch eine schöne Formulierung. So, wir gucken uns ein bisschen um und finden vielleicht noch mehr großartige Forscher. Da ist schön Musik hier. Da sind ein paar Wildschweine. Was haben wir da drüben? Handfessel. Das ist aber mal ein handfester Beweis, wenn ihr versteht. Oh, er hat Komplizen. Aha, aha, na dann. Wuseln wir doch mal weiter. Und sind gespannt, was uns dann erwartet. Er ist nicht allein. Na gut, warum sollte man auch keine Freunde hier finden, ne. Oder wiederfinden, besser gesagt. Da wird geangelt. Schmelke, bist du's? Könnte sein. Er hat uns nicht gesehen. Schade. Und das da hinten mit der Flagge ist ja meine eigene Markierung. Ich wollte gerade sagen, der ist keine 1200 Meter jetzt gelaufen, oder? Nee. Nee, nee, der wird schon hier irgendwo in der Nähe hocken. Und böses Vorhaben. Ui. Da gehen wir mal ein bisschen langsamer vorbei. Beziehungsweise könnten wir den ja eigentlich überbrücken. Und sagen, pass mal auf, Kollege. Die Überbrückung funktioniert. So ist es. Du räumst hier für uns ein bisschen auf, wenn es stressig werden sollte. Und ansonsten mache ich hier den ganz Entspannten und wiesel mich so ein bisschen durch. Oh shit, sieht der uns? Oh, der verpisst sich. So mag ich das mit meinen Maschinen, Freunde. So will ich sehen. Da hoch. Aber nicht wieder irgendein komischer Felsspalt hier, in den ich reinkriechen muss, oder? Immerhin noch keine Bomben. Das ist ein gutes Zeichen. Hat Gavan seine Freunde getroffen? Oder seine Feinde? Oh. Mir kann das wohl egal sein. Okay, maybe sind es gar keine alten Freunde gewesen. Oh oh. Anscheinend haben sie sich nicht besonders gefreut, ihn wiederzusehen. Das war's noch nicht. Wer einen Ausbruch aus Sonnenfels schafft, kann auch mein Messer vertragen, oder? Es gab keinen Ausbruch. Du bist ein Spitzel. Meridian hat dich zu uns geschickt. Das sind jetzt meine Geschäfte. Und ich lass mir nichts gefallen. Außer diesen Pfeil. Putz. Wait. Yo, ex- Freunde von dir, Gavan. Excuse me, aber der Pfeil ist gerade sauber durch seinen Kopf geflogen, oder? Runter, was soll das? Was ist das für eine Superkraft gewesen? Ich bin sehr verwirrt von allem, was ich gerade gesehen habe. Also, ich bin der Meinung, der hätte treffen sollen. Aber gut. Warum nicht? Vielleicht war er noch so im Dialog. Hat sie gedacht, ey, ich kann jetzt nicht aufgehalten werden. Ich muss noch das sagen, was ich zu sagen habe. Vorher geht mir das Licht nicht aus in meinem Kopf. Ist halt nichts drin, was der Pfeil verletzen kann. Ja, okay. Da stecken schon ein paar mehr, meinst du, ne? Der hat sich einfach dazu gesellt, ja. Ist wie Körperschmuck, den man trägt. Du sollst mich nach Sonnenfels zurückbringen? Nein, nicht zurückbringen. Ha, na ja. Hashif hat das schon für dich erledigt. Janeva sagte, dir ging es immer nur um Scherben. Ist das wahr? Ich könnte alles behaupten. Kranke Mutter. Ich tat es für die armen Kinder. Es wäre gelogen. In dem Jahr, das ich im Käfig verbrachte, habe ich nur den Mord an der Wache bereut. Da haben sie mich erwischt. Nimm das mit nach Sonnenfels zurück. Ah, das sind ja echt alles komplette Arschis. Wow. Kein Wunder, dass sie irgendwie bis zum Kopf eingegraben werden und dann sollen sie in der Mittagssonne zusehen. Das ist ja wirklich komplett krank, was die von sich geben. Nun gut. Auf jeden Fall sind sie jetzt weg. Und zwar für immer. Wir looten noch und dann können wir Bericht erstatten bei Talanji. Ich freue mich. So, was habt ihr noch? Schönes Wüstenglas. Ja, das juckt ja gar keinen. Was haben wir hier noch? Unregelmäßiges altes Amulett. Und ja, das kann er auch behalten. Können sie da schön liegen. Die Ameisen werden sie schon auffressen. Da habe ich kein direktes Feuer. Das wäre aber auch ein bisschen weird, oder? Dann reisen wir halt da hin. Maybe hängt das auch mit dem zusammen, was jetzt passiert. Vielleicht wurden schon riesige Bomben auf das Gefängnis geworfen. Weil unser einer Freund doch überlebt hat. Aber nö, noch brennt es hier nicht. Das freut mich. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass der Vordereingang versperrt ist. Aber an der Seite kommt man wohl rein. Das hat mir ein Informant gesteckt. Ansonsten ist es unmöglich, diesen Eingang zu finden. Was ist hier gerade rumgesprungen? Ein Füchslein. Ey, Füchslein. Du bist aber ganz schön langsam heute unterwegs. Der ist bestimmt voll gefressen. So hoppel ich auch immer weg, wenn ich bei Meckes war, Junge. Schön auf allen Vieren die Treppe hoch, weißt du. Genau so. Tom, Hallöchen. Ah, die Facke ist schon rausgeholt. Aber hier. Diesmal bin ich richtig schön durchgelüftet. Okay, äh, coole Tipps. Das Karja-Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist der offizielle Satz. Ich sage, ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden. Und andere getötet. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also. Geh mir. Also. Das war die Betonung. Das war es dann also. Ich mische mich in politische Dinge. Halbes Lied geworden. Ja, cool. Belohnungskiste. Talanji ist happy. Bist du auch happy? Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Ja, das war jetzt eine recht ausführliche Antwort. Mir geht's gut. Wäre auch okay gewesen, aber... Ja, verrückte Zeiten, in denen wir leben, oder? Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Kisten dabei. Ist definitiv Talanji. Ja, also jetzt habe ich mich auch darauf konzentriert und konnte man sehr gut raushören. Wir sind ja auch geübt im Troll-Dialekt. Ich sage nur Rastakhan und Co. Bisschen Daza-Alor. Dies, das. Feiterlöchen. Ja, der Fuchs war auch ein bisschen steif gefroren. Das stimmt. Ein Hexenschuss oder so. Ja, hätte ich vielleicht mal mit einem Sperr irgendwie begradigen sollen, aber... Na, ich bin ja eher der Grobmotoriker. Wir wissen, wie das geendet hätte. Wir gucken mal, was wir noch an Kisten haben hier hinten. War ja doch ein bisschen was Spezielleres dabei. Außergewöhnlich. Ja, das ist nämlich außergewöhnlich Kacke, was da drin ist. Toll. Rohstoffe. Ja, ich meine, wir können wieder so ein bisschen was aufmachen hier, aber... Ich denke mal, nur die wenigsten davon werde ich komplett looten können, ne? Weil mein Inventar ja wieder verschmutzt ist. Bis zum geht nicht mehr. Holy... Was? Wie viele Kisten haben wir? Oh mein Gott. Okay. Ja, gut. Aber das sind alles wirklich Teile, für die ich eh keinen Platz habe. Außer ab und zu eine Scherbe. Ist noch irgendwas super Spezielles dabei? Ne, ne? Hier, außergewöhnliche Belohnungskiste. Die können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das ist ganz schön. Aber sonst sind das so die Teile von den Banditen, ne? Von was wir halt immer mal bei einer Quest bekommen oder von Maschinen, also... Einen Haufen Babel. Ja. Einen Haufen Babel. Fehlt nur noch der Sprecher von Mechadrill für schöne Flashbacks. Ey, fehlt echt noch eine Maschine, die einem so eine Bombe auf den Kopf gibt, ne? Dann renne ich aber komplett schreiend weg, ganz ehrlich. Okay, schöne Nebenquests gewesen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Waren wieder ein paar interessante Charaktere und Mechaniken gleichermaßen. Oh, ich glaube, ich erinnere mich an dieses Panorama. Weil als wir hier waren, das ist diese Ausgrabung, ne? Habt ihr ja auch direkt gesagt, mach die Quest, mach die Quest. Und da wusste ich, das wird so schlimm sein, ne? Aber glücklicherweise waren wir underlevelt. Und dann war das ja dieser erste Maulwurfsbohrer-Boy, der mich auch echt gut hops genommen hat. Aber hier um diesen Berg bin ich doch schon 30 Mal rumgeritten und hab nie den Aufstieg gefunden, oder? Aber jetzt seid ihr ja wieder dabei. Alle sind wach mit den Adleraugen, wie eben schon im Wasser mit diesem kleinen Vorsprung. Und jetzt finden wir bestimmt den Weg. Mit Sicherheit. Einfach den Sprecher von Arthas aus HDZ4 einbauen, um alle alten WoW-Spieler zu traumatisieren. Ja, rennst dir durch die Pampa, auf einmal guckt dich so eine Maschine an. Wie schön, dass ihr es geschafft habt. Aloy. Ihr seid nicht mein König-Maschine. Das wäre auch interessant, ja. Aber dann haben wir vermutlich das Easter Egg Game etwas zu sehr übertrieben, was das angeht. Bin nur hier, um Antitipps zu geben. Das ist ja ein Anfang. Kommunikation ist der Schlüssel. So, wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Und ich werde nochmal genauestens gucken, wie wir da hoch kommen. Und vielleicht habe ich es ja bisher wirklich jedes Mal übersehen. Denn es kann eigentlich nur Klettern sein. Es dürfte eigentlich kein Seil oder so runterhängen. Ah, da sind schon wieder Le Machines. Da vorne glitzert auch was. Und es kann ja theoretisch den ganzen Berg über irgendwie verteilt sein. Es muss ja nicht hier vorn sein. Obwohl das natürlich auch nicht uneinleuchtend wäre. Irgendwo steht eine Tür offen. Ist eigentlich ein Treppenhaus drin. Ist ein Leuchtturm ein antiker. Ey, könnte auch sein, dass wir so einen finden über die Panoramen. Denkbar ist das ja. Hattet ihr früher als Kind auch so Röhrchen, in die man reingucken konnte. Und da waren so lauter bunte Steine drin. Und dann konnte man die drehen. Und dann haben die immer andere Bilder gezeigt. Wisst ihr, was ich meine? Hatten die auch irgendeinen speziellen Namen? Oder nannte man die auch einfach Prismaröhrchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ein bisschen lange her. Kaleidoskop. Ja, auf jeden. Guck mal. Hier, genau die meine ich. Ja, Kaleidoskope. Junge. Sehr, sehr wild. Die waren irgendwie auch immer da. Ich kann mich nicht daran erinnern, sowas mal gezielt geschenkt bekommen oder gekauft zu haben. Aber das waren dann so Teile, die vermutlich in Wundertüten und so immer drin waren. Oder gab es die zum Happy Meal? Keine Ahnung. Und da waren Steine drin. Ich dachte, das war ein Spiegel. Ja, aber die Spiegel müssen ja auch irgendwas gespiegelt haben, oder nicht? Es sind nur Spiegel drin und du siehst auf einmal irgendwelche Formen. Gab es Maybe auch, aber bei mir waren da auf jeden Fall auch irgendwelche lustigen Steinchen drin, die sich dann so umgeformt und gespiegelt und reflektiert haben und nicht. Ey, ich bin oben. Cool. Ich habe schon zu viel dabei. Ja, das ist leider wahr. Wir wollen ja aber auch nur das schöne Panorama jetzt genießen hier. Wait. Ey, Leute, warte, bitte. Vorsicht. Oh Gott. Macht sich selbstständig hier gerade. Da haben wir es. Oh, da sind sie noch geflogen. Vorhin waren wir noch an der Luftbasis. Und jetzt fliegen sie hier rüber. Wow. Unberührte Natur. Schön. Und da haben wir jetzt unser Städtchen hingepflanzt, Junge. Genau auf diese Steine auch, ne? Das sind die beiden. Ah, krass. Sehr cool. Oh. Diese Dialoge oder Monologe besser gesagt, die werden immer trauriger gefühlt. Oh Gott. Hat er nicht noch was Schönes erlebt? Ich hoffe. Sad Life. Aber gut, der Weltuntergang hat selten Schönes parat, ne? Muss man fairerweise dazu sagen. Wir sind alle alt. Ja. Naja, zumindest wusstet ihr noch, wie man das nennt, ne? Ich habe ja fast beim Überlegen meinen eigenen Namen vergessen. Das ist noch gefährlicher. So, wir haben da noch eins. Noch eins näher dran vielleicht. Ne, ne? Da oben. Na gut, das könnten wir gerade noch snacken. Da sind wir ja auch ganz nah. Na, weil bei dem in der Mitte hatte ich ja nicht mal das Feuer, ne? Stell dir vor, du schaust dir das da an und auf einmal ist es das Haus vom Drachenlord. Wieso? Ja, sehr gutes Beispiel. Oder im Kaleidoskop eben, ne? Nicht mal hier beim Panorama auf einmal die Schanze, sondern guckst in so ein Kaleidoskop. Ey, Mann. Ja, sehr gut. Hätte ich komplett Bock drauf auf jeden Fall. Nein, das ist auch ein gutes Beispiel für Easter Eggs können zu weit gehen. Definitiv. Hat mich auf jeden Fall gut getroffen, die Vorstellung. So, wir wollen dort nach oben. Okay, das sollte doch ganz einfach sein. Da rechts scheint es ein bisschen hoch zu gehen. Bin hier aber heute auch am Klettern, Junge. Das ist ja der Wahnsinn. Habe ich bald noch ein Extra-Skin? Bin ich dann Free Climber Aloy? Junge. Kann ich hier so ein bisschen hochglitschen? Ne, es klappt leider sehr selten. Aber hier sieht es doch eigentlich aus. Als könnte man so ganz simpel hochwalken, oder? So ein schöner Weltuntergang, der hätte doch mal was. Dann ist mal wieder richtig was los in der Nachbarschaft, oder? Feini, feini. So, das hat funktioniert. Sehr schön. Wirst du Montag nochmal Horizon zocken, oder ist heute der letzte Stream? Weil 4 ist ja nicht mehr offen. Das ist eine echt gute Frage. Ich dachte eigentlich, wir brauchen deutlich länger mit allem. Aber wenn wir heute die Panoramas fertig kriegen, dann kann es sein, dass wir auch, bis Pokémon dann kommt, Zelda vorziehen, haben wir gesagt. Dass wir dann mehr aus Zelda noch rausholen, bevor dann am 28. Pokémon einschlagen wird. Langsam, langsam. So eine Bombe. Insofern müssen wir mal gucken, wie wir heute vorankommen und was die Karte noch so sagt. Aber wenn wir dann soweit alles erstmal fertig haben, ist ja auch blöd, einfach rumzulaufen und irgendwelche Sachen noch zu jagen, für die eh kein Platz im Inventar ist, ne? Schauen wir nachher mal. Die Größen-Kaleidoskope oder das Größe-Kaleidoskop stand übrigens auf der Expo 2005 in Japan und war ein 47 Meter hoher begehbarer Turm mit 10 Meter Durchmesser. Alter! Ja, da war jemand anscheinend Fan von diesen Steinchen, ne? Pokémon schon vorbestellt? Ne, muss ich noch machen. Wir haben überlegt, ob wir uns wieder eine richtige Kopie holen, also zum Anfassen oder diesmal mit Digital-Download, dass ich direkt 0 Uhr losballern kann. Oh, da haben wir irgendwie überlebt. Ne, überlebt. Ja, das zum Glück auch. Aber überlegt und dann sind wir abgestorben. Und seitdem haben wir nicht nochmal drüber nachgedacht. Wie komme ich denn hier jetzt das letzte Stückchen hoch? Hier ist nichts zum Klettern, ne? Muss ich doch andersrum? Hm, ich weiß nicht. Nochmal Horizon auf Ultraschwer. Ja, Speedrun, let's go. Hier drüben. Ah, sieht auch nicht wirklich gut aus, oder? Das ist eher zum Runterrutschen. Hier werde ich auch nicht rüberkommen. Und hier komme ich auch nicht hoch. Hö, soll ich mal versuchen, da rüber zu hüpfen? Ne, das wird nichts, oder? Ich probiere es mal. Oh, Autsch. Ja, Aua. Starke Schmerzen. Ne, doch. Come on, ja. Hex. Alter, Speedrun Tactics. Here we go. Aber, leider bin ich immer noch zu weit unten. Was? Ach, komm. Die haben ja gar nicht gegönnt. Toll. Wie soll ich da denn sonst noch hoch? Das erschien mir eigentlich als sinniger Weg, ne? Aber das scheint ja der Weg nach unten zu sein. Hm. Da ist nur ein Wächter. Tja. Schwierig. Da oben ist es, ne? Ich kann es sehen. Bringt mir halt nur einen Scheiß gerade. Ich sehe auch keine Kletterkanten. Tja. Und der normale Weg war das mit Sicherheit auch nicht, den ich eben gewählt habe, ne? Das heißt, ich reise, glaube ich, nochmal zurück. Glaube, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Sad. Nächstes Mal auch die Tierfiguren sammeln und abgeben, sowie die 23 Banuk-Attrappen finden. Boah. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ob ich das so fühle. Mein mit den Tieren ist eigentlich ganz cool, ne? Aber glaube, mit den Panoramen habe ich auf jeden Fall noch das rausgeholt, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Outlast Zwischenstream. Damn. Naja, dachte mir gerade, wie es sein müsste, wenn man da eine Landschaft sieht, die man aus dem RL kennt oder halt in der Nähe wohnt und wohne dann nur 10 Minuten mit dem Auto weg. Oh, boy. Ja, das wäre dann natürlich etwas Monumentales, was man schnell wiedererkennen würde, ne? Ich laufe jetzt mal hier lang, in der Hoffnung, dass ich dann hier drüben jetzt das finde, was ich eigentlich gesucht habe. Nämlich eine Art eindeutigeren Aufgang. Das könnte hier einer sein. Schön zerklüftet. Muss aber nicht, ne? Mal gucken. Hier hoch hüpfen. Hm. Es kommt mir halt immer so vor, dass, wenn ich hüpfe, ich irgendwie so vorankomme, wie es eigentlich nicht vom Game vorgesehen ist. Aber anscheinend ist das doch in Ordnung. Okay. Oh. Ja, die Maschine ist schnell. Und zwar schnell im Eimer, wenn ich es richtig treffe. Los. Putz. Sehr gut. Du bist der Nächste, mein Freund. Oh, der zündet schon. Oh, oh. Laser wollen wir hier nicht. Zack. Fall um jetzt. Sehr gut. Okay. Ich hätte einfach nur ein bisschen weiter links hüpfen müssen. Cool. Hätte mir den Weg anders vorgestellt. Aber gut. Dunkelmond-Rakete und Hochschießen. Ja. Die menschliche Kanonenkugel. Let's go. Kurze Frage zu WoW. Gibt das Karussell vom Dunkelmond-Jama kein EP-Buff mehr? Ja. Eigentlich schon. Also letztens waren wir erst drauf eigentlich. Hast du vielleicht irgendeinen Bug oder kein Ticket gekauft oder so, dass es daran irgendwie hapert? An sich müsste das noch funktionieren. Cortex. Lock. Hi. Okay. Wir gucken uns dieses jährliche Prisma an. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Und... Ah ja. Das ist das große Kolosseum, das sich da gerade im Aufbau befindet, wie es scheint, oder? Das sind doch irgendwelche Baufahrzeuge und Geräte. Okay. Cool. Und dahinter natürlich das Gebäude, ja. Komplett futuristisch. Wow. Sehr, sehr cool. Erinnert so ein bisschen an Jurassic Park, oder? Könnte diese Kuppel sein, wo die Flugsaurier drin waren. Ja, ich liebe diese Mechanik. Klasse. Oh, das war auf jeden Fall mal sweet. Auch traurig, aber wenigstens so ein bisschen sweet, ne? Ah, du Rosheim. Ich hält länger durch als der Sturm. Der Game hat dich getrollt, hat es die Buffs ausgeblendet. Okay, ja, das kann passieren. Aber wichtig ist, dass es da ist, alles. Mich erinnert es eher an Borderlands. Ja, durchaus auch. Wobei wir da weniger von diesen super futuristischen Gebäuden hatten, oder? Das ist ja einfach so ein klassischer Klotz, da hingesetzt, Junge. Schönes Labor an Labor an Labor und dann Abfahrt. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal ins Notizbuch. Nee, wir wollten auf die Karte schauen. Und ich wollte dort runter. Das sieht aber auch gefährlich aus, oder? Da war ich noch gar nicht. Hm. Dann würde ich erst mal zu diesem Feuerchen wollen. Äh, am besten von dort aus. Das ist ja mal eine richtige Randsposition. Oh Gott. Aber kriegen wir auch hin. Gestern einen Stream entdeckt und bin jetzt süchtig. Macht richtig Spaß, dir zuzugucken. Das freut mich sehr zu hören. Dann willkommen in der Wüste. Dö, dö, dö. Oh Gott. Robohühner. Tschüss. Ich mag die Wüste nicht. Da stehen die nächsten Riesenviecher. Oh mein Gott. Kann ich mir schnellere Beine kaufen? Wie in Cyberpunk. Schön diesen Doppelsprung. Ein bisschen Demon Hunter Style. Oh Mann. Gefährliches Pflaster hier. Echt. Schmecke. Dankeschön für das Subgeschenk. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe heute keine überlesen. Wegen den ganzen kleinen Dialogen, die wir immer hatten. Und den Sprachsequenzen. Das ist aber auch geil hier, oder? Holy Shit. Toll. Bin ja kein Wasserfreund. Aber sowas ist schon wirklich cool, oder? Erinnert so ein bisschen an 1000 Nadeln mittlerweile. Aber sonst. Gut. Der ist echt sauer. Ich bin, ja. Infight. Ja, das fällt mir auch ein, hier diese schöne Aussicht zu bewundern. Da wäre ich auch sauer als Vogel. Zack. Wenn man die Aussicht bewundert und nicht mein tolles Gefieder. Hör mal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh ja, der hat noch gesessen. Geil. Die Geduld. Wutz. 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 Sehr schön. Und der andere lebt noch. Wutz. Der muss doch aber auch zwei Leben oder so haben. Au wa. Wo ist er denn? Da drüben. Ah. Ja moin. Er hat noch ein bisschen mehr Leben. So. Und noch einen. Komm. Sehr schön. Einen für die Mutti. Und einen für den Papi. Autsch. Und weg ist er. Okay. Den habe ich generell nicht gesehen. Dachte es sind nur zwei. Zack. Da ist Nummer drei. Oh oh oh. Das sah aber auch ungesund aus mein Freund. Mal ganz ehrlich jetzt unter uns beiden. Muss ich dich leider kaputt hauen. Nun gut. So ist das manchmal. Kann ich hier einen Flachkörper runter machen? Oder wie komme ich denn da zu dem Lagerfeuer? Ich glaube ich muss ein bisschen Fallschaden in Kauf nehmen. So. Kann ich da? Ne. Oh Gott. Das ist so ein richtiger. Das war ja super schmerzhaft. Holy shit. Das hat ja mein Schild und mein Leben fast ausgelöscht. Na gut. Aber wir sind unten. Darum geht es. Ein Goblin Gleiter wäre jetzt wirklich wirklich gut gewesen. Absolut. Auf welcher Schwierigkeit spielst du? Auf normal glaube ich. Bei den meisten Games, wenn die Schwierigkeitsgrade keine weirden Extranamen haben, nehme ich eigentlich immer erstmal normal. So. Ich bin kein Wasserfreund, die Untertreibung des Jahrhunderts. Habt ihr es gesehen da drüben? Da war gerade schon wieder so ein riesen Kroki. Ich habe es genau gesehen. Da sind sie. Gott, es sind mehrere. Wie sie da im Wasser liegen. Bäh. Ne, ne. Wir bleiben schön hier beim Feuer. Ich hoffe, das Prisma ist dann der Panorama. Kaleidoskop. Whatever. Ich hoffe, das ist nicht im Wasser. Ach, aber es wird damit zu tun haben, oder? Da soll es sein. Ja, toll. Wir sind schon so halb in der Nähe. Hm. Hm. Muss das sein. Ich kletter hier erstmal hoch. Wir gucken uns das erstmal aus sicherer Entfernung an. Aus Gründen. Wo du gerade beim Wasser bist. Die Füschis. Wir brauchen die Gräten. So. Darüber. Jawohl. Aber ich glaube, wir müssen nicht mit den Krokis fallen. Es sei denn, ich krache jetzt ins Wasser. Das wäre sehr unangenehm. Aber diesmal sehe ich wenigstens die Kanten. Das ist schon mal eine gute Sache. Ein bisschen Fallschaden. Ja. Kleines Stück. Kleines Stück runtergestürzt. Bisschen Bein verstaucht. Dies, das. Was macht das Krogi da? Es hat was vergraben. Ach schön. Wenn ich hier runterfalle, ist ja auch ein kleines Stück, ne? Oh, oh, oh. Lu, lu, lu. Gar nicht nervenaufreibend. Es ist ja nicht schon schlimm genug, irgendwie auf so einem Seil über eine Klippe zu zu stolz hier. Ne, ne, da müssen auch noch Roboter-Krokodile drunter sitzen. Das wäre mal eine Dschungelprüfung. Dann würde ich auch mal wieder reingucken dabei. Ich bin ein Star. Holt mir ein Robo-Krokodil. Müssen wir die ganze Sendung umbenennen. Schaffe ich es da schon hoch? Ja, oder? Zack. Na klar. Sehr schön. Ach, das ist ja super nice. Jetzt ist die Frage, wird es um dieses Tor gehen? Hatten wir hier vorher vielleicht gar kein Wasser? Wurde das auch geflutet, weil irgendein Stau sind? Der See in die Brüche ging oder so? Ja, ist ja auch spannend. Aber erstmal looten wir. Jetzt bloß. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Bloß kein Schritt zu viel machen, Junge. Kein Wunder, dass wir hier noch nicht waren. Zack. Ach, gucke. Aha. Ferienparadies. Wir hatten schon Wasser. Absolut. Und wir hatten ne Menge Heißluftballons. Schaut mal da hinten, wie viele. Oh, wow. Und irgendwelche Drohnen anscheinend, die das überwacht haben. Oder die alle Ballons runterschießen. Das war auch die Zukunft. Da hattest du so einen Münzschlitz im Ballon. Und wenn du dann nicht mehr genug Kohle hattest, um die Fahrt zu finanzieren, dann wurde es direkt runtergeschossen, Junge. Butz. Das Original-Erlebnis. Wie schmecken denn Robo-Kroko-Augen? Das werden uns die Prominenten dann erzählen dürfen. Das sind die Zuschauerfragen, die eingeschickt werden. Okay. Cooles Bild. So viel lebendiger einfach als das, was wir gerade vorfinden. Tag 11. Ich kam hierher, um zu sterben. Aber anstatt mir in Wyatt's Hütte eine Überdosis zu verpassen, ging ich im Wasser spazieren. Ich stand genau hier, als mir die Idee kam. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss es tun. Wow, okay. Das ist auf jeden Fall eine Aussicht, bei der man auf Ideen kommen kann. Nicht nur auf gute, aber inspirierend ist das bestimmt. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Okay. Panoramen. Da oben ist noch eins. Da ist auch noch eins. Und mehr sehe ich gerade fast schon nicht mehr. Unten haben wir. Da rechts haben wir. Oben ist gar keins. Das heißt nur noch die beiden, oder? Ja, denn, würde ich sagen, wir legen los. Bist du in 1000 Nadeln gelandet? Ja, ob ich will oder nicht. Wir sind heute so oft gerollt, dass ich ein schwarzes Loch erzeugt habe. Durch die Rotation. Und dann wurde ich reingesogen. Und dann kam ich in 1000 Nadeln raus. Aber jetzt bin ich wieder zurückgereist nach Winterquell. Guti. Wo ist denn meine Markierung? Oh, die habe ich noch gar nicht umgesetzt, oder? Ne. Da wollte ich doch hin. Sehr schön, sehr schön. Ob du alle hast, siehst du, wenn der Erfolg aufploppt. Okay. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn die Lichter angehen. Nochmal Pfeile neu machen hier. Huch. Jawohl. Und dann wuseln wir mal rüber jetzt im Schnee. Auch schön, dass wir nochmal alle Zonen so ein bisschen besuchen, ne? Also gut, wir hatten jetzt ja nicht 100 verschiedene, ich sag mal, Layouts von den Zonen. Aber doch Winter, Herbst, Sommer, Regen oder Sonnenschein. Das Wetter noch dazu. Oh nein, nein. Nicht ihr. Ich dachte, das sind alles Wächter. Das sind die Panzerboys. Nee, wenn es wenigstens die Panzerknacker wären. Aber das sind ja die Wanderer. Na, na. Muss los. La, la, la. Na, okay. So, hier kommen die, glaube ich, nicht hoch. Ich suche nur ein Panorama. Möglichst ohne Kampfmusik. Oh Gott, kommen die doch hier hoch? Oh nein, die suchen mich. Oh nein. Ich habe ihr nichts getan. Ich hasse die. Ich hatte aber auch einen schlechten Start mit denen, muss man fairerweise dazu sagen. So, der Start war wirklich, ich konnte die nicht leiden, die konnten mich nicht leiden. Das war wirklich nicht gut. Aber wo könnte hier das sein, was ich suche? Und warum sind hier so viele Maschinen? Und warum habe ich so viele Fragen? Kriege ich auch mal Antworten? Oder? Wie sieht das jetzt aus? Wir sind in der richtigen Zone, bilde ich mir ein. Ich gucke nochmal. Ja, und ich finde diesen Berg, ich glaube, da sehe ich es auch schon, ja, sehr verdächtig. Nicht nur wegen diesem markanten Ast, sondern auch, weil der hier so in der Pampa steht und eine doch ordentliche Höhe aufweist. Na, klettern wir mal rum. Jawohl. Hast du schon alle Brutstätten gemacht? Ich glaube, nein. So, nochmal rüber. Und dann können wir auch hier hoch. Geil, mit dem Licht wieder. Sehr, sehr schön. So. Und darüber. Ja gut, dann könnten wir natürlich für den Montag nochmal einen Stream planen, wo wir diese Tierstatuen machen. Und die Brutstätten, ne? Das könnte dann, glaube ich, zeitlich auch ganz gut passen. Das wäre noch eine Idee. Da haben wir, glaube ich, zwei noch offen, ne? Die ich vorhin auf der Karte zumindest gesehen habe, bilde ich mir ein. Da unten ist die Kiste. Ja gut. Wow, das hat auch was, oder? Mit diesem Schnee dazu. Krass. Wow, in voller Pracht. Heftig. Wo wir vorhin von futuristisch sprachen, ne? Vielleicht ist das der Leuchtturm. So ähnlich. So ähnlich. Das ist ja cool. Mit der Aussicht dazu auch, ne? Da waren nur die Berge verschneit. Auch das hat sich ein bisschen verändert. Sehr, sehr krass. Ja. War es mal. Hat nicht überdauert. Apokaschittsturmtour. Tag 1. Wo könnte man besser beginnen, als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat. Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere. Dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Ja, leider wissen wir, er hat nicht übertrieben mit diesen Formulierungen, ne? Holy. Okay. Sehr eindrucksvoll mal wieder. Aber das war ja bisher bei so gut wie allen der Fall. Das heißt, wir haben noch eines. Und das lauerte irgendwo dort oben. Oh Gott, da habe ich ja auch gar keine Erinnerung dran. Mal sehen. Was kommt eigentlich nach Horizon? Also geplantes Mass Effect Andromeda. Da allerdings am 28. Ersten, das neue Pokémon kommt, werde ich das sehr ungern dazwischen quetschen. Deswegen haben wir gesagt, wir holen auch nach der Main Story aus Horizon noch raus. Worauf ich, worauf wir so Bock haben. Und dann würde ich Zelda erst mal von den Abendstreams her ausweiten. Damit wir nicht irgendwie 500 verschiedene Games haben. Und dann alles für Pokémon pausieren, ne? Soll heißen. Gibt noch 1, 2 Horizon Streams. Dann Zelda bis Pokémon kommt. Dann wird Pokémon erst mal alles dominieren. Und dann wird es statt Horizon langsam weitergehen mit Mass Effect Andromeda. Wenn sich das alles nach dem Release Hype wieder akklimatisiert hat. Junge. Aber ich hyperventiliere, wenn ich das sehe. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss mich erst mal selber akklimatisieren. Bevor ich an den Streamplan denke. Junge. Ich hoffe, ich habe gute Handschuhe dabei. Naja. Ich habe schon so eine Vorahnung, was wir hier sehen werden. Denn hier scheinen wir ja auch ganz schön zerstörte Hütten zu haben. Und ich meine, hier waren wir schon mal, oder? War das diese Storyline mit dem Roboter, der auch durchdrehte? Der irgendwie für Brandschutz zuständig war. Und dann hat er alles zerstört, weil die Gäste vom Ferienlager irgendwie ein Lagerfeuer machten und Würstchen grillten. Und dann ist er komplett durchgedreht. Das war doch hier, oder? Maybe sehen wir diesen Roboter. Das wäre super cool. Aber ein bisschen weniger Schneesturm wäre nett. Naja. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, ne? Aber hier bin ich zumindest bei Klettermal. Das ist doch ein Anfang. So. Jawohl. Sehr schön. War der Roboter in der DLC-Zone? Ah, schade. Kann natürlich sein. Aber die Hütte hat mich gerade sehr daran erinnert. Naja, gut. DLC-Zone war Banuco und Schnee, ne? Ich glaube, da wird mich noch einiges daran erinnern. Oh, damn. Ähm, da ganz oben. Wirklich ganz oben, ne? Äh. Das ist frech. Aber zumindest habe ich die ersten Kletterhaken schon mal gesehen. Das ist ein Anfang. Ja. Ah, Mann. Hier vielleicht hochhüpfen. Oder haben wir was zum Klettern? Da können wir uns wieder abseilen. Ich hätte jetzt gesagt, hier versuche ich so ein bisschen schräg hochzuhüpfen. Aber ich glaube, das gönnen sie nicht, ne? Das ist ein bisschen zu schräg, ja. Da glitsche ich eher und falle dann durch die ganze Welt. Vielleicht nehmen wir einfach diesen Vorsprung hier. Nasichi. Reanimati. Hallöchen. Das war so ganz bestimmt. Das ist völlig klar, ne? Ups. Hoppala. So. Wunderschön. Also Pokémon Montag, Donnerstag und im Abend streamen. Ne, Pokémon erstmal nur Pokémon. Also wenn das um 0 Uhr rauskommt, dann werde ich auch um 0 Uhr gleich Pokémon zocken. Und dann wird es wie bei Assassin's Creed Valhalla oder wie auch bei den Pokémon Remakes sein, die neulich kamen. Da werde ich quasi dieses Game zum Release nur suchten. Und dann wird erstmal alles Pokémon sein. Und im Idealfall kriegen wir das dann Mainstory technisch durch in ein paar Tagen. Und dann läuft quasi wieder der normale Uploadplan. Wo? Kein Platz mehr. Unser letztes Panorama, Freunde. Ich bin gespannt, weil hier ist eigentlich nur Schnee und Einöde. Mal sehen. Da ist der Erfolg. Ui. Ja, Schnee haben wir hier auch, aber deutlich weniger Einöde. Und auch wieder sehr, sehr viele Bots und Drohnen. Der Bau einer riesigen Berganlage. Krass. Das sieht sehr cool aus. Hätte ja auch gern so ein Horizon DLC, wie es das bei Bioshock gab zum Beispiel. Wo man dann diese zerstörte Stadt Rapture unter Wasser besucht. Ja, als sie noch nicht zerstört war. Das fände ich hier ja auch mal ganz cool. So ein DLC, wo man als Frau Dr. Sobeck oder wie auch immer rumwuselt, der sich das alles anguckt. Fände ich enorm cool. Aber hören wir mal in die letzte Audio noch rein. Apoker Shitstorm Tour Tag 10. Hier habe ich herausgefunden, wie die Welt untergeht. Meine zweite Apokalypse in einem Jahr. Sieht aus, als wird hier gerade einiges gebaut. Warum das denn? Warum das denn? Ja, das wussten dann natürlich die wenigsten. Was hier alles gebaut wurde. Und zu welchem Zweck. Okay, cool. Kann ich mir jetzt die ganzen Audio-Files in der richtigen Reihenfolge nochmal anhören? Sammelobjekte. Sind das die? Panorama. Oh, nee, warte. What? Wait, okay. Ich habe noch einen Talentpunkt für Reitmaschine rufen. Geil. Aber eigentlich wollte ich hier gerade gucken, ob ich die nochmal nehmen kann. Ah ja, das sind jetzt die Einzelnen nochmal. Ah, okay. Und es gibt eine Audio und jeweils noch einen Text dazu. Oh, es gibt jeweils noch einen Text dazu. Warte mal. Den hatte ich doch gar nicht jedes Mal, oder? Okay. Ja, dann könnten wir die jetzt natürlich noch lesen. Bilde ich mir einen. Das ist aber eine Menge. Oh, Junge. Audio. Wir hatten immer nur diese kleinen Fetzen, ne? Ja, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ihr hättet gar nicht gerafft, dass da auch ein Text dazu ist. Ja, krass. Noch zwei weitere Streams nur fürs Lesen. Genau so. Oh, damn. Nö, ich würde sagen, wir lesen da jetzt eiskalt rein. Halber Lesestream. Ja, das würde mich jetzt in dem Zusammenhang ja doch nochmal stark interessieren. Wolverine, Hallöchen. Ja, vorher allerdings, für die, die das vielleicht auch schon kennen oder nicht so auf den Lesestream stehen, Dankeschön, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das dauern wird. Und zum Thema Pokémon, wie gesagt, kommt am 28.01., glaube ich. Und da ich dieses Game einfach auch privat suchten möchte, ja, und euch gleichermaßen mitnehmen will, wird das eben zum Release alles dominieren. Ich weiß nicht genau, wie lang, aber ich werde auch selber nur Pokémon spielen die ganze Zeit, ja. Und deswegen wird es da eben nur dieses neue Game geben, bis wir uns dann wieder in den gewohnten Gefilden bewegen und dann auch Mass Effect ja mit in den üblichen Prozess dann einweben, weil das wird dann den Platz von Horizon quasi einnehmen. Na, so sieht's aus, ja. Für alle, die noch bleiben, wir werden uns jetzt diese wunderbaren Storys noch finalerweise gemeinsam erlesen und vielleicht noch so manche interessante Parallele aufdecken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Luftkampfakademie, das war der Anfang, ja. Forscher-Museum, hier ist dieser wunderbare Kurort. Sehr schön. Bleibt WoW, alles fliegt raus. Ich werde nur Pokémon spielen und darum auch nur Pokémon streamen. Das haben wir zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla oder auch bei den letzten Pokémon-Editionen so gemacht. und darum würde es nur dieses Game geben in dieser Zeit. gefunden in der Nähe von Mutters Wiege. Ach, da steht sogar bei, da steht sogar bei, wo die waren. Sehr interessant. Dreimal 24 Stunden Stream am Stück. Ja, die Tage werden so aussehen. Wie war das denn bei Valhalla? Ich habe das irgendwie angefangen um 11, gezockt bis 16 Uhr, dann war Mittagspause und dann nochmal von 17 bis 23 Uhr oder so. Es geht nur hintereinander weg. Ja, also das wird dann quasi durchgeballert, weil Release, ne. Set 1, ja. Dann gucken wir nochmal rein. Ich glaube, wir machen das so, dass ich die Audio nochmal abspiele und dann können wir in den Text gehen, weil ich mir einbilde, dass auch das zusammenhängt, oder? Beziehungsweise wird es sich, denke ich mal, denke ich mal, bedingen, ob früher oder später. Apokaschitz-Turmtour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent, hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starrte. Hallo, Ma. Du hast mich mal hier mitgenommen, damit ich Baba beim Unterrichten sehen kann. Ich wusste es damals nicht, aber sein Unterricht war wie aus dem 20. Jahrhundert. Er stand hinter einem Pult in einem echten Vorlesungssaal, ohne Mikro, und echte Kadetten aus Fleisch und Blut saßen auf Plastikstühlen und lauschten ihm. Das war 1945 oder 1946. Die Luftwaffe muss schon zu 60 bis 70 Prozent automatisiert gewesen sein, aber ihre Akademie war immer noch wortwörtlich alte Schule. Aber das Altmodische passte wohl gut zum Thema seines Seminars. Die Ära der menschlichen Luftmacht von 1909 bis... Die Kadetten dachten vermutlich, die Fragezeichen sollten Wunschdenken ausdrücken oder vorsätzliche Ignoranz. Aus ihrer Perspektive war die Ära der menschlichen Piloten bereits vorbei, aber nicht für Baba. Ich sah immer noch die Medaillen vor mir, die er in der Schlafzimmerschublade aufbewahrt hat, mit den Inschriften der Sanskrit. Du hast gesagt, eine davon bedeutete Berühre den Himmel ruhmreich. Selbst als Generalmajor der IAF ist er noch geflogen. Er wusste noch, wie es sich anfühlt, in einem Cockpit zu sitzen. Eine Hand am Steuerknüppel und den Finger auf dem Auslöser. Und so starb er auch. Am 5. Juni 2048. Bei der Beerdigung sagte ein Mitarbeiterfan von BAT Metalogic International, wir sollten stolz darauf sein, dass er bei der Verteidigung der freien Märkte starb. Schon damals wusste ich, dass das eine Lüge war. Er starb, weil er den Anspruch von M. Inns an einer Tantalum-Mine verteidigte. Dafür starb er. Und warum nicht die ganze Wahrheit sagen? Er starb, weil M. Inns noch nicht reich genug war, um sich eine vollständig automatisierte Flotte zu leisten. Weil es nicht kosteneffizient war, die alten Militär-Razor-Wings mit moderner Kriegsführungselektronik auszustatten. Er starb, weil menschliche Kampfpiloten genauso veraltet waren wie die Kisten, die sie flogen. Und genauso entbehrlich. Uuuuh. Das ist aber wirklich die Wahrheit, die keiner hören möchte, ne? Holy shit. Als er über dem Dschungel abstürzte, stürzte auch unsere Familie ab. Du hast wochenlang das Bett nicht verlassen. Dann kamst du ins Krankenhaus. Ich blieb bei Nachbarn. Und als du dich schließlich erholt hattest, als du genau die richtigen Sachen gesagt und versprochen hast, dass alles wieder gut werden würde, habe ich dir nicht geglaubt. Zwischen uns war etwas zerbrochen. Ich fühlte mich wie eine Weise und nichts schien mehr wichtig zu sein. Und mit diesem Gefühl lebte ich sieben Jahre lang, bis es mich beinahe umbrachte. Holy shit. Sehr düster. Nummer zwei. Apokashitstorm-Tour-Tag vier. Kaun zu glauben, dass Metalogic International hier sein Hauptquartier hatte, dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M. Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Hallo, Ma. Im Nachhinein ist es beinahe komisch, wie sehr ich Wyatt verabscheut habe. Ich hasste alles an ihm. Sein verquollenes Gesicht, seine schlechte Haut, seine immer gedämpfte Stimme, seine altmodischen Anzüge und ganz besonders seinen blöden Cowboy-Namen. Es ist mir egal, wie sehr man sich anpassen möchte. Es gibt keine Entschuldigung dafür, sein Kind nach einem Revolverhelden zu benennen. Ich konnte nicht glauben, dass du meinen Baba, einen hochdekorierten Kampfpiloten, durch eine Unternehmensdrohne ersetzen wolltest. Also machte ich es dir so schwer wie möglich. Ich war mehr als grausam. Ich sagte dir ins Gesicht, dass du nur Wyatts Konto, dass dich nur Wyatts Konto interessiert. Ich nannte dich, meine eigene Mutter, geldgierig und schlimmeres. Ich weigerte mich, zur Hochzeit zu kommen und ließ mich sogar am Abend vorher verhaften, um ganz sicher zu gehen. Ich brauchte Jahre, um das Offensichtliche zu begreifen. Natürlich hast du ihn wegen des Geldes geheiratet, aber um meinetwillen. Vor Wyatts hat dein Lohn nicht mal für das Essen und die Miete gereicht. Wenn du keine Überstunden machen konntest, rutschten wir tiefer in die Schulden oder mussten hungern. Du konntest es dir im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, Zeit zu Hause zu verbringen und schon gar kein Geld für Kinderbetreuung oder ein Nannybot ausgeben. Und in der Zwischenzeit geriet dein Sohn außer Kontrolle, wurde ein Schulschwänzer und Dieb und war schon drogenabhängig, bevor er die Junior High beendet hatte. Wenn es nur um dich gegangen wäre, hättest du Wyatts vermutlich höflich abgewiesen. Harte Zeiten waren dir nicht fremd. Verglichen mit deiner Flucht aus Kalkutta 2037 muss dir einfache Armut wie ein Spaziergang vorgekommen sein. Du wusstest, wie man überlebt. Aber dein Sohn nicht. Ich war auf dem besten Weg zur Selbstzerstörung in einem Wahnsinnstempo. Du hast Wyatts geheiratet, um mich zu retten. Für die Stabilität und die Möglichkeiten, die sein Geld uns bieten konnte. Es funktionierte letztendlich, aber nicht so problemlos, wie du gehofft hattest. Bevor ich gerettet werden konnte, musste ich zuerst sterben. Aber das ist eine Geschichte für Red Rocks. Oh boy. Puh, krasse Erkenntnisse, die er leider sehr, sehr spät dann hatte, aber auch verständlich, dass man durch solche schlimmen Schicksalsschläge natürlich komplett abstürzt und sich vielleicht sogar ein Stück weit selbst verliert. Absolut. Am Montag wird das alles abgefragt. Wie war das mit Historikern und Geschichtstests? So sieht es aus. Bei Valhalla habe ich das irgendwie komplett verpasst mit den Release-Streams, meinst du? Ja, ist halt einfach mein liebstes Beispiel, weil wir da auch im Startgebiet irgendwie tagelang rumgepimmelt sind. Da nehmen wir dann bei solchen Release-Events immer ganz gerne das Besondere erstmal mit. Gut, wir haben den dritten Teil. Da hat er es nochmal angesprochen. Was mich allerdings verwirrt ist, warum haben wir hier jetzt Tag 3, da Tag 11? Aber es gehört immer noch zum Set 1, ne? Tja. Alles bunt durcheinander. Sehr wild. Hallo, Ma. Star war, wie ich, ein Problemkind. Aber er war nicht klug genug, um selber irgendein Ding zu drehen. Ich habe ihm meine wahren Beweggründe nicht erzählt. Ich habe so getan, als sei ein Einbruch ins Museum und ein bisschen Randala ein Riesenspaß, wenn man auf Duster ist oder Duster, maybe ist das. Irgendein lustiger Stoff, ne? Ich war erst elf, aber dank meinem Interesse an Technik und Drogen war ich bereits mit den Grundlagen des Hackens von Sicherheitssystemen vertraut. Mit einem Störsender schaltete ich den Fensteralarm aus und machte mich dann an die Arbeit. Ich warf Holo-Ausstellungsstücke um, zerstörte Schaubilder, riss Schaukästen von den Wänden und zerschmetterte sie auf dem Boden. Ich hatte es da ganz vergessen, bis er etwas von Glasscherben schrie. Er stand einfach da, die Hand an seiner Wange und mit großen Augen und jammerte, dass das alles verrückt sei und ich uns ins Gefängnis bringen würde. Er hatte Recht mit dem Gefängnis. Geschnappt zu werden gehörte zu meinem Plan, aber mit verrückt lag er falsch. Meine Holo-Zerstörungsorgie war kein psychotischer Drogenrausch. Es war ein kalkulierter Angriff. Nicht auf das Museum. Auf Wyatt. Du hattest ein paar Wochen zuvor angefangen, dich mit Wyatt zu treffen und ich mochte ihn nicht. Ich wollte, dass er verschwindet. Als er zum Abendessen bei uns war, erzählte er neben vielen anderen langweiligen Sachen, dass er für die Museumskommission arbeitete und die Technologieeinkäufe überwachte. Aber wie gesagt, Star hatte Recht damit, dass sie ins Gefängnis kommen würden. Es ging schnell. Star schrie, dass sein ganzer Körper brenne und dann lag ich schon mit dem Gesicht nach unten in einer sich ausdehnenden Schaummasse. Die Polizeibots hatten uns nicht vorgewarnt. Verglichen mit Star bin ich noch gut weggekommen. Ich wurde noch nie von einer Mikrowellenwaffe getroffen, aber es soll höllisch wehtun. Aber ich hatte noch eine Woche später Schaumstückchen im Haar. Schlimm. Die Geldstrafe und die Schäden summierten sich auf 18 Monatslöhne. Meine Taten brachten also nicht nur Schande über die Familie, sondern auch eine finanzielle Katastrophe. Und somit ging mein Plan nach hinten los. Ich hatte Wyatt nicht vertrieben, sondern ihm eine einmalige Möglichkeit eröffnet. Er sprang ein und zahlte die Rechnung. Und nur einen oder zwei Monate später wart ihr verlobt. Es ist seltsam, aber in letzter Zeit träume ich oft von dieser Nacht. Ich sehe den ersten Projektor vor mir, den ich umtrat und wie das Hologramm einer Pionierin zur Seite rutscht und sich auf dem Boden dreht wie ein Bowlingkegel, als der Emitter runterkracht. Ein Zischen und ein Flackern. Und sie war weg. Ein Kurzschluss der Geschichte. Ungefähr wie jetzt. Ich frage mich, ob irgendjemand überlebt, um Museen über uns zu bauen. Ja, wenn, haben wir von ihm zumindest einiges erhalten. Aber ob man ihm auch eine Ausstellung widmen sollte, ich weiß ja nicht. Nummer 4. Aoka Shitstorm, pur Tag 8. Verdammte Scheiße. Dieser fickte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ach, und ich war so ein Arsch. Naja, das war das mit der Mine und dem Wasserfall. Ma, es ist unglaublich, dass ich auf diesen Ort gestoßen bin. Natürlich erinnere ich mich an deinen Unfall. Ich hatte nur vergessen, dass es hier draußen passiert ist. Das war vor, Wyatt. Natürlich, als die Zeiten für uns echt hart waren. Ich war zehn oder elf und habe schon jeden Tag Duster geraucht. Und du hast immer gearbeitet in dem Job, um den du Metallurgik anbetteln musstest, nachdem sie uns um die hinterbliebenen Rente betrogen hatten. Es muss furchtbar gewesen sein, für das eineinhalbfache Grund gehalten, Minenroboter in den Schächten zu warten. Aber so hast du uns durchgebracht. Als der Heber dich verletzte, sagte der Vorarbeiter, es sei deine Schuld gewesen. Er sagte, die Telemetrie zeige einen menschlichen Fehler. Deinen. Als du mir erzählt hast, dass die Telemetrie gefälscht wurde, habe ich dir nicht geglaubt. Ich habe dir die Schuld an deiner Verletzung gegeben. Boah. Genau wie die Firma. Ich war wirklich ein toller Sohn. Wow. Das ist halt... Megaarschig, Mann. Holy fuck. Ich begriff die Situation überhaupt nicht. Die Abweisung einer Schadensersatzzahlung war der finanzielle Todesstoß. Wir wären fast auf der Straße gelandet. Und deshalb bist du mit deiner Beschwerde durch die Instanzen gegangen. Immer höher, bis du schließlich in Wyatt's Büro gelandet bist. Er ordnete eine Untersuchung an, was richtig war. Obwohl ich mich immer gefragt habe, wie objektiv seine Entscheidung wohl war. Die Untersuchung bewies, dass die Telemetrie manipuliert wurde und dein Anspruch berechtigt war. Und mit den Implantaten und der Kyberkinetik warst du bald so gut wie neu. Es sah so aus, als sei alles wieder heil, was kaputt gegangen war. Verdammt. Nur sechs Monate später hat das mit Wyatt angefangen. Also wurde sogar noch unsere Armut behoben. Was wir natürlich nicht wussten war, dass du vergiftet worden warst. Du warst Lubor 6 ausgesetzt. Es war in den Reinigungsmitteln, die du für die Robotergelenke verwendet hast. Es sollte noch Jahre dauern, bis wir etwas über die Langzeitwirkung erfuhren. Aber der Schaden war schon angerichtet. Dieser verdammte Job, mit dem du mich ernährt und gekleidet hast, hat dich umgebracht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal Danke gesagt hätte. Dieser Ort soll verdammt sein. Wow. Krasse Story. Ich bin sehr froh, dass wir die Texte noch gefunden haben. Krass geschrieben. Nächste Nummer 5 ist das, ne? Ah, das ist halt noch bitterer mit all den Gedanken, die wir gerade geteilt bekamen. Hä, wir hatten auch Nervengifte in unseren Reinigungsmitteln. Ja, oder ein bisschen Asbest inhalieren. Wenn du das den ganzen Tag in der Miene machst, ist, glaube ich, nochmal anders schlimm, wie sich das da ansammelt. Hallo, Ma. Mein Plan war, je nachdem Amos 15 den Start zu campen. Ich hatte die letzten neun Monate Überstunden geschoben. Ich war also ziemlich fertig und dachte, ich sollte mal ein Wochenende ausspannen, bevor der Stress weitergeht. Ich baute gerade mein Zelt auf, als Wyatt's Anruf kam. Er sagte, es sei ein Notfall. Ich rief ein Liftspinwert und war in weniger als 27 Minuten im Denver General. Ich kam zu spät. Du lagst bereits im Koma. Ich begriff nicht, wie das sein konnte, aber als ich Wyatt fragte, brachte er kein Wort heraus und schickte mich zur Pflegestation. Also musste mir ein Holoarzt die Neuigkeit überbringen. Dass du die Diagnose schon vor einem Jahr bekommen hattest, die Nebenwirkungen der Gentherapie und der Polymer-Gefäß-Erneuerungen, die sechs Monate ambulante Dialyse. Ich konnte nicht glauben, dass du mir all das verheimlicht hast. Selbst im größten Stress habe ich dich ein- oder zweimal die Woche angerufen und du hast einfach da gesessen und mir zugehört, wie ich mich für mein neustes Projekt begeisterte oder mich über die Arbeitsrichtlinien beschwere und du lagst dabei die ganze Zeit im Sterben? Das ergab keinen Sinn. Ich marschierte wieder zu Wyatt, stellte ihn zur Rede, forderte eine Erklärung. Er sagte, du wolltest mich nicht ablenken, dass ich wichtige Arbeit zu machen hätte und mich konzentrieren müsse. Als ob der letzte Amos-Staat und das Palladium und Rhodium, das es zur Erde bringen sollte, wichtiger wäre als meine Mama, die schon hier war. Wyatt sagte immer wieder, wie stolz du auf mich warst. Er plapperte sogar deinen immer voran Standardsatz nach. Er sagte, ich sollte wieder an die Arbeit gehen, dass du das gewollt hättest, dass er im Krankenhaus bleiben und mich auf dem Laufenden halten würde. Ich ging nicht wieder an die Arbeit. Ich rief nur an. Ich musste mit zwei Vorgesetzten, einem undurchschaubaren, automatisierten Personalabteilungsmenü, einer Personalabteilungs-KI und einem pedantischen Vorsorgemitarbeiter streiten, um Urlaub aus persönlichen Gründen durchzusetzen. Aber ich schaffte es. Und dann saß ich die nächsten sieben Tage an deinem Bett. Ich dachte immer wieder an das Krankenhaus nach meiner Überdosis im Amphitheater, wie du aus dem Koma erwacht bist. Ich wollte, dass mein Gesicht das Erste ist, was du sahst. Am achten Tag erklärten sie dich für tot. Nach der Beerdigung ging ich wieder arbeiten, aber ich war nicht richtig da. Ich befahl mir, mich zu konzentrieren, sagte mir, dass es okay war, bei der Arbeit zu sein. Schließlich hättest du das gewollt. Immer voran. Aber meine Arbeit litt darunter. Als mein Vorgesetzter mich zu einem Notfallmitarbeitergespräch einbestellte, wollte ich cool bleiben, die Kritik annehmen und versprechen, mich zu bessern. Aber so lief es nicht. Ich rastete aus und brüllte ihn an. Und dann brach ich zusammen und fing an zu heulen. Zwei Minuten und drei Sicherheitsdrohnen später stand ich schon vor dem Farrow-Gebäude, blinzelte in die Sonne und zupfte meine zerknitterten Klamotten zurecht. Eine Benachrichtigung auf meinem Fokus sagte mir, dass ich für heute nach Hause gehen und mich am Montag zu einem Disziplinargespräch einfinden solle. Aber ich ging nicht nach Hause. In meinem Kopf hatte schon eine andere Idee Gestalt angenommen. Ich glaube, ich hatte eigentlich schon länger darüber nachgedacht. Ich nahm einen Liftspin-Wert zum Pionierpark. Nach zehn Minuten Herumfragen und einem Lügendetektortest, der bewies, dass ich kein Kopf war, hatte ich, was ich wollte. Ich ging mit den Drogen nach Hause, fing an, sie zu nehmen und hörte nicht mehr auf. Duster, Snake, Skydive, Overcast, kein Razorwing. Wenigstens das. Ich ging nicht ans Telefon und auch nicht zum Disziplinargespräch am Montag. Ein Freund kam vorbei und hämmerte an die Tür, bis ich öffnete. Als er sah, was los war, startete er eine Ein-Mann-Intervention. Ich willigte ein, eine Therapie zu machen, aber ich machte mir keine Illusionen. Urlaub aus persönlichen Gründen war schon schlimm genug, aber Urlaub wegen psychischer Probleme und Drogenmissbrauch? Drogenmissbrauch? Beruflicher Selbstmord. Klar, offiziell konnten sie mich dafür nicht feuern, aber ich war lang genug bei FAS, um zu wissen, dass sie einen Weg finden würden. Meine Karriere war beendet. Ich dachte, ich hätte den Tiefpunkt erreicht, aber ich lag natürlich falsch. Der Absturz sollte noch lang werden. Das war erst der Anfang. Okay, krass. Das war eine Wahnsinnsgeschichte. Und wie geistenskrank, dass man beim Drogendealer einen Lügendetektor-Test macht. Holy shit. Die Zukunft. Die Zukunft. Apokaschit-Storm-Tour-Tag 7. Ich war drei Monate aus der Klinik raus, als wir hier campen waren. Wyatt ging früh schlafen. Also blieben nur wir beide wach und beobachteten die Perseiden. Danach, als wir über die Sterne und Weltraumtechnik redeten, wusste ich plötzlich, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Naja, die hatten wir ja vorhin. Schon traurig, auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich sad story. Bisher. Vielleicht gibt es ja noch eine Wendung, aber wenn wir uns das Drumherum hier ansehen, ne. Uff. Hallo Ma. Es war August. Die Sommerkurse waren vorbei. Ich hatte spitzenmäßig abgeschnitten und konnte voll motiviert mit der 10. Klasse weitermachen. Als Belohnung für meine Leistungen und meine Abstinenz schenkten du und Wyatt mir einen Astro-Prodigy von Fullerton Labs und nahm mich zum Campen mit, um die Perseiden zu beobachten. Ich war total aufgedreht. Wyatt mühte sich den ganzen Nachmittag mit einem selbstaufbauenden Zelt ab, das er für den Ausflug gekauft hatte, bis er schließlich aufgab und das Ding von Hand zusammenbaute. Naja, zumindest die Schlafkapseln. Während wir ein Feuer machten und das Abendessen kochten. Bin ich übrigens auch großer Fan von. Wir waren ja mal beim Gamescom Camp in der Nähe der Gamescom und da hatte ich auch so ein Zelt, was du einfach auspackst, hinwirfst, plopp und dann stand das, ne. Geil, so was brauche ich. Er muss sich echt verausgabt haben, denn schon nach dem Essen fielen ihm immer wieder die Augen zu und er ging bald darauf ins Bett. Als es dunkel wurde, saßen wir da und beobachteten, wie die Sternschnuppen ihre Wege auf den Himmel malten, staunten über ihre Anzahl und lachten vor Begeisterung. Nach ungefähr einer Stunde wolltest du, dass ich dir die Sternenbilder erkläre. Also startete ich den Astro-Prodigy und spielte Professor. Ich hielt dir Vorträge über jede Sternengruppe, die die Drohne vergrößerte. Cool. Später zoomte ich damit die Odyssee heran, die damals noch im Orbit gebaut wurde. Es dauerte noch ein oder zwei Jahre, bis man sie aufgab. Wir konnten tatsächlich die Roboter sehen, die an ihr arbeiteten und wie Glühwürmchen über ihre Hülle huschten. Also hielt ich dir eine Rede darüber und danach über die Roboter, die Farrow und andere Unternehmen, sogar Metallurgik, jetzt ins All schickten, um Helium-3 von Luna und Metaller aus dem Asteroidengürtel abzubauen. Je länger ich über Weltraumtechnik sprach, desto aufgeregter wurde ich. Aber mir wurde auch kalt, die Nächte in der Wüste sind so. Also setzte ich mich wieder neben dich und wir kuschelten uns unter unsere Decke aneinander. Eine Zeit lang sprachen wir nicht. Ich wollte dir sagen, was ich dachte, aber ich kam mir albern vor. Aber als Wyatt plötzlich einen lauten Schnarcher von sich gab, mussten wir beide kichern und das gab mir die Gelegenheit, es einfach zu sagen. Dass ich, dein krimineller Sohn, der beinahe von der Highschool geflogen wäre, der beinahe bei einem Bash-Core-Konzert an einer Überdosis gestorben wäre, ein Raumfahrtingenieur werden und all die Maschinen bauen wollte, über die wir geredet hatten. Roboter für das Sammeln von Rohstoffen im Sonnensystem, vielleicht sogar welche, die zu anderen Sternen reisen und neue Welten aufbauen konnten. Du hast mich angesehen und gelächelt. Dann wirst du das tun. Und dann hast du in den Nachthimmel geblickt und gesagt, du wirst das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne schreiben. Als ob es eine einfache Tatsache wäre. Die Schule fing eine Woche später an und ich blickte nie zurück. Wow. Das war echt sweet. Immerhin. Finally. Endlich mal. Du gehst campen. Naja, beim Gamescom-Camp waren wir, weil wir kein Hotel mehr bekommen haben. Ich musste campen. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Lag bestimmt nicht am Restalkohol bei uns damals. Das sowieso. Wenn man das schön zusammenlegen muss. Ja, ja. Das ist generell eine sehr krasse Challenge. Wir sind beim nächsten Audio. Tag zwölf. Als wir zusahen, wie der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich. Nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Oh, he did it. He did it. Cool. Lion, hi. Hallo, Ma. Endstation. Danach habe ich alles gesagt, was ich wollte. Es war nur ein Routinestart, aber für uns hätte es genauso gut Apollo 11 sein können. Es war meine erste eigene Arbeit, ein Sucher-Extraktor mit einem verbesserten Antriebssystem, das ich entworfen hatte. Das Gerät war für M89282 bestimmt, einen Asteroiden mit großen Vorkommen an Rutenium und Wolfram. Eine Abbaustelle von Metallurgik, wie es der Zufall wollte. Es war durch und durch ein Familienereignis. Wir standen also im Freien, als es Nacht wurde und die Sterne hervorkamen. Und natürlich dachte ich an jene Nacht vor vielen Jahren, als wir gemeinsam die Perseiden beobachteten und von genau diesem Moment geredet und geträumt hatten. Du hast ebenfalls daran gedacht, denn als der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand und sagtest, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Und schon damals wusste ich, dass das nicht stimmte. Das Ding flog zu einem Felsen, nicht zu einem Stern. Es war ein Routinestart, kein Aufbruch zu neuen Ufern, aber mein Herz war zu voll für Haarspaltereien. Ich lächelte nur und drückte deine Hand. Das war der schönste Moment meines Lebens. Du und ich mal, immer voran. Der Beginn von etwas Großartigem. Aber nach deinem Tod und meinem Zusammenbruch hat sich die Bedeutung dieser Nacht verändert. Alles, was vorher so wundervoll war, schien jetzt verdorben und falsch zu sein. Es erschien falsch, weil es falsch war. Ich hatte nie irgendetwas in die Sterne geschrieben. Klar, ich hoffte mal, an so einem Projekt zu arbeiten, an einer Raumsonde oder einem Kolonieschiff. Aber es ist nie passiert und jetzt war meine Karriere vorbei und es würde auch nicht mehr passieren. Und dann, als ich von der Plage erfuhr, verfolgte mich die Erinnerung noch mehr. Denn es war nicht nur ich, der es nicht geschafft hatte, eine Geschichte in die Sterne zu schreiben. Es waren wir alle, unsere gesamte Spezies. Alle unsere Erfindungen, unsere Technologie, unser Streben. Alles war völlig umsonst. Ich habe oft zu den Sternen hochgeschaut, und die einzige Geschichte, die ich dort geschrieben sehe, ist, dass wir klein und unbedeutend sind und bald beinahe spurlos verschwinden werden. Es ist eine traurige Geschichte und sie gefällt mir nicht besonders. Ich vermute, ich habe in den letzten zwölf Tagen wohl versucht, eine andere Geschichte zu erzählen. Keine große Geschichte, die in den Sternen steht, sondern eine winzige, geschrieben am bescheidenen Boden der einzigen Welt, die wir je kennengelernt haben. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass irgendjemand oder irgendetwas sie lesen wird, aber ob das passiert oder nicht, die Wahrheit der Geschichte bleibt bestehen. Dass da einmal ein Planet namens Erde war, auf dem ein Junge namens Bashar lebte, der seine Mutter sehr geliebt hat. Mach's gut, Ma. Ich liebe dich. Bashar Mati, Sohn von Amal und Bajas Mati, Stiefsohn von Wyatt Mahante, 24. November 2064. Krass. Und er hat sich sogar als Stiefsohn tituliert. Okay. Wir haben aber noch ein paar. Wir haben jetzt den letzten vom zweiten Set. Tag 11. Ich kam hierher, um zu sterben. Aber anstatt mir in Wyatt's Hütte eine Überdosis zu verpassen, ging ich im Wasser spazieren. Ich stand genau hier, als mir die Idee kam. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss es tun. Jetzt weiß ich auch, wer Wyatt ist von Wyatt's Hütte. Das hört sich sehr stark nach einem unserer Enden, nach möglichen Enden zumindest als Menschen an. Ja, und da hat Horizon ja schon öfter einige Parallelen gezogen, die uns so gar nicht geschmeckt haben, als die auf dem Tisch waren. Okay. Hallo, Ma. Ich kam mit einer Tasche voller Drogen hierher, nachdem ich von der Plage erfahren hatte. Ich hatte einen ganz einfachen Plan. Ich wollte mich erst ein paar Tage lang zudröhnen und dann eine Überdosis Overcast nehmen. Ich glaube, ich war immer noch wütend auf Wyatt, weil er dir geholfen hatte, alles geheim zu halten. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wäre meine Leiche, wer weiß, wie lange in der Hütte vor sich hin verrottet. Er hätte Katastrophensäuberungsbots mieten müssen, um mich vom Boden zu kratzen, ein knochiger Mittelfinger aus dem Grab. Aber es lief nicht nach Plan. Aus irgendeinem Grund ging ich draußen spazieren, bevor ich mich zudröhnte. Ich wanderte am Ufer entlang und dachte an die vielen Male, die wir hier gewesen waren und geredet hatten, wie ich mich im Laufe der Jahre verändert hatte und du immer dieselbe geblieben warst. Egal, ob ich in der Highschool über Leistungskurse plapperte, an der Uni über meine Professoren herzog oder als Fahrsingenieur über Nutzlasten dozierte, du warst immer da, hast immer zugehört, warst immer interessiert. Und du hast mich natürlich immer ermutigt, mich immer angespornt, immer voran. Aber jetzt war ich hier, ein erbärmlicher Versager, allein am Strand. Um mich herum tobten Kinder mit Spielbots im Sand, Sonnenanbeter genossen die Wärme, Familien tollten im Wasser herum oder fuhren in altmodischen Booten, komplett nichts ahnend, dass ein mechanischer Schrecken sie bald verschlingen sollte. Kurze Momente in der Sonne, die grausam enden sollten und auf nichts hinaus liefen. All deine Liebe und Hingabe, die Opfer, die du gebracht hast, um mich zu unterstützen, wozu hat all das geführt? Zum Scheitern. Und das zu einem so hohen Preis. Wir konnten uns nicht einmal mehr voneinander verabschieden. Aber selbst wenn ich nicht gescheitert wäre, wenn ich weiter erfolgreich gewesen wäre, hätte das irgendetwas besser gemacht? Während ich die Karriereleiter bei Fars hochkletterte, erfand die Militärabteilung der Firma die Technologie, die die Welt auslöschen würde. Ich diente demselben Meister. Der Erfolg war eine Leiter ins Nichts. Ich musste nur herunterfallen und auf dem Panoramaprojekt landen, um das zu erkennen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte nie die Ironie darin gesehen, bis ich an diesem Strand stand. Nur weil ich versagt hatte und Panorama zugeteilt worden war, einem vergessenen Zeitkapselprojekt, fand ich heraus, dass die Welt vor ihrem Ende stand. Ironie? Er ein kosmischer Witz. Aber warum traf mich die Erkenntnis dann wie eine Inspiration? Ich hatte Zugriff auf die Technik, ich wusste, ich konnte es schaffen. Klar, letztendlich würde es vermutlich auf gar nichts hinauslaufen wie alles andere. Aber für 50.000 Jahre oder länger würden alle Daten, die ich zurückließ, weiter bestehen. Es wäre nicht viel, aber es wäre auch nicht nichts. Ich ging zurück zur Hütte, versteckte die Drogen und rief mir ein Liftspinwert in die Stadt. Wenn ich eine Weltuntergangstour starten wollte, konnte ich es ebenso gut mit Stil machen. Also mietete ich einen Sabara und fuhr damit zu Faas. Ich ging ins Labor, schnappte mir zwölf Panoramastacheln zu Testzwecken, verstaute sie im Kofferraum und der Rest ist Geschichte, siehe da. Das ist weniger als zwei Wochen her, fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Zu Beginn der Tour dachte ich, ich komme hierher zurück und beende, was ich angefangen habe, zu dröhnen und sterben. Aber das Erste, was ich nach meiner Rückkehr tat, war, die Drogen zu verbrennen, alle, im Wert von 2,5 Monatsgehältern, so dass die Brücke ins Vergessenwort wörtlich abgefackelt war. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde, aber es soll nicht so sein. Ich weiß, was du von Drogen gehalten hast. Wie auch immer es passiert, ich kann dir wenigstens eines versprechen. Ich werde clean sterben. Ich habe noch einen Stachel, den ich versenken muss. Einen letzten Halt auf meiner großen Mystery-Tour. Wir sehen uns dort. Okay, Ende von Set 2. Manpad, hi. Das heißt, das große Finale, ja, aber geil, dass sie das hier auch schriftlich nochmal festgehalten haben, weil sonst hätte ich echt vieles nicht verstehen können von dem, was hier geschildert wurde, auch in den Audio-Files. Aber so ist ja wirklich eine komplett krasse Story dahinter, die leider, wie so oft, super, super traurig, aber dafür schön geschrieben ist. Klasse. Okay, die finalen Audios und Texte. Apokaschitz-Turm-Tour. Tag 1. Wo könnte man besser beginnen als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat? Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere, dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Ja, damit hatte er recht. Damit auch Manpad. 17 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo Ma. Weißt du noch, wie aus dem Häuschen, wie aus dem Häuschen wir waren, als ich hier einen Job bekommen hatte? Raumfahrt-Kontrollingenieur bei Farrow Automated Solutions, frisch von der Stanford-Uni. Am Samstag hatte ich noch den Doktorhut in die Luft geworfen, am Montag war ich Mitarbeiter des größten Unternehmens der Erde. Einstiegsgehalt? Sechsmal so viel wie die Grundvergütung. Ein Traum war wahr geworden. Deiner ebenso wie meiner. Als ich erfuhr, dass es geklappt hatte, wartete ich bis zu meiner Abschlussfeier, um es dir persönlich zu sagen. Du warst so stolz, du hast mich fünf Minuten lang umarmt, gelacht und gleichzeitig geweint und ständig gesagt, immer voran, der Beginn von etwas Großartigem. Das dachte ich auch. Es schien, als würde mir, uns, nie wieder etwas Schlimmes passieren. Aber natürlich passierte etwas Schlimmes. Schlimmer, als ich es je für möglich gehalten hätte. Ich kann fast zwar nicht die Schuld daran geben, dass sie dich krank gemacht haben, das war metallurgisch, aber ich kann Farrow alles andere vorwerfen. Aber reden wir später über das Ende der Welt. Es spielt natürlich eine Rolle in dieser Geschichte. Wenn ich nicht herausgefunden hätte, was uns droht, würde ich das hier nicht tun. Ich würde keine Zeitkapseln zurücklassen. Aber die Apokalypse ist nicht die Geschichte, die ich erzählen will. Das hier wird eine Geschichte über unsere Familie, über uns. Ich muss allmählich los. Ich habe genug Zeit meines Lebens im Schatten dieses Ortes verbracht. Ich habe noch elf Panoramastacheln im Kofferraum meines gemieteten Sabaras und ein paar ziemlich gute Ideen, wo ich sie versenken kann. Also werde ich von hier verschwinden und damit anfangen. Und so nahm es seinen Lauf. Siehe da. Tod den Decepticons. Ganz genau. Smokey, hi. Wir sind beim Vorvorvorletzten. Ja. Apoka Shitstorm Tour Tag 10. Hier habe ich herausgefunden, wie die Welt untergeht. Meine zweite Apokalypse in einem Jahr. Sieht aus, als wird hier gerade einiges gebaut. Warum das denn? Ja, warum das denn? Das muss ja auch krank gewesen sein, wenn man sowas beobachtet hat und sich dachte, na, was wird hier gebastelt? Der Untergang? Die Regierung? Bill Gates? Hallo, Ma. Ich war überrascht, als mich Fahs hier rausgeschickt hat und nicht nur, weil das Treffen im Realraum stattfinden sollte. Ich war überrascht, dass sich bei Fahs noch jemand an mich erinnerte. Als ich nach der Therapie zur Arbeit zurückkehrte, informierte mich die Personalabteilung darüber, dass ich für das Panoramaprojekt eingeteilt worden war. Das war genau das berufliche Todesurteil, das ich erwartet hatte. Man schickte mich karrieremäßig ohne Schutzanzug in eine rote Zone. Alle wussten, dass Panorama eines dieser unterganggeweihten Projekte war, die Fahs nur als Abstellgleis für Versager unterhielt. Insbesondere für Irre wie mich, die sie aus Angst vor einem Prozess nicht einfach feuern konnten. Monat für Monat teilte das Management die Versager für aussichtslose Projekte ein, brach diese dann ab und entließ alle. Ein Schiff voller Narren, versenkt mit einem einzigen Torpedo. Es ist keine rechtswidrige Entlassung, wenn es betriebsbedingter Stellenabbau ist. Wow! Danke für nichts. Ich hatte nichts Besseres zu tun, also sah ich mir die Technik an. Chip-Design war nie meine Stärke, aber ich kannte mich gut genug aus, um zu bewundern, was die Ingenieure mit dem Eternity-Chip geschafft hätten. Daten konnten darauf ohne jeden Verlust 50.000 Jahre oder länger gespeichert werden. Panorama selbst war eher ein gescheiterter Marketingplan. Die Idee dahinter war, Werbung für die Technologie zu machen, indem man frei zugängliche Eternity-Chips bei Sehenswürdigkeiten in aller Welt vergrub. Public-Domain-Site-Kapseln, in denen Enthusiasten datumsgebundene Daten speichern könnten. Das Projekt war so weit fortgeschritten, dass Stacheln entwickelt worden waren, tragbare Bohrer-Applikatoren, mit denen die Chips versenkt werden sollten. Dann stagnierte es, als Grass-Hackle-Verkapselungen auf den Markt kamen und Eternity den Wind aus den Segeln nahm. Jedenfalls war ich drei Wochen beim Panorama-Projekt, als Fars mich überraschend für ein Realraumtreffen hier rausschickte. Mich, einen Versager, der an einem toten Projekt arbeitete, schickte man zu einer F&E-Hochsicherheitsanlage von Fars in Kingspeak. Das ergab keinen Sinn. Das Sicherheitspersonal brachte mich in einen kleinen Konferenzraum und sagte, ich sollte warten. Es war regelrecht erdrückend, gedämpftes Licht, schlechte Luft, eher wie ein Verhörraum aus einem dieser Polizeivideos aus den 90ern. Aber was mich wirklich neugierig machte, waren die Geräusche, die durch die Wände drangen. Ein andauerndes Klopfen und Krachen von Konstruktionsbots, die tief im Berg etwas bauten. Etwas Großes. Die Tür öffnete sich und ein paar Typen mit Fars-Abzeichen kamen herein. Ich erkannte einen von ihnen. Brad Endek, ein Replikationsingenieur aus der Militärabteilung, den ich ganz zu Anfang mal getroffen hatte. Aber ich glaube, er erkannte mich nicht. Er blieb die ganze Zeit im Hintergrund und sah beunruhigt aus. Ich wollte gerade fragen, was eigentlich los ist, als eine Frau mit Hitschab reinkam. Sie stellte sich nicht vor, aber das musste sie auch nicht. Das war Samina Ebaji, die ehemalige Archivleiterin der Odyssee, Architektin des gesamten Homer-Projekts. Keine weltbekannte Berühmtheit, aber wenn man wie ich in seiner Jugend das Odyssee-Projekt gespannt verfolgt hatte, erkannte man sie sofort. Ebaji setzte sich und begann sehr präzise Fragen über die Toleranzgrenzen von Eternity-Chips zu stellen. Dann sollte ich über die Machbarkeit verschiedener Verbesserungsmethoden spekulieren. Die Befragung dauerte ungefähr zehn Minuten, dann dankte sie mir für meine Zeit und ging. Alle anderen folgten ihr. Ist das jetzt der Zusammenhang? Der Zusammenhang zu den Gaia-Unterfunktionen? Welche war das? Apollo? Mit dem Wissensspeicher? Ja, ne? Das war Frau Baci, wenn ich mich nicht irre. Krass, Es ergab keinen Sinn. Ja, Fragen stellen. Sie wollten alles wissen. Als sie schließlich landete, wusste ich, dass ich nicht aufgeben würde, bis ich dieses Rätsel gelöst hätte. Wait. Nee, fehlt noch. Alle anderen folgten ihr. Das Sicherheitspersonal kam ein paar Minuten später und eskortierte mich zu meinem Wert. Auf dem ganzen Weg zurück zu Faas zerbrach ich mir den Kopf darüber, was eigentlich gerade passiert war. Was machte Samina Ebaji in einer geheimen Faro-F&E-Anlage? Warum stellte sie mir Fragen über die Eternity-Technologie? Es ergab keinen Sinn. Als ich schließlich landete, wusste ich, dass ich nicht aufgeben würde, bis ich dieses Rätsel gelöst hätte. Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass man mich feuerte. Aber das würde sowieso passieren. Ich brauchte ein paar Tage und etwas Sucharbeit, aber ich hatte ziemlich bald eine Spur zu Brad Andag. Er ging jeden Abend in eine andere Bar und rang bis zur Bewusstlosigkeit. Ich erfolgte ihn, bis ich es schaffte, auf seinen Fokus zuzugreifen und seine Netzprotokolle zu duplizieren. Ich fand nichts Auffälliges in seinen Finanzen oder seiner Mediennutzung. Ich dachte schon, ich hätte meine Zeit vergeudet. Aber dann griff ich auf seinen Dreambox-Account zu und fand das Tagebuch, das er in den letzten Wochen geführt hatte. Es stand alles drin, wie die Welt untergehen würde. Mein erster Gedanke war, tja, wenigstens muss meine Ma das nicht mehr erleben. Mein zweiter Gedanke war, dass jetzt alles egal war. Krass. So kam er also in Kontakt mit dem ganzen Scheiß. Holy fuck. Okay. Dann das vorletzte tatsächlich Audio. Apoker Shitstorm-Tour-Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich zwei Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das Erste, was ich sah. Das hat er ja vorher auch schon erlebt. Erlebt, sage ich schon. Erwehnt, als die Mutti dann im Krankenhaus war. Krass. Howie, Maurice, hi. Kleines Lebenszeichen von mir, liege seit dem 23.12. im Krankenhaus. Mein Lieber, mach keinen Mist. Ich wünsche dir eine gute Besserung und alles Gute weiterhin. Junge. Hallo, Ma. Ich weiß nichts mehr von dem Konzert, den Bands, der Musik, dem Publikum. Ich war zu sehr von Skydive und Snack zugedröhnt, um die Bash-Korbässe noch vom Dröhnen des Blutes in meinem Kopf zu unterscheiden. Und dann traf ich einen Dealer, der Razorwing für 8 Dollar pro Stück verkaufte. Ganz genau. Razorwing. Eine Designer-Droge, benannt nach einem gewissen Kampfflugzeug aus den späten 30er Jahren, an das unsere Familie einige schlechte Erinnerungen hat. Also lehnte ich das Angebot ab. Erkannte das schlechte Omen und machte, dass ich wegkam. Stimmt's? Oder vielleicht kaufte ich auch vier davon und nahm alles auf einmal. Ja, das tat ich. Laut Polizeibericht bin ich ausgerastet und hab den Dealer angegriffen, verbrannte dann seinen Stoff und stürzte mich auf die Sicherheitsdrohnen, die auftauchten. Ich kam nicht weit. Die Drohnen jagten mir 50.000 Volt rein, was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn mein Herz nicht ohnehin schon dreimal so schnell wie normal geschlagen hätte. Der Schock brachte mich um. die Sunnybots kamen so schnell sie konnten, aber der erste hatte eine Fehlfunktion und der zweite blieb in der Menge stecken, also war ich fast zwei Minuten lang tot. Was zum Fick? Imagine es kommt ein Sunnybot und dann hat er einfach ein Leck, wenn er dich retten soll. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Ich meine, er hat natürlich auch eine Menge Scheiße gebaut, aber das ist ja schlimmer als mein Timing. Hallo? Was zum Teufel? Und auch nach der Wiederbelebung war mein Zustand gefährlich schlecht wegen der ganzen Substanzen, die durch meine Adern strömten. Als ich aus dem Koma erwachte, war dein Gesicht das Erste, was ich sah. Du hattest geweint. Dein Make-up war verschmiert, dunkle Streifen zogen sich über deine Wangen. Als ich unsere Blicke trafen, dachte ich, du würdest mich anschreien. Und obwohl ich so schwach war, war ich bereit, zurückzuschreien. Nicht einmal ein Koma konnte mich von meinem Trotz heilen. Aber du hast nicht geschrien. Du hast Wyatt leise gebeten, draußen zu warten. Dann hast du deinen Stuhl direkt neben mein Bett geschoben und meine Hand genommen. Ich wollte sie zurückziehen, aber ich konnte nicht. Es war kein fester Griff von dir, der mich davon abhielt, sondern die Wärme deiner Hand. Die Sanftheit, mit der du meinen nahmst. Als du sprachst, war deine Stimme leise, fast ein Flüstern. Als ich deinen Baba vor sieben Jahren verloren habe, warst du mein einziger Grund, weiterzuleben. Dein Blick fiel auf die medizinischen Instrumente um uns herum, auf die Schläuche und die blinkenden Lichter. Du hast mit dem Kopf geschüttelt. Warum lebst du, als ob dich niemand lieben würde? Begreifst du nicht, dass wenn du stirbst, all meine Hoffnungen und Träume und all die Hoffnungen und Träume deines Vaters mit dir sterben? Dann hast du mein Haar berührt und plötzlich brach ich zusammen. Oder vielleicht rückte auch alles wieder mit einem Knall an seinen Platz. Ich lag da und heulte für eine gefühlte Ewigkeit. Und die ganze Zeit zogst du deine Hand nicht weg. Und ich meine auch nicht. Am nächsten Tag willigte ich ein, eine Therapie zu machen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich nie wieder Drogen genommen habe, aber wir wissen beide, dass es nicht ganz so gelaufen ist. Wow. Also stark geschrieben. Holy fuck. Mal sehen, was unsere letzte Aufzeichnung jetzt noch ans Tageslicht fördert, aber bin begeistert von der schriftlichen Umsetzung hier bisher, wie auch von diesem ganzen Panorama-Projekt. Auch wenn es für die Firma ein Untergrund-Ding war, was eigentlich ganz anderen Zwecken dienen sollte, bin ich sehr froh, dass es letztendlich von uns hier entdeckt wurde. Apokashitstorm-Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metalurgists gegen die Harz-Team-Raw Wayforest ansahen. Das M-In-Trikot sah bei deinem Sari ziemlich komisch aus. Hallo Das muss so Ende Mai oder Anfang Juni gewesen sein. Ich war erst eine oder zwei Wochen aus dem Entzug raus und fühlte mich immer noch ziemlich nackt und unsicher, was mein neues Leben anging. Du hattest dich bereits mit Mr. Gerson angelegt, diesem Arsch von Schuldirektor, der mich nicht wieder aufnehmen wollte. Vor vor mir lagen acht Wochen Sommer Kurse, um das Versäumte nachzuholen, aber das war mir egal. Ohne Drogen wusste ich noch nicht zurecht, was ich mit mir anfangen sollte, also kam mir ein geregelter Ablauf entgegen. Die Metalorgists spielten gegen die Wayfarers und wie immer hatte Wyatt Logen Tickets, aber es war das erste Mal, dass ich mitkam. Verdammt, es war vermutlich das erste Mal, dass ich überhaupt bereit war, etwas als Familie zu machen. Im Nachhinein wundert es mich, dass Wyatt dazu bereit war, seinen missratenen Stiefsohn so früh zu einer öffentlichen Veranstaltung mitzunehmen. Ich hatte natürlich schon Spiele auf Holo gesehen, aber es live zu erleben war etwas ganz anderes. Die Größe der Maschinen, ihr Tempo, wie sie Kleinholz aus ihren Gegnern machten, es war der Wahnsinn. Auf einmal war meine Faszination für Technik wieder da, die auf Droge Miraman, der Chefingenieur des Teams in der Halbzeit in der Loge vorbeikam, bombardierte ich ihn mit Fragen wie bei einer privaten Pressekonferenz. Rückblickend würde es mich nicht überraschen, wenn du mich in der Hoffnung zu diesem Spiel mitgenommen hättest, meine Technikbegeisterung wieder zu wecken, bevor die Sommerkurse anfingen. Oder sollte ich nur einen Blick auf die Unternehmensprivilegien erhaschen? Es war immer dein Traum, dass ich Ingenieur werden oder in die 12 mit einem 18 Meter Raketensprung punktete und es waren viele leitende Manager und Unternehmensleiter mit uns in der Loge, als wir das Tor bejubelten. Ja, es war alles geplant. Du hast genau gewusst, was du tust. Das wusstest du immer. Krass. Sehr, sehr schöne, sehr emotionale Story, aus der wir, denke ich, auch etwas mitnehmen können, ohne, dass unsere Welt vollends zerstört ist. Zumindest ist sie es noch nicht. Oblivion, hi. Ja, die Panorama-Geschichte ging mir damals echt nahe, als ich es das erste Mal gesammelt hatte. Ja, ich musste gerade beim Lesen auch hier und da schwer schlucken. Das war wirklich sehr, sehr emotional geschrieben. Stark. Und ich denke, ein besseres Ende kann es für diese Quest-Reihe nicht geben, auch wenn wir jetzt durch das Lesen leicht überzogen haben. Aber ich denke, genau das macht es dann ja doch bei den Abschlussentdeckungen besonders und richtig wie gleichermaßen wichtig, Freunde. Ja, jetzt wieder aufwachen. Hallo, wir sind fertig. So, ich klatsche noch in die Hände ganz laut. Nee, wie war das mit der Hupe vorhin? Ich bedanke mich bei euch fürs dranbleiben, fürs dabei sein, für euren tollen Support heute. Nochmal generell die allgemeine Info, wenn am 28. das neue Pokémon-Game released wird, dann wird es erstmal nur Pokémon geben, weil ich Tag ein, Tag aus nur da reinsuchten werde. Na, das heißt, da muss alles andere ein bisschen pausieren, aber natürlich nicht für lang. Also keine Sorge für die, die denken, Pokémon ist so gar nicht meins. Wird auch nicht von Dauer sein. Ansonsten findet ihr alle Infos wie immer unterm Stream verlinkt, Streamplan und Co. Checkt das super gern mal aus und dann seid ihr, denke ich, auf der sicheren Seite, falls ihr euch fragen solltet, wie es denn hier die nächsten Tage weitergeht, denn noch ist der 28. ja so ein bisschen in weiter Ferne. So sieht es aus. Danke, dass du dir die Zeit fürs Vorlesen genommen hast. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Macht das Ganze ja immer noch mal ein bisschen besonder rarara. So ist es. Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn wir uns die nächsten Tage dann hier oder in ähnlichen Welten wiederhören. Bis dahin, macht es gut. Dankeschön. Macht es gut, bleibt gesund und bis denn. Schau.